Jesus weiß und kennt dich und weiß, dass du ein netter Mensch bist und dass du viele gute Sachen für ihn getan hast. Und Jesus fordert dich, jede Zeit Buße zu tun. Ja, aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das ist ja nicht schlimm. Aber wie kannst du sagen, du kannst nicht Buße tun, weil du nicht, was du gemacht hast? Wenn du mit der Hebräer 6 kommst, was hat das mit dem zu tun? So ist das. Dann gehst du gemäß den Psalmen. Entschuldigung, wenn wir uns so ein bisschen mit den Geschwistern ergänzen. David war ein Mann Gottes und er war immer klug und er hat ein bußfertiges Herz gehabt. Und David hat immer gesagt, auch im Psalmen kann man lesen, biblisch, Herr vergib mir für meine unwissende Schuld. Jesus, Herr vergib mir, Herr, für alle meine unbewussten Sünden, die ich nicht weiß, die ich begangen habe, hat Psalmist David gesagt. Und wenn du nicht weißt und du merkst eine Verstocktheit in deinen Herzen, du merkst eine Bosheit oder eine Kälte, dann gehst du, bist du Christin, dann gehst du zum Herrn und sag, Herr, vergib mir für meine wissende und unwissende Schuld. Und für die unwissende Schuld wird dich Jesus niemals verklagen. Das ist eine Lüge des Teufels. Danke. Ja. Aber um was geht es genau, Olli? Wir sind alle nicht perfekt, Olli. Warte, um was geht es genau, dass du sagst, ich bin Hebräer 6 oder sowas? Hast du Hebräer 6 schon gelesen? Und von welchen Leuten hat diese Lehre, von wo kommst du an diese Gedanken? Wieso, deswegen kannst du, kannst du haben? Im Internet, früher habe ich das gelesen und es war immer noch härter und jetzt ist es so, dass ich nicht mehr kann. Was kannst du nicht mehr? Wie meinst du das? Wirst du nicht mehr Christin sein, du kannst nicht mehr Christin sein, du kannst nicht mehr, was kannst du nicht mehr? Ich kann nicht mehr Busse tun. Was bedeutet Busse für dich bitte? Definier uns das Wort, weil du sagst, ich kann das nicht. Sagst du uns bitte das. Ja, auf die Knie gehen und einfach jede Sünde sagen vor Gott. Nein, Busse bedeutet zurückkehren und an Jesus Christus glauben. Kannst du an Jesus Christus glauben? Ja oder nein? Glaubst du an ihn? Ja, ich weiß nicht. Glaubst du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen aufersteigt ist? Glaubst du an den Herrn? Ja, ich glaube, aber nicht im Herzen, mein Herz. Warum sagst du, ich kann es nicht tun? Du hast doch gerade gesagt, ich glaube. Amen, Halleluja. Du glaubst, dass er hier ist, was ist gestorben, was ist passiert und du sagst, dein Herz ist tot, was ist passiert? Ja, ich habe zu viel gesündigt und bewusst. Ja, bewusst gesündigt. Du hast so viel bewusst gesündigt. Und dann? Ja. Und dann hat sich immer noch mehr verstopft und er sitzt dort. Ja, bitte doch Jesus um Vergebung. Du glaubst doch an ihn oder nicht? Ja. Gib bitte um Vergebung. Du glaubst, dass er gestorben ist, oder? Niemand von uns hier, niemand von uns hier, die ich ein Heiliger. Okay? Das ist das Erste, was man verstehen muss. Wir, wir sind Menschen, keiner von uns ist heilig. Der Einzige ist Jesus Christus. Auf ihn zeige ich oder zeigen wir, was du in deinem Privatleben machst oder nicht machst, was Sünden angeht. Versuchst du, der Heilige Geist ermahnt dich, sonst wärst du ja nicht hier, wo du schon nicht so sagst, du kannst nicht Busse tun. Oder? Amen. Der Heilige Geist ist der, der ermahnt. Und die befürcht. Amen. Du befürcht, genau. Oder? Und dann, es liegt dann an dir, probiere dann aufzuhören. Ich meine, wie gesagt, niemand kann von heute auf morgen, keine Ahnung was sein, wir alle machen Fälle. So ist das gehört zu uns, es gehört dazu, Fälle zu machen. Ist das so? Aber wie gesagt, du kannst nicht mehr Busse tun, dann hätte ich es so. Dann wurde ich mir gefragt, warum? Und dann vielleicht mal Hilfe suchen. Es ist nur in der Gemeinde, mit Christen. Mit Seelensorgen. Mit Seelensorgen. Amen. Und alles was sagt, ist das so? Aber Hebräer 6 hat gar nichts mit dem zu tun, worüber wir jetzt gerade sprechen. Aber ich weiß nicht, dass. Aber das Hebräer 6, das kann man, das steht. So wäre, dann wäre kein Mensch mehr Christ und kein Mensch konnte mehr zurückkehren. So ist es. So wäre, wie du jetzt sagst, zum Beispiel, konnte niemand mehr zurückkehren. Und hier in Tiktoki überhaupt nicht von Jesus sprechen. Amen. Genau. Stell dir vor, wenn es so ist, wie du sprichst, zu betreffen deiner Sünde und dein Herz verstockt und jetzt, also, ey, wie viele Menschen haben sie bekehrt und sie sündigen weiter. Verstehst du? Viele Menschen predigen Wasser, trinken Wein. Ich sage nur einmal, wenn ihr hier seid, es geht nicht um mich, es geht um den Herr Jesus Christus. So ist es. Es sind alle, alle, alle Sünder hier. Siehst du? Der eine macht das so, der andere macht das so, aber wir alle sünden auf irgendeine Art und Weise. Kann einer Matthäus vorlesen, Matthäus 12, 31? Der Bruder Luan sagt, wir sollen hier das mal vorlesen. Okay, mache ich auf. Matthäus. Was sagt der Heilige Geist jetzt? Matthäus? 12, 31. Matthäus 12, 31. Warum seid ihr so blind? Die will euch nur, nein, ich will nur Hilfe. Warum seid ihr so blind? Leute, lese nicht die Kommentare bitte, konzentrieren wir auf das Wort jetzt. Jerry, machst du die Kommentare aus, bitte für ein paar Minuten. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und nein, das passt nicht hier jetzt. Nein, ist nichts Fettes. Aus dem Kontext gerissen. Du brauchst Hilfe. Lese bitte Offenbarung 2, damit ihr weiß, es geht um die Gemeinde und es geht um denjenigen, der in dieser Gemeinde lebt. Du bist nicht Olivia oder Olive, ich weiß nicht deinen Namen. Wie heißt du bitte? Olivia, Olivia. Olivia, du bist nicht die Person in Hebräer 6, 4, weil die Personen in Hebräer 6, 4 sind diese Personen, die Kapitel 6, 1 und 2 erwähnt werden. Das sind die Juden, die wieder ihr Heil in die Gesetzlichkeit, in den Judentum zurück und in den Tieropfer gesucht haben. Selber zeigt uns Hebräer 6, 4 und 5, 6, 7, über welche Leute da gesprochen wird. Und es wird am Anfang an, Hebräer 6, Vers 1 und 2, lest du das bitte zu Hause, erkennst du, welche Leute da angesprochen werden. Die wieder zurück in die Gesetzlichkeit, in die Tieropfer und den Heil nicht beim Jesus, sondern beim Judentum gesucht haben. Du bist diese Person nicht. Danke. Ich habe eine Frage. Du kannst damit sagen, du hast damit nichts zu tun. Aber es geht noch nicht, Olivia. Was ist das so Sünde gegen den Heiligen Geist jetzt? Geht es dir gut, Olivia? Ist alles okay bei dir? Nein. Warum nicht? Was ist passiert? Weil ich denke, ich kann nicht mehr zurück. Deswegen, weil da steht... Nein, das ist falsch, Olivia. Das ist eine Irrlehre, die hier in TikTok verbreitet ist. Die hast du nicht so in einen Traum erfangen, diese Gedanken. Die hast du hier eingeimpft. Und hier bist du jetzt mit dieser Lehre konfrontiert und das hast du zu deiner Wahrheit gemacht. So ist es. Glaube uns. Das ist nicht die Realität und die Wahrheit. Hast du etwas getan, was dem Herr nicht gefallen hat? Mach TikTok zu. Geh ins Gebet und sagst du, Herr, vergib mir für dies und jenes. Bekenne deine Sünden. Der Herr will das per Name. Herr, vergib mir. Ich habe das und das gelogen oder ich habe das und das geklaut. Ich habe das und das. Bekenne das mit Name. Aber für die unwissende Schuld, der Herr wird dich nie da verlangen für das, was du nicht weißt. Weißt du, wie ich meine? Nur für das, was wir wissen und das Gewissen und der Heilige Geist ans Licht offenbart. Für das, wenn der Heilige Geist, wie wieder gesagt hat, uns überführt, dann werden wir, Herr, vergib mir. Ich habe heute wieder in den Chat angegeben. Ich wollte wieder wichtig machen. Vergib mir, Herr, für jede Angeberei. Ich tue Buse, Herr, hilf mir, dass ich nächstes Mal, wenn ich live in TikTok komme, dass ich nicht angebe. Amen. Und so ist mir vergeben. Ich nehme die Vergebung an. Ich vergebe mir selber und ich arbeite an diesem Charakterfalsche in meinem Leben und ich sage, Herr, du siehst das. Ich habe große Kämpfe mit Angeberei, Wichtigtuerei. Hilf mir. Ich mache meinen Teil und Gott macht seine. Und wir arbeiten zusammen mit dem Heiligen Geist. Und so musst du leben und nach vorne schauen. Und wir vertrauen dem Herrn, dass er uns vergeben hat. Nach dem 1. Johannes 1, 9. Wenn wir unsere Schuld bekennen, unsere Sünden, der Herr ist treu und wird uns vergeben. Wir glauben an dieses Wort und wir nehmen die Vergebung an. Und dann sagen wir, Herr, ich habe selber Gewissensfrage. Ich habe selber Kämpfe. Hilf mir, dass ich mir auch selber vergeben kann. Viele Christen können sich selber nicht vergeben. Obwohl Gott vor zwei Monaten eine Sache vergeben hat, die Christen kämpfen noch mit den gleichen Gedanken. Oh, hat Gott mir vergeben für meine Lüge vor zwei Wochen, was ich gesagt habe in Sparkasse? Oder hat Gott mich vergeben wegen des? Nein, du sollst nicht zweifeln an die Vergebung Gottes. Amen. So ist das. Wenn du das bekennst, sagt in der Bibel, der Herr nimmt diese Sünde und schmeißt hinter sich her. Und der Herr denkt nicht mal daran. Der Herr hat das vergessen. Und du erinnerst dich immer Gott an diese Sachen. Und das ist diese religiöse Buse. Zehnmal in die gleiche Sache um Vergebung bitten. Oh, Herr, vergib mir für meinen Angebereich. Herr, vergib mir für meinen Stolz. Herr, vergib mir. Sagt der Herr, ich habe dir vergeben. Schau nach vorne. Es geht weiter. Wir arbeiten an dieser Charaktereigenschaft zusammen. Und ich werde dich frei machen, wenn du treu bist und du wirklich frei werden willst. Und dann geht es weiter. Nächstes Mal fällst du wieder in ein stolze angeberische Verhalten. Herr, du siehst das. Ich sage mich los von jeder Angeberei von meiner Familie. Herr, ich glaube, Herr, dies und jenes. Und dann sprichst du mit Gott diese Sachen. Und das ist Gebet. Und das ist eine ehrliche, innige Beziehung mit Jesus. Fang an mit Jesus zu reden. Fang an mit Jesus, dein Herz zu öffnen. Und dann wirst du sehen, wie langsam, langsam diese ganze Irrlehren aus deinem Herz wie eine Kruste fällt. Kritsch, kritsch, kritsch. Und der Herr wird dein Herz wieder weich machen. Das sind Lüge des Teufels. Das ist der Verkläger. Wer ist der Verkläger der Brüder? Der Teufel selber. Und er braucht andere Gläubige, andere Christen, um Türen und Toren bei schwachen Leuten wie dich mit dieser Lehre zu kommen. Sag dich los von dieser Irrlehre in Jesu Namen und der Herr wird dir helfen. Danke. Das sind meine Worte vom Herzen für dich. Danke. In Lukas 15,7 steht, ich sage euch, so wird euch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Lies mal einer mal bitte, Markus 2,17. Das passt eigentlich perfekt zu ihr. Dass der Herr für die Kranken gekommen ist, nicht für die Gesunden, für die Sündern, nicht für die Unsündigen. Ja. Das passt eigentlich perfekt. Ja, das kenne ich schon. Sehr gut. Mach dir da keine Gedanken. Mach dich nicht kaputt. Hör nicht auf Sachen, was Leute sagen. Amen. Hör auf die Bibel, hör auf das, was unser Herr Jesus Christus sagt und nicht, was irgendwelche Menschen mit ihrer Irrlehre verbreiten. So ist das. Amen. Und wir sprechen nochmal das Wort Gottes jetzt. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber, Olivia, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerechte Herr, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du, Olivia, ich sag dir, und ich höre genau zu, wenn du deine Sünden oder deine Verfällungen oder wie das heute alles heißt, Fehler und so weiter. Die Leute versuchen das nicht per Namen zu nennen, aber das sind Sünden. Wenn du deine Sünden bekennst und trotzdem weiterhin hast du Gewissensfragen, Schuldgefühle, Angriffe, dann sollst du wissen, es ist nicht vor Gott, sondern das ist der Teufel. Der verklagt dich und greift dein Gewissen an und lass dich dann nicht täuschen und glaube an das Wort Gottes mehr als an deine Gefühle und an deinen Verstand. Danke. Okay. Also ich kann zurück zu Gott. Immer. Jederzeit. Immer. Jeder kann zurück zu Gott. Er freut sich der Herr. Er wartet auf dich. Glaubst du an Jesus Christus? Oliver, wir sprechen bitte. Da muss man nur, nur bekennen, aber muss man nicht heulen und so, oder? Nein, brauchen Gefühle nicht verbunden sein mit der Buse. Muss nicht irgendwie in eine Ausdrucksweise der Gefühle. Auch viele predigen auch eine Buse oder wenn jemand seine Sünden bekennt, muss auch Reut zeigen, muss sein Herz zerreißen und weinen und bitterlich. Nein, man bereut das und man sieht und sagt wirklich zum Herrn, so wie du das sagst. Herr, vergib mir. Es tut mir leid, Herr. Ich kann nicht, Herr. Ich bin da fest gebunden. Ich halte fest, Herr, in dieser Sache. Und immer meinen Namen nennen, Olivia. Der Herr möchte immer den Namen von der Sünde bekennen. Verstehst du? Immer ist es wichtig für dich auch, weil so merkst du, wo du gebunden bist. Wenn jemand sagt, Herr, vergib mir für mein lügnerisches Verhalten, dann merkt die Person, er ist behaftet mit einem Lügengeist. Er redet und lügt ohne zu merken. Es rutschen Lügen aus. Ah, weißt du, gestern waren wir da. Oh Mann, ich habe wieder gelogen. Ja, wieder locker. Um 10 Uhr haben wir uns da und da. Oh, ich habe wieder gelogen. Und dann merkt die Person, er ist in einer Lüge festgehalten. Er hat mit einem Lügengeist zu kämpfen. Immer die Sünde bei Namen nennen. Schäm dich nicht vor Gott in deine vier Wände. Und der Herr wartet und er wartet und wartet, dass du zu ihm kommst. Wenn die Gefühle nicht mit dabei sind. Oh, ich muss spüren meine Buße, meine Ruhe, ich muss weinen. Nein, das ist alles Lügen. Das sind die äußerlichen Gefühle. Wenn jemand bereut von ganzem Herzen, der Herr sieht deine Herzenshaltung, Herzenseinstellungen. Und dann spürst du, ob es ist eine Last weg. Wenn der Feind gebraucht und benutzt dein Gefühle und dein Gewissen weiterhin zu verklagen, dann sprichst du zu ihm. Weiche von ihr Teufel, der Herr hat mir vergeben. Ich vergebe mir auch selber. Amen. Ja. Aber was ist mit dem Lügengeist? Wenn ich auch den Lügengeist habe, dann? Sagst du, Herr, vergib mir. Du siehst, ich habe zu kämpfen und ich lüge permanent. Mir rutschen Lügen aus. Herr, bitte. Herr von diesem Lügengeist, Herr, von diesem Einfluss. Ich sage mich los von diesem Lügengeist in Jesu Namen. Ich möchte, Herr, nicht mehr lügen, Herr. Und wenn ich mich ausrutsche in die Lügerei und ich bin gefangen um meine eigene Ich und meine Gewinnswillen, um meinen Namen, Herr, um irgendwie etwas zu erreichen, versuche ich immer zu lügen. Bitte, Herr, hilf mir. Du siehst das, Herr. Ich kann nicht, Herr. Ich bin da fest, Herr. Bitte hilf mir aus dieser Gebundenheit in Jesu Namen. Und dann betest du und der Herr wird dir helfen. Und dann merkst du, es ist ein Prozess. Und dann merkst du, nächste Woche wird weniger übernächste. Du wirst deinen Teil machen und der Herr seine. Und so arbeiten wir zusammen mit dem Heiligen Geist. Und dann merkst du dann in drei, vier Wochen, oh Mann, ich lüge nicht so oft wie früher. Oder du ertappst dich selber in deiner Buße, dass du nicht so oft Buße machen musst über Lügen. Da, wo der Heilige Geist uns überführt, da haben wir das Problem. Wenn du merkst, du brauchst keine Buße mehr machen für Lügen, heißt, dass du dann frei bist und nicht lügst und nicht in diese Gebundenheit bist. Und so musst du praktizieren und mit Jesus ein lebendiges Leben führen. Wichtig, Olivia, ist, wir Christen sollen und müssen und wir sollen auch diese begierdliches Dasein und kindliches Verlangen haben, mit Jesus zu reden. Reden bedeutet beten. Nicht religiös und gesetzlich, wie die Muslime noch, ich muss jetzt mit Gott und dies und muss ich so und das. Nein, du gehst und du redest mit Jesus. Und bringst du das von dem Herrn mit deinem offenen Herzen. Und du kannst zu Jesus auch sagen, Herr, du siehst es, ich habe Kämpfe, ich bin verwirrt, ich weiß nicht, was bedeutet Buße vergeben. Ich bin durcheinander. Hilf mir, Herr, gegen diese Verwirrtheit. In Jesu Namen. Und so lernst du und praktizierst du, in der Befreiung zu leben. Und der Herr wird dir dann helfen und dich befreien. Es ist alles ein Prozess. Danke. Soll ich also reden mit Gott, so wie mit einem Menschen? Ich habe eine Frage, bitte, wenn es geht, Olivia, bist du hier zufällig oder kennst du meine Brüder hier? Nein, ich weiß, dass das hier war. Sie hat mir privat geschrieben und dann habe ich gesehen, dass sie da ist und dann habe ich sie hochgeholt. Ah, okay, okay, alles gut. Ich dachte, ich bin zufällig. Ich weiß nicht, wer sie ist und so. Ich habe nicht einmal gesehen und so. Mhm. Also dann, sie weiß schon, wer Bruder wieder ist und so, oder Olivia? Ja, ich weiß, der sagt Wahrheit. Alles gut, alles gut. Gott hat sich hierher geführt, Markus. Alles gut. Also ganz, ganz. Aber Olivia, bist du Christ, du glaubst an Jesus, oder? Ja, Jesus ist Gott. Glaubst du, glaubst du, dass Jesus Christ ist? Ja. Okay. Und dann nimm die Hand von Jesus Christ. Und, äh, was auch, ob es schlimmes passiert, oder was, dass du denkst, du kannst nicht mehr Busse tun? Nein, ich habe viel gelogen und ich habe viel, äh, Unsergebenheit auch. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Wir machen alle Fehler. Okay, aber wie gesagt. Das ist die Lüge in deinem Leben, ja. Ich danke dir dem Herrn. Ich danke dir dem Herrn. Ja. Schau mal, wie gesagt, wir alle machen Fehler in unserem Leben, wir sind Sünder. Aber das ist der Punkt, solange du sagst, ey, das war ein Fehler und das bekennst du auch, so wie du hierher kommst, du weißt, dass das alles ein Fehler ist. Man schämt dich nicht vor Gott, das zu bekennen. Entschuldigung, wie da locker sprich. Alles gut. Liebe, guck mal, wenn ich sagen würde, ich bin kein Sünder, was meinst du, was bin ich dann? Ein Lügner. Ein Lügner, Lügner. Ein Lügner, siehst du. Und ein Lügner zu bekennen, um mich als Lügner zu bekennen, ist... Ein Lügner zu bekennen, das ist die Wahrheit. Genau, siehst du. Und das kannst du vor dem Herrn machen. Der Herr wird dich frei machen von diesem Lüggeist. Er wird dich befreien, Olivia. Vertrau auf dem Herrn. Ja, ich werde frei sein. Er wird dich befreien. Ja, das sind Bindungen. Der wird den Herrn ja befreien. Und wir werden für dich jetzt auch beten, in unser Gebet privat. Und dann wirst du sehen, Tag, Tag, Woche zu Woche wird besser und besser dein Zustand. Und eines Tages wirst du sagen, nein, Mann, ich lüge nicht mehr. Oh, danke, Herr. Und merkst du nicht mal, dass du frei geworden bist? Und dann wirst du jubeln und danken, Jesus. Oh, danke, Herr, hast du auch mich von dieser Sache befreit? Du bist wunderbar, Jesus. Und so leben wir nicht frisch. Ja, ich will zurück zu Jesus. Ich will zurück. Wenn du zurück zu Jesus willst, dann musst du nur den Weg gehen und den anderen nehmen. Ja. Seine Vergebung annehmen. Böse tun. Ja. Und weiterleben, ja? Ja. Okay, das hat mich ermutigt. Jesus, der Herr ist ein guter Gott, Olivia. Amen. Amen. Und vertrauen in ihn. Heute haben wir, Marzolos hat dem Psalm gesagt. Wer auf ihn vertraut, wer auf ihn seine Hoffnung setzt. Und wir vertrauen und setzen ihn zum Herrn. Auch wenn unser Verstand, unsere Gefühle uns verrückt und in uns durcheinander bringen wollen. Wir vertrauen das Wort Gottes mehr als aus unserem eigenen Verstand und aus unseren eigenen Gefühlen. Wir sollen das Wort Gott mehr vertrauen. Und wenn wir das nicht können, sagen wir, Herr, ich kann deine Worte nicht glauben, wenn ich in die Bibel lese. Der Herr wird ihnen etwas anderes belehren. Wenn jemand hier denkt, oh, wie gut ich Bibel oder wie viele Stunden ich Bibel lesen kann. Der Herr wird ihnen etwas zeigen dann die nächsten Tagen. Deswegen, alles geschieht durch seine Gnade und in Demut. Herr, du siehst das, ich kann nicht beten. Hilf mir. Hilf mir, Herr, dass ich in ein busfertiges Herz bekomme. Du siehst, ich habe selber Probleme mit mir. Und so sprichst du mit Gott. Und dann merkst du nicht mal, dass halbe Stunde, eine Stunde vorbei ist. Und sagst du, heute war ich gesegnet im Gebet. Was ist Gebet? Ich öffne mein Herz zum Gott. Ich zeige meine Gefühle. Ich spreche das alles an. Und dann, wenn der Mensch frei ist von diesen Bindungen, langsam, langsam, dann lernt der Mensch dann ins Gebet. Anbetung. Lobpreis. Danksagung. Und dann wächst er ins Gebet und in die Beziehung und in die Gemeinschaft mit Jesus. Der Herr wartet und sagt, ich gucke von oben vom Himmel, ob meine Kinder mit mir Gemeinschaft haben will. Der Herr sehnt sich nach seinen Kindern, nach seiner Gemeinschaft. Der Herr wartet, bis wir ins Gebet gehen, Olivia. Das ist unser Gott. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke dir. Danke euch. Und Olivia, du kamst, genau kamst, wo der Bruder Janis Psalm 91 gelesen hat. Genau in diesem Psalm. Und dann kannst du auch für dich die nächsten Tage und heute Abend nochmal lesen. Ganz in Ruhe. Und ich war in deiner Lage, so wie du bist gerade. Ich war da. Und wenn du öffnest dein Herz, nicht für Janis, nicht für mich, nicht für Wida, nicht für Jerry, nicht für niemanden, nur für dich selber. Öffne dein Herz und sage es, Jesus, ich bin bei dir und du bist bei mir. Bitte hilf mir. Du weißt es, dass ich dein Kind bin. Aber mit dem ganzen Herz. Ja. Weil Jesus liebt dich. Und stell dir mal vor, der steht neben dir und der sagt zu dir, ich liebe dich. Komm zu mir, mein Kind. Und jetzt stehst du da vor ihm. Und was machst du? Natürlich. Dann gehst du zu ihm und umarmest. Ja. Ja. Aber mit ganzem Herz. Nicht mit dem Gedanken, vielleicht oder nein oder ja. Sonst ja. Du gehst zu ihm und er beschützt dich. Und er sagt, du bist mein Kind. Es passiert dir nichts. Bei mir. Jeden Tag bekomme ich, ja, wir würden die umbringen. Wir würden die töten. Zeige mir Waffen im Livestream. Zeige mir die Kamera und alles. Aber ich sage es zu denen. Ich bin Kind Gottes. Mir passiert das nicht. Und ich sage das bewusst mit dem ganzen Herz. Nicht nur so oberflächlich. Na ja. Es passiert dir wirklich nichts. Ja. Gott segne die Schwester. Danke. Und er öffnet dein Herz. Jesus liebt dich und er ist neben dir. Amen, Bruder. Amen. Ja, der ist neben mir. Das habe ich auch in meine Gedanken gerade. Wer ist da? Ja. Das ist, dass er neben mir liegt. Gerade. So. Okay. Danke für die Entmutigung. Ja. Das sind alle, alle Geschwister. Alle. Entschuldigung. Wie alles. Hast du noch eine Frage? Schwester. Hast du noch eine Frage? Ich habe mich verstanden. Ich muss Gemeinschaft mit Jesus haben. Ich muss mit ihm sprechen. So. Und einfach, es gibt keine Sünde, die nicht verzeiht werden kann. So ist das. Ist das so? Ja. Das ist einfach. Es ist so. 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 Wenn du glaubst an Jesus Christus, musst du getauft werden. Es ist nicht so, ich kann machen, was ich will und keine Ahnung. Ist das so? Ja, ich bin schon getauft. Ja, eben. Ich bin schon getauft. Ich sage dir nur mal. Entweder entscheidest du dich für den Herr Jesus Christus. Ist das so? Dann liest du die Bibel und lernst daraus, was da drin steht. Ja. Und hörst nicht auf anderen Engels und lernst, was da drin steht. Ist das so? Ja. Das ist wichtig. Genau. Und dann schaust du, dass du eine Gemeinde findest, Gemeinsamkeit hast. Verstehst du? Ja. Ich will nicht, dass du denkst, du hast jetzt einen grünen Pass, um nichts zu machen. Oder? Das heißt ja, wie ich sage, du sollst die Böse tun, umkehren, mitmachen. Ja. Das ist eben bei dieser Aussage, wo du jetzt gerade getroffen hast. Ja, ich kann, ich werde alles verziehen. Ist das so? Mhm. Aber wir rufen zu Pulse. Amen. Okay. Umkehren. Ja. Sehr schön. Okay. Danke euch. Bitte. Schlaf gut. Danke. Ihr auch. Gehst du ins Gebet. Ja. Suchet den Herrn. Reden mit Jesus. Das ist Gebet. Reden. Okay. Ein schönen Abend. Viel Spaß. Schönen Abend. Danke euch. Ciao. Ciao. Schön, wenn man vor guter Bruder, guter Engel Gottes, dass die Leute helfen und beruhigen. Das ist doch schön. Amen. Ich verstehe nicht da unten die Leute in diesen Kommentaren, was für eine Gesinnung haben die. Die kommen nie wieder zurück, das, jenes. Was sind diese Sachen da unten? Ich verstehe euch nicht. Habt ihr eine lebendige Beziehung mit Jesus? Wie könnt ihr diese Sachen schreiben? Das habe ich auch gerade nicht verstanden. Gott sei Dank, dass ich das rausgekommen habe. Ich kapiert das nicht, was für ein Herz haben diese Menschen. Ich will mich hier nicht versündigen jetzt. Ich segne diese Personen in Jesu Namen. Aber ich verstehe das nicht. Wie können diese Leute, ich finde keine Worte, lasse ich lieber. Ich verstehe das nicht. Und nennen sich Christen. Unglaublich, was ich hier in TikTok sehe. Janis, hörst du mich? Ja, wir hören dich, Bruder. Diese Leute behaupten, dass die etwas mehr wert sind vor Jesus als andere Menschen. Weißt du, wer sich hier hört, wird erniedrigt werden. So ist das. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Ja. Das war Jesus. Jerry, wir haben keine Herzenshaltung, eine Schadensfröhlichkeit, dass ich erwarte und meine Hände reibe, wenn ich höre, dass diese Leute, die diese Predigt hier in TikTok predigen, Gott etwas in ihrem Leben zulässt. Und ich habe dann Schadensfroh. Haha, ist Ihnen richtig passiert. Gott sei Dank, der Herr hat ihn geschlagen gemacht. Gott bewahre von jedem Schadensfroh. Aber weißt du, was ich sage? Herr, lass es nicht mehr zu, dass diese Leute andere Menschen verrühren. Greift an, Herr. Du weißt, was du zu tun hast. Ich will, Herr, dass ich das sehe, nicht aus Schadensfröhlichkeit, sondern aus einer reinen Liebesgesinnung zu den Menschen, dass diese Leute damit aufhören und dass sie Ehrfurcht von Gott bekommen, dass Gott in ihrem Leben etwas zulässt, weil genug ist genug, spricht der Herr. Danke. Und wir wissen, für welche Leute wir sprechen. Der Herr weiß das auch. Und Frau Janis, Amen. Ja, Bruder, ich mache gerade meine Erfahrung mit dieser ganzen... Wir verwünschen niemandem etwas. Wir haben keine... Entschuldigung, Marzolo, weil viele schreiben komische Sachen. Wir haben keine Schadensfröhlichkeit. Und das, was wir sprechen und versuchen wir hier mit den Geschwistern... Weil ich merke, am Ende sind wir nur wenige geblieben. Früher kann ich mich erinnern, waren wir mehr, aber mehr und mehr haben sich Leute von uns abgesondert. Am Ende sehe ich nur einen Jerry, einen wieder locker und vielleicht noch ein, zwei, drei Leute in die Hände, in einer Hand, die wirklich Amen sagen. Ich sehe viele Widerstand, viele Widersprüche. Ich sehe viele Verwirrtheit in der Lehre Jesu. Ich sehe viele Durcheinander. Ich sehe, dass die Buse ganz anders interpretiert wird. Ich sehe, dass alles in eine falsche Richtung geführt wird hier in TikTok. Und ich merke, irgendetwas stimmt nicht. Und wisst ihr, was nicht stimmt, Geschwister? Die suchen Jesus nicht. Die haben die Ehrfurcht vom Herrn verloren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, den Namen Jesu zu benennen, in unseren Mund zu nehmen, weil TikTok hat das so gemacht. Jede zweite Minute, Jesus, Jesus, Jesus. Aber wenn eine Person bewusst und real wird, dass dieser Name, der Name aller Namen ist, Jesus, diese fünf Buchstaben, ist der Name des Allmächtigen Gottes. Das ist der, finde ich keine Worte, das ist der König, der Könige, der ist der Gott, der Allmächtige. Wenn die Engel diesen Namen hören, Jesus, die bleiben stehen und die gucken auf den Himmel. Die bleiben starr von Ehrfurcht, von dem Namen Gottes. Und wir benutzen den Namen Gottes hier, Entschuldigung, ab und zu mal für Waschlappen. Das geht nicht so weiter. Jesus ist ein heiliger Name. In Jesu Namen, ich habe in meiner Bekehrung damals gesagt, bitte Jesus, hilf mir, Riesendämonen sind gerannt, sind gerannt. Und ich habe verstanden, auch dieser Name hat Kraft, dieser Name hat Autorität, dieser Name ist der Chef. Aber viele haben verstanden, wer hinter diesem Namen sich verbirgt. Der Allmächtige Gott, wir sollen das nie vergessen. Danke. Amen. Bruder Janis, mach weiter, das ist so schön. Wenn der Herr Worte uns gibt, Marzolo, dann sprechen wir sonst von allein. Wenn ich keine Worte habe, dann, wenn der Herr uns Worte gibt, vielleicht gibt euch jetzt Worte, der Herr, und dann kann man vielleicht weiter den Chat führen. Das ist auch Erfahrung für uns. Und als prophetisch, wir waren vor ein paar Tagen beim Vida Loka, beim Vida und beim Jerry. Wir haben diese sechs, vier, diese Hebräer so auseinandergenommen, jedes Wort fallen, abgefallen auf Griechisch, die Unterschiede. Und jedes Wort haben wir durchgekaut und durchgekaut und durchgekaut. Wenn wir Kühe gewesen wären, hätten wir noch kaum jetzt Widerkoja. Wir sind Widerkoja mit diesem Bibelfersk geworden. Aber weißt du was? Als Prophet ich wäre, und schau, was der Herr uns heute sendet, wieder eine Opfer, diese Lehre. Und dann sage ich her, wirklich Leute, und Vida Loka hat öfters gesagt, und Leute haben nicht geglaubt, und Jerry auch nicht. Leute schreiben mich an privat, Leute haben Angst, Leute haben diese Irrlehre für sich als Wahrheit gemacht, als ein Dogma. Och, ich kann nicht mehr wieder zurück. Und fallen die Menschen, die leben dann in einer, wie soll ich sagen auf Deutsch, leben in einer Flucht, sich selber. Och Gott, vergib mir nicht. Die haben, ihr ganzes Leben ist kaputt. Wisst ihr was, Geschwister, wenn ein Christ so weit ist, dass er glaubt, dass Gott ihn nicht vergeben kann? Schlimmeres gibt nicht. Er verliert seine Heilgewissheit. Er hat Schuldgefühle, Gewissensfrage. Das ist die Hölle für den Personen. Er glaubt, er ist von Gott verworfen. Das gibt's nicht Schlimmeres für einen Christ. Dass er an die Liebe Gottes zweifelt und deswegen nie zulassen. Und wir werden mit der Hilfe des Herrn nie aufhören, gegen diese Irrlehre zu kämpfen, durch den Herrn und mit dem Herrn. Wenn der Herr uns Kraft gibt, wir werden immer gegen diese Menschen kämpfen, hier in TikTok. In Jesus' Namen, Amen. 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 Amen, Amen. So, Kolosserbrief 3, 17. Und was immer ihr tut in Wort oder Gott, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das ist der Vers für heute. Das heißt, jeden Tag kann jeder auch in seine App herunterladen, in die Bibel. Und jedes Mal, wenn es 12 Uhr Mitternacht ist, habe ich so eingestellt, dass jedes Mal kommt ein Vers. Und so, damit kann jeder, der nicht die Bibel liest, dann kommt immer so ein Vers. Und dann kann man so, als dass jemand von euch, der nie die Bibel gelesen hat, jeden Tag ein Vers. Und irgendwann mal wird voll euren Herzen mit der Bibel, mit dem Wort Gottes und mit der Liebe. Natürlich, weil Liebe ist die Größteste. Oder Bruder Janis. Amen. Ja, Bruder Janis, ich vermisse euch wieder. Loka wäre schön. Jerry wäre auch. Du hast diese Debatten nur mit dieser ganzen Kämpfe da. Kommst du wieder zu uns, dass der Herr dich auch mehr segnen kann. Komm raus aus dieser komischen Fluche. Und ihr sprecht auch schlechte Worte, auch in griechischen Debatten, wenn ich höre, was für Worte die Griechen auch gebrauchen. Die Deutschen sind noch klar, wir sprechen die Fluchen. Wir Griechen haben komische Fluche, wo ich sage, Herr, ich distanziere mich, ich gehe nicht in griechische Debatten rein. Weil wenn ich da höre, wie sie sprechen, ich kann in der Nacht nicht schlafen. Die greifen mich diese Worte an. Und deswegen auch für dich, Marzolius, dass du bist in Distanz von diesen komischen, sehr schweren Debatten, was du führst. Das sind sehr finsternisse Sachen, was ihr dann macht. Und dann merkst du das, Marzolius, nicht mein Freund in aller Liebe, sage ich dir. Du merkst das nicht, dass dein Herz verhärtet. Und dann merkst du nicht, bist du auch hart zu Menschen. Und das ist für dich dann zur Gewohnheit. Weil dein Charakter muss dann hart sein gegen diese harten Leute, harten Männer, wo du debattierst. Und merkst du nicht, dass du da auch abstumpfst und dich selber abfärbst. Du musst aufpassen, weil im Wort steht geschrieben, mit welchen Leuten ich sitze, so werde ich langsam, langsam. Die Farbe kommt auf dich metaphorisch. Pass auf auf dein Herz, Bruder. Lass nicht dein Herz erkältet, dein Herz böse, stur und hart wird. Weil dann denkt die Person, ich muss hart werden, weil nur so werden diese verrückten Menschen mich glauben. Nein, lass nicht zu, dass der Teufel dein Herz hart macht. Bewahre dein Herz, sagt der Herr. Wir sollen alle unsere Herzen bewahren und uns prüfen. Stehe ich noch im Glauben, Herr? Wie wandle ich vor dir, Herr? Bin ich auch vertrocknet und stur und steinig geworden durch diese Debatten? Bewahre mich, Herr. Mach mich so, dass ich wieder ein warmes, herzvolles und vor allem ein weiches Herz bekomme. Nur ein weiches Herz ist ein bußfertiges Herz. Ein hartes Herz kann keine Buse machen. Aber, aber, rechtfertigen. Ja, das ist so, das ist es. Er kämpft mit Gott. Ein hartes Herz. Ein bußfertiges Herz ist ein weiches Herz. Bewahre dein Herz, dass es immer weich bleibt. Das ist sehr, sehr gefährlich. Herr Marzolos, meine Brüder, das habe ich auch bei mir gemerkt. Und dann habe ich verstanden, eines Tages hat der Herr zu mir gesprochen. Und dann habe ich Buse gemacht, umkehren, heißt es. Vergib mir, Herr, für meine Harte, mit meiner Barsche und mit meinem kämpferischen Geist. Wir denken, wenn wir kämpfen, das ist immer der heilige Geist. Nein, Bruder, da kann sich ein anderer Geist einschleichen und es spielt den heiligen Geist. Und da denkt der Mensch, oh, er kämpft jetzt für Gott. Oh, der ist der Herkules im geistlichen Bereich. Und in Wirklichkeit ist er in die Falle reingetappt. Sein Herz ist hart geworden. Pass auf dein Herz auf, dass dein Herz nicht steinig wird. Und wenn du merkst, ich habe Härte in meinem Herzen zugelassen, was ist für uns das Rezept? Wir gehen zum Herrn und wir tun auch Buse. Und der Herr hilft uns und er zeigt uns und er nimmt uns dann die Härte weg. Und wie machen wir das, wenn wir dann die Liebe praktizieren? Ganz einfach, Bruder Marzolos. Pass auch du auf. Ich distanziere mich von diesen harten Debatten, die in Griechischen und ausländischen hier in TikTok stattfinden. Weil TikTok erkennt diese Sprache nicht, weil wir haben Nein gegeben hier, Land in unserer Anmeldung, Deutschland. Und viele Sachen in Albanisch, in Türkisch, in Griechisch und in Dialekten, Griechische und komische Sachen, in Serbisch. Wir gebrauchen Worte, die TikTok nicht versteht. Und dann nützen wir die Menschen aus, nicht wir Gott bewahre. Und dann verletzen wir uns gegenseitig. Vergiss nicht Marzolos. Jedes Mal, wo du in deinem Life bist und mit diesen Leuten diese ganzen unreinen Worte sprichst, diese Kämpfe hast und das, was du tust, jedes Mal wirst du mit Messer geschnitten, Marzolos. Du erleidest Wunden. Und wenn der Mensch dann nicht zum Herrn geht und nicht ein starker Beter ist und nicht Jesus sucht, wer sollte ich heilen, meine Bruder? Dann der Mensch ist enttäuscht nächsten Tag. Nächsten Tag geht er wieder rein in TikTok und so und so. Und eines Tages hat er Schiffbruch in seinem Glaubensleben. Fängt dann zu zweifeln an seinem Glauben. Das ist ein listiger Prozess des Feindes. Wir müssen aufpassen. Und diejenigen, die nach vorne hier in TikTok diesen Krieg führen, dann müssen die Beter sein, diese Geschwister. Und wir sollen sie im Gebet unterstützen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn der Herr den Dienst, die Geschwister, Tia, Jerry oder Vida oder Fritz oder Jürgen, wie die alle heißen, in der Frontstelle zu kämpfen, dann müssen sie selber auch Leute sein, die dem Herrn mehr ins Gebet suchen als wir, weil sie sind in der vorderen Stelle. In der Front kämpfen diese Geschwister, wie Vida, wie Jerry. Die kriegen Anfechtungen, die kriegen die Schläge von diesen Feinden, von den Dämonen. In der Nacht, am Tag, Angriffe. Dann berührt der Feind dann unsere Familien. Dann berührt er auch die Leute in der Supermacht. Dann verlieren wir die Gunst. Und dann ist dieser Kampf. Der Mensch muss klug sein und sagen, wenn ich in der vorderen Stelle kämpfe, dann muss ich auch mehr beten. Nein, weil ich brauche Schutz. Wir brauchen Schutzgeschwister. Hier ist es nicht nur, ich kämpfe mit Hamti, mit Fritz, mit Inschallah und Tess. Das sind Menschen. Aber die Worte, die sie sprechen, sind andere Geister durchdähenen. Und ihre Gebundenheiten, ihre Geister kommen und greifen euch in der Nacht, weil ihr kämpft gegen diese Geister. Meinst du, diese Geister werden euch in Ruhe lassen? Und viele Christen merken das nicht und dann langsam, langsam in ihrem Glaubensleben haben die Probleme, Jesus nachzufolgen. Weil diese Geister lassen dann diese Geschwister nicht in Ruhe. Und da muss man klug sein und das zu verstehen. Und wenn jemand in die vorderen, ich wiederhole mich dreimal jetzt, vorne kämpft, dann sollen wir, der Herr uns diese Gnade gegeben hat, Fürbitte machen für die Geschwister, die für diesen Dienst hier sind. Aber selber die Geschwister müssen auch für sich selber mehr und mehr und näher zum Jesus sein. Weil die Geschwister, ihr Geschwister braucht mehr Schutz. Danke. Amen. Amen, Bruder. Danke dir. Danke, hast du so schön gesagt. Und stimmt, also wo ich angefangen habe, ich war damals, ich kann mich ganz gut daran erinnern, wo erstes Mal meine Geschichte hat begonnen mit dem Wiederloka. Ich hatte damals, was habe ich gehabt? Zwei Follower. Ich bin in den Kommentaren. Und dann habe ich zugehört und dann dachte ich mir, mein lieber Gott, guck mal, wie der mutig ist. Und, 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 meine Öffentlichkeit erzählt sowas. Und das ist ein Vorbild für mich. Und dann habe ich auch von euch gelernt. Klar, muss ich zugeben, weil ich bin immer noch klein und ich lerne immer noch. Und es ist schön, klein zu sein von dem Gott und klein zu sein von meinen Brüdern. Ja, und dann, warum habe ich, ich bin in meinem Livestream, warum? Weil ich habe gedacht, guck mal, das sind Mehrheit, sind Muslime im albanischen Livestream und wir sind wenig Christen. Und wo ich angefangen habe in meinem Livestream, dann sind wir drei Christen gewesen, Bruder. Drei. Eine war, der war Christ, sage ich mal so mit Papier, der hat nie Bibel gelesen, wir waren nur zu zweit. Und dann, nach drei Wochen, haben wir aufgehört, warum diese ganze Schimpferei, diese ganze, wir würden euch, Punkt, Punkt, wir würden euch das und das. Und dann war ich fix und fertig. Und dann haben die, durch, Entschuldigung, durch diese Livestreams, die wir gemacht haben, haben die Videos manipuliert und unsere Wörter und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, Schluss, aus. Habe ich drei Wochen ausgemacht und dann, ich wollte nicht mehr. Habe mir gedacht, ich trete mich zurück, komplett von TikTok. Aber Bruder, dann kam, kam dieses mit dem Psalm. Dann habe ich euch weiter zugehört. Und dann habe ich mir gedacht, guck mal, die machen weiter. Und was machst du? Ich habe mich gefragt. Und dann kam, Bruder, diese positive Energie. Ich habe gesagt, aber jetzt. So, ich habe so diese Stärke, diese Energie. Habe ich gesagt, guck mal, in Psalm 91 steht, wenn du durch die Löwen läufst, du können dir nichts tun. Und über die Schlange laufst, du können dir nichts machen. Dann habe ich gesagt, jetzt geh da. Dann bin ich, Bruder, habe meinen Livestream gemacht. Wir waren drei Christen und es waren über 100 Muslime und immer diese ganze Schimpferei und ganze, wir würden die umbringen und hin und her. Und dann mit dem Wort Gottes, Bruder, habe ich alles, alles niedergemacht. Und ich habe die Bibel gelesen, habe denen gezeigt, wie ist es. Und durch die Liebe von Jesus, durch diese Wahrheit, dann, Bruder, haben mir gefolgt und folgen mir mehr Christen von USA, von Schweiz, von Deutschland, von Griechenland, von Albanien, von ganzem. Und jetzt ist es so, dass es nicht mehr drei Christen sind, sonst jetzt sind über 50 Prozent Christen gesammelt in meinem Livestream. Und das war Gottes Wille. Und jetzt, auch wenn ich nicht da bin, dann funktioniert es, weil Gott wollte das. Und das ist schön. Und wie gesagt, ich danke euch, weil ich habe auch mit eurer Hilfe das gemacht und dass ich von euch auch gelernt habe. Und bin ja auch froh, dass es jetzt anderes ist, weil der Gott, Gott ist Wahrheit. Und Gott weiß, was er will mit uns. Und er hat uns geschaffen. Und wir sind in dieser Welt nicht umsonst. Sonst, jeder von uns hat eine Aufgabe. Marzolo, mein Freund, und wenn du diesen Dienst vom Herrn empfangen hast, dann musst du dich jedes Mal aufs Neue, dir Gesinnung und nachdenken und fragen. Mein Dienst, was ich als Janis, Fritz, Jürgen, Marzolos und, 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 den Dienst, was ich hier in TikTok mache, entspricht das Ebenbild Jesu Christi. Ich muss jedes Mal prüfen, ob dieser Dienst übereinstimmt mit dem Bild Jesu Christi. Und das ist unser Prüfstein hier in TikTok. Und wenn wir merken, oh Mann, es übereinstimmt nicht mit dem Wesen und mit dem Bild Jesu. Was heißt es? Jeder weiß das im Tiefst in seinem Herzen. Dann zieht sich der Mensch ein paar Tage zurück. Wir sind nicht Feiglinge, dass wir weichen, sondern wir lassen uns von dem Herrn ein Pässe repellieren. Wir sammeln unsere Gedanken, unsere Gesinnung. Wir ordnen uns aufs Neue wieder. Und dann wieder mit der Kraft und der Gnade des Herrn kommen wir wieder hier rein in TikTok und versuchen wir, das diesmal besser zu machen als letztes Mal. Und so lernt uns Jesus mehr und mehr, dass das Dienst, was wir machen, mit seinem Ebenbild übereinstimmt. Das ist es, was der Herr will. Und wenn das mehr und mehr, seine Ebenbild übereinstimmt, umzu mehr Menschen werden berührt, umzu mehr Menschen werden befreit, umzu mehr Menschen kennen Jesus besser. Und das ist es. Wir führen die Menschen nicht in eine Kirche. Wir führen die Menschen nicht in eine Baptistenlehre. Wir führen die Menschen nicht in eine charismatische Pfingstlerlehre. Wir führen die Menschen nicht in eine Lehre. Wir versuchen, die Menschen näher zum Jesus zu bringen, dass die Jesus besser kennenlernen, dass sie mit Jesus Gemeinschaft haben, dass sie ihr Herz öffnen, dass sie erkennen und verstehen, der Herr wartet auf sie. Amen. Das ist es, unser Ziel und Zweck hier. Und nicht, oh ja, ich bin Baptist. Was bist du? Ich bin Baptist und meine Baptistenlehre ist alles für mich. Ich sterbe für meine Lehre. Gott bewahre. Jesus ist für uns der Mittelpunkt. Wir versuchen, die Menschen zum Jesus zu führen. Was gibt es Schöneres? Und dann kann ich mit einer Grinze einschlafen und zeige ich, oh Herr, ich durfte heute durch deine Gnade, von deinem wunderbaren, süßen Namen, von deinem Charakter, von deiner Person sprechen. Danke, Herr, dass du mir das genehmigt hast. Und dann gehe ich schlafen wie ein kleines Baby. Das ist unsere Gesinnung. Wir führen die Menschen nicht zu Lehre und nicht zu toten Buchstaben, weil eine Bibel kann auch ein Götze werden. Wie wird das zu einem Götze? In dem Moment, wo die Person denkt, der hat das Wissen, der ist der Beste, der hat die Lehre, der hat die besten Auslegungen, er ist unfehlbar, er debattiert mit anderen Christen permanent und versucht immer und immer seine Lehre aufzuzwingen. Er ist nicht bereit zu lernen und er ist nicht bereit und demütig genug aufzunehmen. Ob der Bruder Jerry hat mir heute etwas gesagt, das hat mir berührt. Ich prüfe diese Worte, was ich jetzt Jesus oder Marzolos mir gesagt hat. Das ist es. Wenn die Demut fällt, was ist dann? Dann nimmt er Stolz überhand. Und was ist der größte Trick des Feindes, des Teufels? Er möchte die Christen stolz machen, weil er weiß, Gott wird darstellt die Stolzen und hat seinen Plan dann gemacht. Fertig. Das ist der größte Plan des Feindes, die Christen stolz zu machen und dann haben sie gegen Gott zu kämpfen. Danke. Amen, Bruder. Amen. Amen. So ist das. Es geht alles zu Hamdi, schreibt jemand. Jerry. Ja, bitte. Amen. Schreibt jemand, kommen die alle zu Hamdi. Wir lernen, was bei Hamdi. Wenn Hamdi was möchte, dann soll er hierher kommen. Ja. Warum? Seit wann läuft Knochen zum Hund? So sieht's aus. Wenn er was möchte, soll er herkommen. Ich will nichts von Hamdi. Er braucht Jesus. Amen. Ich hab schon Jesus. Ich kann nur für ihn beten, dass Jesus ihm den wahren Weg zeigt. Mehr kann ich nicht tun. Die entscheiden, ob die es annehmen oder nicht. So mache ich das auch immer. Ich gehe ja teilweise bin ich auch auf der Straße und predige das Wort. Mit Geschwistern. Und wer Interesse hat, kann dazuhören, kann Fragen stellen. Wer kein Interesse hat, geht weiter und fertig. Das machen wir auch zweimal die Woche. Gehen wir auf der Straße, predigen. Kinkerille, komm hoch, wenn du willst. Was möchtest du? 1. Johannes 2, Vers 25, 27. Jerry, lest du das? Schöne Stimme. 1. Johannesbrief. Kapitel 2, Vers 25 bis 27. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt. Ist es wahr und keine Lüge, so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Amen. Danke, Jerry. Vielen Dank. Ich bin auf Arbeit, aber ich höre euch gern zu. Ich war vorhin bei der Gummibärenbande, die wollten mich permanent hochholen. Ich habe dann aber gesagt, es ist respektlos, wie ihr über unseren Highland redet. Das ist nicht mein Niveau, sorry. Hast du gut gemacht. Das lohnt sich gar nicht, da hoch zu gehen. Echt nicht. Man wird nur beleidigt. Aber woher kommt diese schöne Musik im Hintergrund? Hast du die, Jerry? Nein, das ist TikTok. Ah, okay. Jerry, ist das eine Klavier? Ja, ne? Klavier. Das ist von TikTok hier. Das ist die gefühlswolle Musik. Gibt es auch romantische oder frisch, was du willst. Also kannst du einstellen, Bruder, oder wie? Ja, ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, schau, Diskothek, Diskothek. Ja, im Islam ist verboten, Bruder. Desh, haram, haram. Bruder, verjagst du sofort, wenn du möchtest, sofort die Muslime verjagen, dann mach Musik an. Dann sind sie sofort weg. Ja, genau. Ich mach immer so, Bruder, wenn bei mir so viele Muslime, dann lass sie laufen, Halleluja. Und dann in fünf Minuten sind die alle weg. Die können das nicht hören. Und zum Beispiel diese unten, diese Isis, Kosovo unten, der ist so ein, einer von denen, jetzt geht er weg. Der kann nicht Musik hören. Ja, ja, klar, bei ihm ist normal. Aber der ist kein Albaner, der ist Kopil. Weiß so. Kopil, Asha? Ja. Ja, ja. Ja, der ist Kopil. Der... Er hat Wasser zur Bank gemacht. Er hat Freude. Er war dort und hoch zeigt. So ist es. Wo ist das Problem? Der Herr hat die Freude erfunden. Und David hat getanzt. Für Herrn. Und da unten mit dem Profil Kosovo hat Polizei erwischt. Der hat bei ihm kleine Kinder in die Schule iPhones geklaut. Und dann hat er verkauft in Bahnhof und dann hat Polizei erwischt. Der ist so türk-albaner oder keine Ahnung. Der mit dem Profil, jeder, jeder, SITIR, Kosovo Profil. Der hat Polizei erwischt. Bei der Schule hat er einfach. Ach so los? Ja. Wo weißt du das, diese ganzen Informationen? Ja, du weißt doch, in meinem Livestream-Packen. Ich habe gesehen, was er geschrieben hat. Die richtige albana Utschaka waren 90% unserer Leben. Ja, ja. Albane Christen mit Serben, Spionage. Bruder, den hat Polizei erwischt. Der hat bei Kindern in die Schule iPhones geklaut. Überleg mal. Ich kenne Leute, dass die ihn kennen. Der ist so eine, eine, eine. Der ist bestimmt noch ein Kind. Nein, was Kind, Bruder? Ein Kind kann sowas nicht. Der ist richtige Lügner, richtige Sozialhilfeempfänger. Und er geht nur zum Klauen. Arbeitet nichts, den ganzen Tag. Beim Kinder, beim Kinder zu klauen. Überleg mal. Marzolo, schütte deine Zunge, meine Freunde. Besser für dich. Ich kann besser schlafen. Schütte deine Zunge. Jerry? Ja, bitte. Machst du ein anderes Profilbild? Machst du diese, die immer in der Hand haben, dass die Muslimen hochkommen? Weil keiner kommt hoch. Ja, ich glaube, die sind jetzt am Schlafen. Das Gebet ist vorbei. Ist vorbei? Die kommen schon, du weißt es. Wenn wir weniger hier oben nicht, geh runter, Jerry. Vielleicht kommen die. Wenn die nicht so viele Christen sind, vielleicht haben die Respekt dann, wenn wir zu viele sind. Wenn eine, zwei, vielleicht wollen die dann hochkommen. Dennis, ich will doch gar nicht Muslime hoch haben. Wer sagt, ich will Muslime haben. Lass uns bei uns bleiben. Okay, wie ihr wollt, wenn der Herr uns Worte gibt. Okay, Jerry. Ihr habt gedacht, du hast einen Plan heute. Nein. Ich habe einen Plan. Weißt du, was mein Plan ist? Dass wir Gemeinschaft zusammenhaben. Amen, so ist das auch. Das ist nicht mein Plan. Guck mal, wenn die kommen hoch, wir klären das, was wir können und fertig. Wenn die nicht verstehen, dann verstehen nicht, sondern die selber damit klarkommen. Genauso wie mit dieser, der Suchende. Genau solche Leute brauche ich, damit die verstehen. Ich fühle mich sehr wohl, keiner schimpft, sonst jetzt, wenn ich wäre, in einem anderen Livestream bei mir, da kommt nur Schimpfe, nur Töte, nur wir machen, wir köpfen, wir. Und das geht mir wirklich so gut, dass sie diese dämonischen Kräfte nicht hören mehr. Das ist unheimlich. Hier der Suchende, der hat behauptet, ach, jetzt werde ich die fertig machen und mir diese ganze Verse, was bei dem steht, Mutter und Vater und Tochter dürfen heiraten und dies und jeniges. Nein, mit uns kommen die hier nicht damit durch. Amen. Wir sind nicht dumm. Stehst du? Und das ist das, genau sowas brauchen wir. Damit die Seelen, die können nicht alle Christen hier mit fertig machen. Ja. Wir zeigen denen, was die Wahrheit ist, nicht das, was die behaupten, einfach. Genauso wie mit dieser Talmud. Ja. Die drei Jahre und ein Tag. Darf man heiraten? So weiter folgen sie nicht. Wir brauchen Juli und Jerry mit Rebekah wieder drei Jahre mit dieser Rabbi. Ist das auf Englisch, dieses Video? Hat sie das schon mal gesehen, Geschwister? Was sind diese Hintergründe? Muss man diese Rabbi einmal anführen? Was der für ein Schmarrn und was er für Bibelfersen gebraucht, dass er sagt, dass Rebekah drei Jahre alt ist. Wer ist diese Person? Wieder, hast du das schon gesehen? Was da? Diese Person, die bringen die letzte Zeit, die Muslimen, immer diese Rabbi, Chibi-Chibi-Chaka und die sagen immer, diese Rabbi hat gesagt, Rebekah drei Jahre. Habt ihr dieses Video, habt ihr das gehört? Habt ihr das analysiert, welche Quäten übernimmt er? Ja, ja, das ist, das ist, der Rabbi. Das ist schon der Rabbi. Aber, und Rashid denke ich hat das auch gesagt. Aber, Bruder, die Bibel steht gar nichts darüber. Nicht mal die eigenen Leute glauben an diese Person, an diese Rashid. Was ist denn für ein Maß da für uns? Ja, aber sie bringen, oder was auch noch. Aber die bringt das als glaubwürdig für die Zuschauer zu klingen, meinst du wieder, oder? Ja, einfach damit sie denken, oh, der hat das gesagt. Ah, der Rabbi hat das gesagt, aha, okay. Und dann kommen die, und dann kommen die mit dieser Sache aus dem... Die Muslimen leben, so wie ich mich informiert habe, und haben diese Rabbine und die Muslimen gelebt. Die Muslimen haben ja ihm solche Sachen gefragt. Ist ja schon eine Befragung oder so. Aber eben, ich erinnere mich nicht genau da, was mit diesem Video gegangen ist. Muss man mit Matthias dieses Video mit Matt erklären, gut englisch, dass er das anhört, dass wir das vielleicht in einem Live-Chat, dieses Video besprechen und angehen. Das wäre auch ein gutes Thema. Das haben wir letztes Jahr gemacht, weil, wie heißt das, da war es Märchenstunde. Mega lang, aber... Ja, 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 die erste Serie war, der erste Teil. Genau, das ist die Sache mit dieser Rabbi, ja. Hast du dieses Video noch? Kann sein, ne? Also, Jerry hat gesagt, der nimmt auf. Es ist immer gut, die Sachen zu wiederholen. Jerry, schau bitte in deine Archive, schickst du mir das bitte. Ich habe das aufgenommen, aufnehmen lassen und ich war gar nicht dabei, als sie darüber gesprochen hat. Bin erst später gekommen. Er kann dann dir schicken und du kannst mir dann schicken oder Jerry schickt mir auch. Das ist ein Thema, die ich mich erinnere. Ja, das ist ein Thema. Ich bin ja auch ein Thema. Das habe ich wieder vergessen. Das habe ich wieder vergessen. Das habe ich wieder vergessen. Kommt der Feind und raubt das weg. Kommt der Feind und nimmt das von unserer Frist. Das habe ich ganz vergessen. Bitte, Jerry, wenn du dich daran erinnernst, schaust du und schaust du mir, wie wir das machen, wenn hier nicht geht in TikTok durch die Nachrichten, dass du mir den Link schickst, wenn der, dann schicke ich dir deine WhatsApp, meine Nummer und dann machen wir WhatsApp-Freundschaft und dann schickst du mir da, dass ich mich damit nochmal befasse. Weil ich habe das ganz vergessen, ehrlich zu sagen, hat mir der Feind weggeraubt. Ich kann mich erinnern, in diese erste Serie, diese Dawa Märchenstunde, das war der erste Teil. Wreda, warum macht sie das nicht mehr? Habt ihr aufgehört nach vier Episoden, was ist passiert? Nichts, Bruder, ich bin nicht mehr so aktiv gewesen in letzter Zeit. Ich habe Pause gemacht, weißt du? Okay. Und der Herr hat ja Matthias Pause gemacht und dann habe ich Pause gemacht. Aus persönlichen Gründen, okay. Ja, genau. Und weil ich wollte auch nicht mehr darum diskutieren, Bruder. Ich meine, schau mal, ich komme da rein und ich werde angegriffen in eigene Ströms ab und zu. Das ist vielleicht... Und dann denke ich... Das sind große, massive Angriffe, Bruder, ja. Heute auch, weißt du, gehe hier so, Babu. Alles super, habe meinen Kaffee gemacht und mich hingesessen, weißt du? Ja. Ein nach dem anderen. Du heisst Jude. Du bist so, du bist das, du bist dort. Ja. Ja, Salom zusammen. Guten Abend. Wie geht's Stefan? Alles klar? Guten Segen. Ja, alles klar. Guten Segen. Soweit es geht. Ne, ich wollte gerade nur, wo ich jetzt gerade reden höre von wegen Pause, da wollte ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie da wurden von dir irgendwie auch Konten gesperrt? Konten gesperrt? Ja, pass auf. Ich sage das jetzt nur deshalb, weil mich haben Leute hier privat angeschrieben. Die sagten so, hey, Röde, weißt du, was mit wieder locker ist? Der kommt irgendwie nicht mehr und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe dir mal. Und irgendwie konnte ich dir auch gar nicht schreiben. Also du warst bei mir so ausgegeben. Ja, aber mein Konto deaktiviert, Bruder. Ja, okay, gut. Ich habe eigentlich, ich habe gedruckt gelöscht, aber es geht ja 30 Tage, bis es gelöscht wird. Ah, okay. Alles klar. Und nachher bin ich gekommen, dann bin ich raus und dann immer 30 Tage, weißt du? Ah, okay. Ich habe gedacht, komm, bleib da. Ja, also es gab, glaube ich, schon Leute, die sich Sorgen gemacht haben um dich. Ja, alles gut. Wie geht's das, Leute? Wie geht's das? Wieder, deswegen sind wir keine Freunde mehr in TikTok, weil du dein Konto gelöscht hast. Ich konnte ganz sein, Bruder. Ah, genau, weil ich auch nichts gefunden habe, Bruder. Befreundet in TikTok und dann warst du auf einmal weg von meiner Liste. Genau. Ja, ich wollte TikTok aufhören, Bruder. Okay. Achso. Ja, Bruder, schau mal, heute war das beste Beispiel, Bruder. Ich komme da auf TikTok gemütlich. Und dann kommen die Leute und greifen mich einfach ein. Wie verrückt. Schau mal. Ja, was erfartest du, Bruder? Du bist der Erste, der in TikTok kamst und natürlich, dass du bekannt bist. Und dass die Leute... Die Freunde nicht im Norden, dass kleine Kinder in Israel sterben, dass unschuldige Menschen sterben. Und er hat mich schon beschuldigt, in dem Sinne, dass ich Juden hasse und alles Mögliche. Ach, wieder. Soll ich dir mal was sagen? Ähm, als diese ganze Sache da jetzt wieder losging, ne, mit Israel und Palästina, das hat mich auch getroffen. Weißt du, weil ich mich auch gefragt habe, wie soll ich die ganze Sache jetzt sehen? Und, ähm, ja. Ich hab den Jannis da auch mal privat geschrieben. Ich wollte eigentlich mal mit ihm telefonieren. Ich hatte aber tatsächlich auch nur einmal probiert anzurufen. Ist der Jannis dann verhindert gewesen, ist nicht rangegangen. Dann hab ich's auch nicht mehr gemacht. Also, ich kann das verstehen. Das ist natürlich auch echt eine unschöne Kiste, die da abläuft, ne. Also, es ist schon hart, ne. Mich hat das auch ein bisschen durcheinander gebracht. Aber deswegen, ich fand das dann auch ein bisschen merkwürdig. Die einen Leute mussten dann ganz krass auf der Seite sein und ganz krass auf der Seite. Aber, naja, wollen wir mal hoffen, dass dann am Ende alles gut ausgeht. Ja, Brüder, meine gibt es ja noch Leute hier. Also, die, ob ich es da mal oder was auch immer. Ja, und würde ich habe ja auch mein eigenes Leben. Weißt du? Natürlich habe ich auch. Lebe. Und da muss man auch schauen. Weißt du? Natürlich, bei mir geht's ja richtig rund. Jetzt ein zweites Kind und so. Weißt du? Und ja, ich habe in der letzten Zeit auch so meine Probleme gehabt und so meine Angriffe. Aber ich habe dann, deswegen habe ich auch jetzt viel Abstand genommen von TikTok. Weißt du? Weil ich sag's mal so ganz offen. Weißt du? Deswegen, ich habe dann auch so probiert in den Momenten, das kann ich jetzt auch vielleicht nur so Leuten geben, weil wir haben ja, Janis hat ja vorhin auch viel gesprochen über, ja, der eine redet so und dann gibt's die Leere und die Leere. Also, ich habe es dann für mich so gemacht, wenn ich auf bestimmte Dinge nicht klarkomme und ich bestimmte Dinge nicht mehr sehen kann oder es mir schlecht geht, ja, dann halb Jakobusbrief. Weißt du? Dann gehst du halt ein bisschen über in dem praktischen Machen. Dann musst du halt gucken. Wenn du mit den einen Sachen nicht mehr klarkommst, was kannst du sonst noch tun? Ich habe mich dann halt so auf praktische Dinge konzentriert. Halb zu gucken, was mit meiner Liebe ist und meinem eigenen Umfeld, dass ich da ein bisschen mehr Dinge tue und mich da sensibilisiere. Und ich war ja auch nie irgendwie ein Gemeindegänger oder so, weiß man ja, ich habe ja keine Gemeinde und habe dann auch einfach in letzter Zeit mal so beschlossen, weil ich auch mit vielen Geschwistern privat so die Gespräche hatte. Was machen wir jetzt mit dem Thema Gemeinde? Wo können wir denn hingehen? Und die evangelische Kirche macht dies und die katholische Kirche macht das. Und die Freikirche macht jenes und die Baptisten machen dieses. Und alle sind so verwirrt und ich sage es dir ganz ehrlich. Also ich sage es ganz ehrlich, so wie es ist. Ich bin am Ende einfach hingegangen. Also ich persönlich, weil ich mir einfach dachte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste mal irgendwas tun und habe tatsächlich meine Tochter genommen. Die ist ja fünf geworden und die hatte dann auch Interesse. Und wir sind tatsächlich einfach in die katholische Kirche, in die Messe gegangen. Weil das im Endeffekt immer noch besser ist, als einfach gar nichts zu tun. Weil es da einfach ein bisschen mal in diesen praktischen Glauben reinzukommen. Und wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, dann muss man vielleicht auch einfach mal demütig sein und einfach mal machen und einfach mal dienen und einfach mal in seinem Umfeld dienen. Und einfach mal die Liebe, die einem auferlegt worden ist, auch einfach mal praktizieren. Anstatt immer nur bla 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 zu machen. Also das war so letzte Zeit so ein bisschen mein Credo. Dass ich halt so ein bisschen geguckt habe, was kann ich in meinem Umfeld tun, wenn ich jetzt hier beispielsweise für TikTok keine Worte habe und selber bestimmte Dinge nochmal überprüfen muss, zu meinem Glauben, dass ich das einfach abgebe und einfach das tue, was mir auferlegt worden ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Brüder, dann schau ich noch mal. Ja. Aber ich muss sagen, meine Erfahrung jetzt in den katholischen Messen, also ich habe mich wirklich erschrocken. Es war super leer. Also es waren, glaube ich, mit mir und meiner Tochter nie mehr als irgendwie acht oder neun Leute da. Es war so leer, dass die noch nicht mal mehr vor dem Hauptaltar die Messe gemacht haben, sondern quasi 180 Grad verdreht so einen kleinen Stuhlkreis aufgebaut haben, weil es sich einfach noch nicht mal mehr gelohnt hat, das Licht anzumachen. Also da in dem Gebiet, wo ich wohne. Da hat mich schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ich bin erschrocken. Ich sage Halleluja. Danke, Herr. Du hörst die Gebete. Ich weiß, was du meinst, Janis. Du kannst sagen, Herr Schocken, ich sage Danke, Herr. Ja, ich weiß, was du meinst. Glaub mir, ich habe da auch meine Sachen zu kämpfen. Danke, Herr. Du bringst alles ans Licht. Alles Verborgene bringt der Herr ans Licht. Alle Machenschaften. Ja, ich mache auch nicht bei allen Dingen mit. Weißt du, wenn die Messe vorbei ist und Nini dann auch nieder vor Statuen, dann gehe ich auch raus. Ich finde, es ist mein eigenes Verbindung zu Gott. Richtig, ganz genau. Ich habe gesagt, jeder muss selber an sich arbeiten. Richtig. Und selber für sich, was das Spiel so was. Ganz genau. Und so so geht und die Bibel angeht. Richtig. Aber mein Bruder, wie gesagt, ich habe einfach gesehen, Herr Bruder, da ist jeder gegen jede. Richtig. 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 Wo Sie waren denn, ... Trotzdem, der Film des Schauspieler und der Gladiator und der Schauspieler, jetzt habe ich dich erkannt. Jetzt habe ich dich erkannt. Jetzt hab ich dich. Nein, ich bin ich erkannt. Nee, da bin ich mir ... Aber eben ...利be, weißt du ... Und dass heute haben wir auch gesehen, ich habe mich gefragt, tatsächlich das wirklich wahr ... Weißt du, wir wissen, wie ... Schon, wenn jemand die mir wieder schrieb, weißt du ... Bei dem so über dieses Thema, das wir vorher gesprochen haben mit dieser Dame. Mein darüber ... Und es ist die traurige Sache ... Da läuft er, weißt du? Amin. der Film, der Gladiator, der Schauspieler. Jetzt habe ich dich erkannt. Jetzt habe ich dich. Nein, da bin ich nicht. Aber weißt du, und heute haben wir auch gesehen, ich habe mich gefragt, ist das wirklich wahr, weißt du? Schon jemand, der mir wieder schreibt, weißt du, über dieses Thema, was wir vorher gesprochen haben mit dieser Dame. Und es ist eine traurige Sache, da läuft er, weißt du? Amen. Relle, warst du da? Was meinst du, wann, wo? Du bist wieder, und das anspricht hier das Thema, wo ein junges Mädchen oben war. Warst du nicht drin? Nee, nee, ich bin tatsächlich erst, als du gesprochen hast, wo ich auch der erste Kommentar geschrieben habe, dass jemand erst zugehört. Was ist denn passiert? Das weißt du schon langsamer, diese Dogma haben wir als eine Dogma gemacht, Hebräer 6. Alle Türen sind zu in Himmel und für Jesus, alles ist zu. Diese Lehre. Weißt du, weißt du, Janis, was ich gesagt habe, lese mal den ersten Johannes 2, Vers 25 bis 27. Das habe ich genau deswegen gewollt, dass das jemand vorliest. Weil wir haben ja schon früher darüber gesprochen und ich finde, das gibt so viele Lehren und so viel Durcheinander, dass man einfach das Ziel vergisst. Deswegen muss man einfach mal merken, dass man selber einen Heiligen Geist bekommen hat. Und der Herr Jesus Christus, das ist meine Erkenntnis auch in letzter Zeit gewesen, egal wie ich mich gefühlt habe. Der ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Das heißt, er wird nicht aus seiner Hand geben. Er wird nicht aus seiner Hand geben. Und selbst wenn irgendjemand, der mal ein bisschen durcheinander wird von diesem ganzen Hin und Her, was bleibt mir dann über? Das ist genau das, was ich meine. Dann müssen wir einfach mal wieder demütig werden. Ein bisschen vielleicht ins Praktische gehen, wenn wir mit dem geistig nicht mehr klarkommen. Und am Ende der Zeit bin ich mir sicher. Und die Sicherheit musste ich mir auch erstmal wiederholen nach den ganzen Sachen, die in letzter Zeit mit mir auch geistig passiert sind. Der Herr Jesus, der Vollender ist. Ich werde das nicht machen. Ich werde das nicht vollenden. Das wird der Herr Jesus mit mir vollenden. Der wird schon wissen, wie der das zu Ende führt mit mir. Also worüber soll ich mir das tun? Wir haben auch unsere Teile aber zu machen. Unsere Teile ist auch, es ist eine Wille zu bleiben. Natürlich ist das richtig. Das geht nicht alles automatisch, weil Gott ist kein Zauberer, dass er von oben etwas... Weil viele erwarten, dass der Herr irgendwie so handelt. Ah, ja, der Herr wird das machen, der Herr wird das machen. Nein, wir sollen auch etwas tun, sagt der Herr. Wir müssen auch mit Gott zusammenarbeiten. Ja, natürlich. Mit dem Heiligen Geist. Und Entschuldigung, Rölle, Jerry hat vor ein paar Tagen... Jerry, wann hast du bitte gelesen von Epheser? Die Gemeinde in Offenbarung hat Jerry gelesen, die letzten Tage. Ich glaube, bei dem Live beim Wider, wo wir waren. Da hat Jerry gelesen über die Gemeinde in Ephesus. Da sagt der Herr, ich habe etwas gegen dich. Du hast die erste Liebe. Verloren, ja. Verlassen. Nicht verloren, sondern verlassen. Verlassen, genau, richtig. Verlassen ist eine bewusste Handlung von uns selber. Und verloren ist etwas, was wir nicht bewusst gemacht haben. Es ist verloren. Aber wir lesen, du hast die erste Liebe verlassen. Und wir haben dieses Thema mit Jerry und Wider angesprochen. Und dann haben wir verstanden, die erste Liebe zum Gott und zu deinen Geschwistern hast du verlassen. Du hast dich früher ganz anders mit deinen Geschwistern verhalten. Du hast sie mehr, die ist mehr für sie da gewesen. Auch in ihrem Glauben sind die Gemeinde lebend. Und das wurde zu Gewohnheit. Und die Gastfreundschaft ist nicht mehr vorhanden als selbstverständlich und und und. Und dann haben wir verstanden, alle, die haben wir nicht verloren, die haben wir verlassen. Und öfters hat Wider und Jerry gesagt, keiner kann dich von meinen Händen nehmen und dies und jenes. Aber du kannst auch diese Herde verlassen, umkehren wie ein rebellisches Lamm und davon machen und versuchen dein Glück woanders. Weil wir lesen. Verstehst du, wie ich meine? Das muss man immer in diese kleinen Worte versteckt sich viel Kraft und Macht. Wir konnten diese Leute die erste Liebe verlassen. Also bewusste Handlung. Sie wollten und sie haben das gemacht. Welche Liebe haben sie verlassen? Die Liebe zu Gott und die Liebe zu ihren Geschwistern. Die erste Liebe. Aber man muss natürlich auch eine Sache bedenken, die mir auch bewusst wurde. Der Herr, der wird 99 Schafe stehen lassen, um das eine Verlorene auch zu suchen. Und dann dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Das sagen wir auch. Ich wollte das jetzt nur sagen, ich merke das im privaten Bereich mit Leuten, mit denen ich ja über die Jahre zu tun hatte. Sag ich mal, die sich so ein bisschen auf mich stützen, wenn sie mal Fragen haben. Dass da viele Leute bei sind, die auch wirklich in so eine Verlorenheit kommen. Und die dann wirklich für jeden Pups, den sie machen, wirklich überlegen, ob sie das jetzt gleich in die Hölle schmeißt. Ja. Und das ist natürlich auch ziemlich krass, wenn man da wirklich so echt so seine Hoffnung verliert, ne? Ja, ja, ja. Das ist dann das andere, das Übergeistliche, wo wir sagen, für jede Pinkelichkeit sind sie überall Dämonen. Jede Furz ist eine Befreiung und jeder Rübsen ist eine Dämon rausgekommen. Haben wir diese Gespräche gehabt letzte Woche? Ja, Arele. Du sprichst das alles an, die Themen, was wir letzte Woche gehabt haben. Interessant. Ich sag mal so. Ich bin ja sowieso der Meinung, das habe ich auch oft in Predigten gemerkt, wenn man jetzt mehrere Pastoren und Gemeinden so verfolgt, dass es oftmals so ist, dass in demselben Zeitraum die selben Sachen thematisiert werden. Deswegen habe ich ja immer die Meinung, dass viele Dinge vom Geist so geführt werden, dass überall immer die gleichen Geschichten ankommen. Für mich hat sich das schon lange so ergeben. Wie oft habe ich schon mal irgendwie einen Gedanken gehabt und dann fange ich an, Römer zu lesen und dann plötzlich kommt der Pastor, der nicht immer guckt und redet über das Kapitel in Römer und der Kollege spricht dann Römer an und dann wird bei TikTok Römer angesprochen. Und das merkt man ganz oft. Janis. Ja, bitte meinst. Ich habe eine Frage. Diese Leute, die das immer verkünden, einmal gerettet, immer gerettet, brauchen die Gebete überhaupt? Gute Frage. Sehr gut. Und diese Frage hast du auch gestellt oder wie hast du das gesagt? Du oder wer war der? Oh nein. Oder du warst das oder wieder, wo er gesagt hat, die Predigten einmal errettet, immer errettet, aber für die anderen Leute gibt es keine Rettung, die errettet worden sind. Ich habe gesagt. Und wir haben ja mit wieder dieses Gespräch letztes Mal gehabt. Nein, nein. Die haben die Predigten einmal gerettet, immer gerettet, aber dann sagen die Hebräerbrief, ja, man ist verloren gegangen. Ja. Also was denn jetzt? Genau das letzte Jahr, Jerry. Der läuft. Einmal verloren, immer verloren. Entschuldigung. Ja, das ist die Frage. Was verkünden sie denn? Für die Zuhörer, wir machen auch ein bisschen Spaß da rein. Ja. Nicht, dass sie alles in goldener Waage jetzt nimmt. Ein bisschen, wenn wir lachen. Okay. Aber so spaßig ist das Thema eigentlich gar nicht, weil genau dieses Thema... Wenn er uns immer errettet, wenn wir... Das ist so, wie ich das erlebt habe. Seit zwei Jahren kaum wird das Witzel, dieses Thema auch. Ja, ja, aber das ist trotzdem ein Riesenthema hier. Also das bringt ja wirklich viele Leute echt mega durcheinander. So, ich kann dir wirklich echt nur sagen, ich habe ja dann selber für mich gemerkt, dass für mich dann so bestimmte Dinge jetzt hier online einfach so wirklich keinen Sinn mehr haben. Weil das für mich teilweise mehr Wirrwarr und Verwirrung ist, als das noch einen Nutzen hat. Und das merke ich ja, wenn ich... Ich habe ja Leute im Umfeld, die kommen zum Glauben. Die lassen sich taufen. Und dann haben die fünf Abos bei TikTok. Und dann schreiben die mich an und sagen, der hat das gesagt. Und 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 was mache ich denn jetzt? Also manchmal denke ich mir wirklich... Man müsste vielleicht selber mal drüber nachdenken, ob man hier noch weiterspricht oder nicht. Und sich selber mal prüfen. Was bringe ich denn eigentlich hier? Bringe ich jetzt hier Positives? Und dann bringe ich hier wirklich nur ein komplettes Durcheinander. Da muss man vielleicht dann manchmal auch einfach aufhören. Absolut. Und du kannst Leute damit in die Psychiatrie bringen mit solchen Sachen. Du kannst Leute wirklich so weit verwirrt, dass sie verrückt werden daran. Und an Gott soll niemand verrückt werden. Gott will Heilung. Gott will Rettung. Gott will, dass die Leute machen, was er sagt, und ihm folgen. Und einfach gerettet werden und nicht verloren gehen. Das ist ganz, ganz böse, was hier gespielt wird. Ich weiß nicht. Amen. Amen. Ja, richtig. Aber wenn ich das verkünden will, wenn ich Jesus verkünden will, wieso verkündige ich gleichzeitig auch, ach ja, die Christen sind ja gleichzeitig auch abgefallen und sind nicht... Wie funktioniert das hier? Versteht ihr, was ich meine? Bruder nochmal... Ich kann doch nicht gleichzeitig sagen, ja, kommt zu Jesus, damit ihr gerettet werdet. Und dann sage ich gleichzeitig, ja, aber ihr Christen seid verloren gegangen. Ja, was denn jetzt? Exakt. Exakt. Und das ist manchmal, was ich gesagt habe, ich habe das mal zu einem Bruder gesagt, da habe ich auch gesagt, guck mal, was machen wir jetzt aus dieser Lehre? Wir gehen zu den Muslimen, die in der Werksgerechtigkeit leben. Ja? Und sagen denen, nur Jesus Christus, da ist dein Heil, da ist deine Gewissheit. Wir konvertieren die mit Heilsgewissheit und dann gibt es Brüder, die sagen, ja, aber die sagen, alle verloren, ihr seid verloren. Ja, genau. Genau das mache ich doch. Weißt du, dann macht es keinen Sinn mehr. Dann macht es keinen Sinn mehr. Verstehst du? Dann macht es keinen Sinn mehr. Und deswegen bin ich der Meinung, mittlerweile auch mit den Sachen, die ich in letzter Zeit noch gelesen habe, weißt du, vielleicht wirst du gerettet mit knapper Not. Und mit ganz wenig Schätzen, die du dir gesammelt hast, ne? Aber hör mir doch nicht auf, dass du wegen jedem Pups jetzt in die Hölle geworfen wirst. Das ist doch Quatsch. Ja, damit sich niemand rühme, denn er hat es erledigt. Ja, Bruder, jeder mag seine Erfahrungen. Also ich mache meine Erfahrungen auch und bin stolz auf mich und ich danke Jesus wirklich. Ich habe mir aufgegeben gehabt, aber ich bin voll dabei. Und viele, auch viele Christen, die sind einfach so reingeborene Christen, die nie die Bibel gelesen haben. Und klar, dann sind sie verwirrt, weil ich habe von dem was gehört, ich habe von dem was gehört. Aber in meinem Livestream bin ich so froh, weil bei mir, egal ob es sind Orthodoxen, ob es sind Protestanten oder egal wie derjenige, der glaubt an Jesus Christus, dass er Gott ist, dann sind in meinem Livestream, wo wir alle zusammen sind. Und das ist auch schön so, dass, ja, Entschuldigung, ein bisschen ergeltet. Aber wie gesagt, dann immer auch meine Erfahrungen so mit den Muslimen. Das ist total eine andere Welt mit denen, weil die kommen immer so mit Lügen und mit Schimpfen und mit hin und her. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir so alle Christen hier zusammen sind. Und viele Christen sind dankbar, wirklich, wenn wir die Bibel lesen und denen erklären, weil wie gesagt, die haben nie die Bibel gelesen, die sind so einfach Christen geboren und denken, naja, ich bin ja einfach so Christ, aber Christ mit Papieren. Und dann lernt man. Ich habe auch viele Sachen gelernt, die ich nie gewusst habe, immer noch heute. Und zu lernen, müssen wir nicht schämen. Und viele, zum Beispiel, wenn kommen und dann, ja, was weißt du? Und dann fangen sie an zu schimpfen und ich weiß mehr als du. Sagen, naja, gut, du weißt mehr als sie, dann ist alles okay, dann erklär mir das. Ja. Und das ist das, diejenigen, die versuchen, besser als die anderen zu sein, dann geben nach. Wieso? Weil die versuchen das. Und diejenigen, die sind mit der Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Ist es selbst der Gott? Der sagt die Wahrheit. Und genau dann diese Wahrheit, der hilft uns, der unterstützt uns. Und der ist mit uns. Und wenn ich dann noch eine Sache zu anmerken darf, ne? Entschuldigung, gleich hier zu beobachten. Guten Abend. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ne? Egal, wer jetzt was sagt. Und selbst wenn jetzt der größte Bibellehrer ist, auch der weiß, weil die Schrift hat nämlich sagt, dass auch seine Erkenntnis ein Stückwerk ist. So. Dann seine Erkenntnis ist ein Stückwerk. Und wenn ich dann lese, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 25-27, dass wir es im Prinzip, ich meine, das ist jetzt krass gesagt, aber das steht ja so da, nicht nötig haben. Dann wird uns jemand belehrt, weil wir den Heiligen Geist bekommen haben. Dann kommt mir wieder der Vers in den Sinn, dass der Herr Jesus, der Anfänger, zu dem wir gekommen sind, dem wir uns unterworfen haben, dem wir die Schuld bekannt haben, wo wir Buße getan haben und der uns reinigt von aller Schuld, ja? Auch der Vollender sein wird, auch wenn wir nicht die komplette Erkenntnis haben, weil die hat nämlich niemand bis alles passiert ist, ja? Der wird es auch mit uns zu Ende führen. Der wird es mit uns zu Ende führen. Ich bin mir sicher, selbst wenn der es mit manchen Leuten auf dem Sterbebett zu Ende führt, dass er es zu Ende führen wird. Amen. Weil er hat das gesagt. So, und guck mal, wir nehmen uns jetzt mal raus vor dem Christus. Guck mal, der Christus ist entsprungen aus welcher Linie? Aus der Linie Davids, der die ganzen Zalme verfasst hat. Und David, sagen wir mal ganz ehrlich, der ist auch in so manches Fettnäpfchen getreten. Aber am Ende, ja? Und die waren ja teilweise groß, die Fettnäpfchen. Was hat er gemacht? Er war Buß-fertig. Hm? Das hast du Janis vorhin auch erwähnt, über David. Janis? Genau, so ist es. Ja, du hast doch vorhin auch über David erwähnt. Ja, haben wir das Gespräch auch gehabt, ja? Ja, siehst du, das ist doch schon mal wieder sehr merkwürdig, oder? Wieder? Warum sind, äh... Ah. Magst du das in den Kommentaren? Sprichst du das aus? Shalom, Judy. Wie geht's dir immer wieder da? Alles gut. Gott sei Dank. Ich hoffe euch, geht's auch gut? Danke, gut. Gott sei Dank. Aber jetzt wird es nicht gut sein. Gute Segen, Bruder. Gute Segen. Gute Segen. Judy, hast du welche Fragen über Christentum? Kann man dir helfen? Oder bete für mich? Amen. Wir werden beten. Hast du mich groß gemacht, Jerry? Habe ich dich groß gemacht? Nein, habe ich nicht. Jemand andere macht das, ich weiß nicht, wer das war. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Ihr seid alle groß. Vom Herrn seid ihr alle groß. Ja, nein. Ich habe das voll vermisst, ja, Jerry? Was denn? So ein Stream. Ja, du warst schon lange nicht mehr live. Ja, ich verlinke dich auch nicht mehr live gehen. Aber ich wollte immer kurz hochkommen, aber ich würde sagen. Ja, das freut uns. Danke. Also, wieder, du musst dich klein machen, damit ich Gitter wechsle. Aber ich sehe sowieso keine Frage. Okay. Ich meine für die Zukunft. Vielleicht in der Vektor. Ja. So. Ja. So ist es besser? Ja. Aber Hauptsache, man liest den Chat noch. Man kann alles noch lesen, Bruder. Ja. Ach ja. Ja. Ja, also war heute eigentlich ein schönes Stream. Mir hat es gefallen. Das war es auf jeden Fall. Willst du beenden? Nein. Ich sage es nur. Ah. Bis jetzt meinst du. Ja. Man muss versuchen, alles in Ruhe zu schauen, zu lesen, zu erklären. Ich habe ein paar Streams gesehen von dieser Person. Babu, Babu. Babu. Ist der, was ist der? Ist der gläubig oder was ist der? Der ist nicht gläubig. Er ist ein Kaffer. Ist ein Kaffer. Was bedeutet das? Ungläubiger. Ein Kaffer. Wie ich, wie ich, Janis. Nein, nicht wie Judy. Judy ist auf einem anderen Weg. Kann nicht wie Judy sein. Judy ist, äh, ist nach Liebe. Er ist auf jeden Fall Ex-Muslim und glaubt an gar nichts. Ich weiß nur, ich weiß eins, dass Judy den Herrn Jesus Christus liebt. Das ist schon ein anderer Weg. Oh, das ist so. Ich liebe euch alle. Habibi Jesus. Danke, wir lieben dich auch in Christus. Danke für mich, Bruno. Ich wollte halt, äh... Magst du erzählen? Wer ist Judy? Wer hat gerade geredet? Oh, bin gut. Ich rede. Magolos, ich hab dich gefragt. Wenn du magst. Wenn nicht, dann ist alles gut. Hier, zeig. Sag mal deine Frage. Max, war es deine Glaube Richtung früher? War vielleicht von deiner Person? Ich war Moslem. Du warst, du warst, du warst. Ja. Ah, okay. Judy ist ein starker Kämpfer. Ach, ich mehr. Sag dir, Judy, an was glaubst du oder was sagt dein Nichts oder irgendwelche... Was sind das? Also, momentan, momentan, ähm, ich springe von Bibel zu Koran, von Koran zu Bibel, ja. Ich hab mir vorgenommen, das nochmal alles komplett durchzugehen, ne? Auch auf die Suche bist, auf den Weg. Ja, ja, ähm, ich lese halt den Koran, ohne jetzt mir irgendwelche Gelehrte anzule, durchzulesen, wie die das erklärt haben und so, die ist das... Ähm, ich versuche das so zu verstehen, wie ich das verstehen kann, ja. Und ich will schauen, ob das mich überhaupt noch überzeugen kann, ja. Aber weißt du, Judy, dass im Koran steht... Mit Versen und so weiter arbeitest du daran, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Weißt du, dass im Koran steht, dass Jesus die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist? Ja, dass Jesus die Wahrheit ist, im Koran steht es. Welche Vers? Oh, jetzt muss ich dir das suchen, Alter. Du weißt, du weißt, Judy, gegen mich kannst du nicht debattieren. Ja. Ich hab dich wieder locker und sechs, sieben anderen Christen in einem Stream innerhalb halber Stunde alle widerlegt. Der macht sich selbst groß, so ein kleiner Christen. Machst du nicht mehr Solo? Ne, gut, gut. Ja, wir machen auch ein bisschen Spaß. Guti, wie hast du sie widerlegt, mit welcher Bibel Versen oder mit welcher Koran Versen? Mit dem, was sie gekommen sind. Markus, stell mir jetzt die Frage mit einem 70-40. Jetzt mach mal. Dann wirst du sehen, was Judy dir sagt. Judy, ganz kurz, bevor wir hier Debatte machen, ne? Also ich wollte mit mir debattieren jetzt. Ich will dir mal kurz ein Vers geben, oder? Ich will dir mal einen kurzen Vers geben. Vielleicht hilft er dir, ja? Okay? Pass auf, das hat der Herr Jesus gesagt. Na, das ist Bibel jetzt, okay? Das hat der Herr Jesus gesagt. Das ist persönliche Aussprache vom Herrn Jesus. Denk mal drüber nach. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Denk mal drüber. Ja, mach ich, mach ich. Sehr schön, sehr schön. Judy, darf ich dir was fragen? Ja. Ja, ich, Markus, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, Markus, bitteschön. Wie viel Allah betest du? Wie viel Allah ich anbete? Ja. Nur einen, einen einzigen. Und du schwörst auch an ihn, oder? Ich schwöre nicht auf ihn. Warum? Okay. Weil Allah schwört an jemanden. Wo schwörst du denn? Beim Sura 70, 40. Kannst du mal vorlesen, bitte? 70, 40, ja? 40, ja. Und, und... 47. Weil ich, ich verstehe das nicht, weißt du, ich bin Christ und ich hab keine Ahnung, null. Das ist das mit Osten, Westen, glaube ich, irgendwas da war. Ja, ja. Ja, lest mal vor, weißt du, und dann erklär mir mal, bitte, weil ich... Also, das da sagt, äh, äh, und ich, äh, deshalb schwöre ich, äh, schwöre ich beim Herrn, das Osten und des Westens, ne, dass wir fähig sind. Das meinst du wahr? Ja, ja, lest mal vor, kannst du das... Hab ich doch, hab ich doch. Okay, also, wie war es nochmal? Warte kurz, bitte, ich schau mir kurz noch was an, ja. Ich will dir nicht falsch sagen. Nein, 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 alles gut, alles gut. Bruder Jerry, ich höre immer, das weißt du, in Moschee und so, die Allah, Allah, nur ein Allah, nur ein Allah. Und jetzt plötzlich hier kommen mehrere Allahs und dann denke ich, entweder hat Allah Fehler gemacht bei, beim, sein Buch oder vielleicht machen die Leute Fehler in Moschee. Okay, dass die, die Imame schreien, da Allah, oder so, oder so, jetzt, sie weiß es nicht, wer Fehler macht. Ja, er schwört auf sich selbst. Also, lest mal bitte vor, und dann ganz mir, oder uns... Aber Markus, er hat dir doch geantwortet, er schwört auf sich selbst. Ja, aber was ist mit dem Osten und Westen, habe ich nicht verstanden. Dass er das erschaffen hat, der Erschaffer ist. Ja, steht nicht, er hat das erschaffen. Kannst du mal bitte vorlesen, steht ganz genau. Oh, ja. Jerry, ich sage, ciao, gute Nacht, man sieht sich, ciao, Leute, ich habe mich sehr gefreut. Janis, gute Nacht, viel Spaß und viel Freude. Ich glaube, ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch nicht gehört. Gott, viel Dank. Siehst du, wie schnell der Erste schon geflüchtet wurde. Okay, Judy. Ich komme nicht rein, ja. Judy, abett. Ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Vielleicht kannst du den Vers da vorlesen, oder so. Ja, jetzt, ich habe gesagt, 70, 40, du sagst, ich kann es da vorlesen, jetzt lässt sie 30, 40 oder 40, 70. Einfach mal in Ruhe vorlesen, ist doch kein Problem. Wir stehen nicht vor Gericht, wir müssen jetzt nicht, ist kein Anwalt, kein Staatsanwalt, einfach vorlesen und fertig. Ich lese hier auch seine Übersetzung, andere Übersetzung, ja. Ja, ja, alles gut, alles gut. Warte zu, okay. Warum habe ich die Frage gestellt, weil ihr will das wissen, einfach mal, warum, weil in anderen Livestreams, jeder sagt was anderes und deswegen dann wäre es eine gute Gelegenheit, dass du mal auch ein bisschen deine Meinung äußerst. Aber er hat dir ja die Antwort gegeben, dass er auf sich selbst schwirrt. Ja, Ceri, so wie es da steht in seinem Koran, der hat Antwort gegeben, aber der hat nur gesagt, der schwirrt an sich, aber im Koran steht anderes. Aber er hat es verstanden. Ja, ja. Und, äh. Guck mal, wenn du die Verse da vorliest, weißt du auch, dass es auch um das Paradies geht, ne? Es mag sein, alles gut mit diesem Vers davor. Und davor, aber in dem Vers 39 steht auch, dass er erschaffen hat, was wir nicht wissen, wie du? Und deswegen schwirrt er auf das, was er erschaffen hat. Also er schwirrt auf sich selber, ne, mit dem, was er erschaffen hat. Was sagen andere Muslime dazu? Also was sagen die Muslime dazu? Ja genau, deswegen wollte ich. Also, die anderen sagen, ja, dass der, dieses Zusammenhalt, Westen und Osten zusammen, und andere sagt, ja, dass jemand anderes hat sie geschwört, der andere sagt, ja, der Allah geschwört im All so des Westens. Also ich höre bis jetzt verschiedene Versionen und keine richtigen Version. Bis jetzt habe ich es nicht verstanden. Also ich sage mal ganz hell, jetzt, äh, du hast was besucht, aber wirklich habe ich nichts verstanden. Ich habe nur verstanden, dass du gesagt hast, das schwirrt an sie, fertig. Ja, er hatte doch mal gesagt. Komma, Komma, Komma. Es geht, es geht um das, was Allah erschaffen hat, ja. Und erschwört, 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 also erschwört auf sich selbst mit dem, was er erschaffen hat. Zu sich selbst, schwört, ja. Weil du fährst, wenn du fährst 39 schließt, da steht, da steht, kein, keineswegs, wir haben sie doch aus dem erschaffen was sie nicht wissen also was sie wissen ich schwöre beim herrn der osten und der westen wir haben viel war die macht dazu dass wir sie durch besseres bessere als sie austauschen und niemanden kann uns zuvorkommen okay darf ein beispiel nehmen sagen wir mal so wenn zum beispiel du oder ich jetzt die als markus dann habe heute einen schönen tag habe gearbeitet sage ja gut weiß ja ich bin stolz auf mich aber ich sage es nicht ich für auf mich und ich sage es nicht ich führe mich auf markus des westens und des ostens ich kann sagen ja ich bin stolz auf mich das wäre vielleicht der beste version und und deswegen habe ich es nicht verstanden wieso mit dem westen und osten das ist mir nicht klar okay mit der ist okay aber mit dem westen und osten habe ich noch nicht kapiert ja das ist arabisch muss man so müssen das arabische schrift reingehen aber trotzdem selber ich selber so jetzt nicht jetzt dass diese fährst du jetzt ein problem sein könnte also steht nichts daran also was schlimm sein könnte wenn er alles gut weil da auch mit den muslimen weil ich die sagen ja der in koran ist darf man nicht was weiß sie anders sagen das ist von von allah und da spricht allah und dann habe ich gefragt okay wenn es aber spricht dann wieso spricht da was so was weiß ich meine ich weiß doch ich weiß nicht ob du mich kennst in der juli und so kennen mich ich habe doch ein paar monate ja ich habe auch paar monate lang so versorgen koran mich damit beschäftigt streams und so die ist das immer versucht habe dass mir muslime das klären ja man hat mal gute man konnte sich mal gut unterhalten und so die ist das mal kann das streitereien zu beleidigungen zu drogen und so ließ das alles ich konnte den vers aber also ich habe nie so einen grund gesehen diesen vers so für ein moslem zu verwenden weil der ist nicht so schnell ich muss ehrlich sagen ja klar klar aber weißt du zum beispiel die als als christ jetzt wenn ich sowas was was lesen dann sage ich tu warte mal stimme was nicht und weißt du auch noch was bei bei 33 19 dass der abel allah hat eine religion und der islam also da da komme ich nicht klar sag mal ganz ehrlich nicht wegen wegen jetzt sie als christ dass ich sage ach so jetzt und und stell mal die frage andersrum sage guck mal wenn der jesus gesagt hätte also ich habe eine religion und dann dann hätte auch was bedeutet was bedeutet ist erstmal musst du wissen was bedeutet islam und das ist das ist was anderes was bedeutet aber wenn der allah hat eine religion wie jetzt von von anfang an allah hat er gesagt ihr habe eine religion und der islam stellen wir mal die frage hand ist das ist eine friedliche k aceite wetter mal kurz wenn der jesus gesagt wenn er was noch mal 3 19 3 19 319 wie in dem liebden denn gott ja Nee, nee, warte mal, warte. Also, alles, alles, alles easy. Jetzt. Allah ist allmächtig, Allah ist der Beste, Allah ist der Größte, Allah ist der Wissende. Okay, dann warum sagt Allah, ich habe eine Religion und ich ist Islam? Warum? Der Pofto kann nichts sagen, der kann sagen, ich bin der Allah, ich bin der Beste, ich bin cool, ich kann machen alles, was ich will und der Pofto kann nicht sagen, ich habe eine Religion, oder? Da steht... Kosovo, Koppel, Burscht, Sagar, Burscht. Ich weiß, was da steht. Ich kenne den Vers. Da steht wahrlich, die Religion vor Allah ist Islam. Ja. Ja, was heißt denn Islam? Nee, 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 das hat mit dem Bitten, das hat mit jetzt Islam nichts zu tun, auch wenn das wäre dünner oder auch wenn es wäre was anderes. Markus, erlitt, du musst, Markus, er versteht Arabisch, verstehst du? Ach so, ja. Ja, aber erklärt mir, was bedeutet Religion und was bedeutet Islam? Okay. Und dann... Spisch Islam. Ja, was bedeutet Religion? Guck mal, Religion, was ist das, was die Muslime, sag ich mal, folgen, folgen? Das ist der Islam. Ja, eine Art Gesetz. Eine Art Gesetz. Ja, und das ist der Islam. Und was bedeutet Islam? Und diesen Islam anzunehmen, was muss man machen? Du musst bezeugen, dass es nur einen Gott gibt, das ist Allah. Und? Und das macht Allah aber auch. Warte, warte, warte. Warte, warte. Und dass Mohammed sein Gesandter ist. Aha. Und, okay. Und was Markus meint, wann hat Moses bezeugt, dass Mohammed ein Prophet ist? Das ist jetzt die Frage. Wann, wer hat was bezeugt? Wann hat Moses zum Beispiel bezeugt, dass Mohammed ein Prophet ist? Wenn Islam seine Religion ist? Genau. Was bedeutet Islam? Was bedeutet Islam? Das muss ich doch erst mal verstehen. Ja, Unterwerfung. Ja. Ergeben. Gott ergeben. Also ergeben. Man ergibt sich Gott. Und erwirft sich Gott. Ja. Und da wirst du dich nicht denken. Bruder Jerry, darf ich mal kurz, bitte. Nur ganz kurz. Also nochmal, Judy, nochmal, bitte. Warte, warte, bist du nicht, bist du nicht der Langweiler? Judy, nochmal. Nein, 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 frag, antwort, erst mal bist du nicht der Langweiler? Ja, wie, was hat mit dem, mit dem jetzt? Nochmal, wir reden über Allah nicht. Warte, warte, kurz, du bist doch Langweiler oder nicht. Sag doch ja oder nein. Hör mal zu, was hat mit Langweiler jetzt? Wir reden über deinen Allah. Ja, du bist doch Langweiler. Ja, hör zu, hör zu, deine Allah. Was er sagt. Wenn dein Allah alle mächtig ist und nicht der Böste, der Größteste, der kann alles machen. Wozu braucht er eine Religion? Der braucht doch gar nichts. Der sagt, ihr bist Allah, ich kann alles machen. Der braucht nicht Islam, der braucht nicht Christentum, der braucht gar nichts. Der sagt einfach, wenn ihr sagt, der kann alles machen. Wieso sucht er aus, den Islam? Das ist doch logisch. Denk mal nach. Denn Gott sagt auch, wer mich annimmt, das ewige Leben oder nicht. Warum sagt er das? Ja, wie, was hat jetzt mit dem zu tun? Mein Gott hat nicht gesagt, meine Religion ist Christentum. Wartet doch, ganz kurz, ganz kurz, bitte. Mein Jesus Christus hat es nicht gesagt, ich habe eine Religion und meine Religion ist Christentum. Hat nicht gesagt, nie. Okay, okay, okay. Wie heißt denn Gott? Ja, jetzt, wie heißt er dein Gott? Jetzt willst du mit mir spielen, mit dieser Takija, mit Altar 4. Ja, wie, äh, ja, der Gott ist, ja, ich weiß doch, aber wenn der so fängt, dann, Bruder Jerry, warte mal kurz. Ich kenne viele Ex-Muslime, die in meinen Livestream kommen und die sind richtige jetzt Christen und wirklich, so mit dem Herz. Aber ich kenne auch viele, die so angeblich, als aus Islam ausgetreten und so irgendwie, naja, ich bin auf der Suche. Aber in meinem Herzen ist immer noch, vielleicht unbewusst oder bewusst, der Islam drin geblieben. Und deswegen, wenn der Neutral so wäre und ist dann ausgetreten aus Islam und ich habe nichts, was Falsches gesagt. Und ich habe nur gefragt, was steht in, 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 in Surat 3, 19, wieso hat Allah eine Religion? Weil für mich, wenn ein Allah ist der Größte, ist alle Wissenden und der kann alles machen, der braucht keine Religion. Nur diese Stelle, Allah braucht keine Religion. Da bleibe ich, jetzt egal, kannst du, wer ist dein Gott, wer ist Marcolos, wer ist da, wer ist da? Ja, ich möchte das nicht wissen, nur warum braucht Allah eine Religion. Nur da, Marcolos, darf ich jetzt reden? Jerry Jay, lass mich mal bitte mit Ihnen, Marcolos. Erklär, guck mal, du willst dich mit mir unterhalten, oder? Du hast jetzt ein Fest erwähnt, ja, und du willst dich darüber mit mir unterhalten. Du stellst mir Fragen, ich versuche dir die Fragen zu beantworten, ja, indem ich vielleicht dir auch Gegenfragen stelle. Wenn du nicht bereit bist, auch meinen Gegenfragen zu zu antworten, dann brauchst du auch mir keine Fragen zu stellen. Dann frage ich dich doch, guck mal, da steht, dass der Islam die Religion bei Allah ist. Ich frage dich, was bedeutet Religion und was bedeutet Islam? Okay, diese Frage habe ich dir erzählt, du fragen gestellt, hast du nicht geantwortet, weil damit du den Vers verstehst, musst du erst mal wissen, was bedeuten diese zwei Wörter. Und dann frage ich dich, wie heißt dein Gott? Du sagst, Jesus Christus, ja? Du sagst, mein Gott hat nicht gesagt, meine Religion oder so ist Christ. Aber wenn du Jesus angenommen hast und dich getauft hast und alles verstanden hast und was weiß ich was, dann bist du was? Ein Christ. Richtig? Du nennst es Glaube? Also, wenn du fertig bist, sagst, ich bin fertig, dann rede ich, okay? Ich bin fertig, du kannst reden. Bitte unterbreche mich nicht. Mach ich nicht, gar nicht. Mach, rede. Hier, ich gehe auf Sturm. Guck mal, wie schön du hast gesagt. Du hast gesagt, was bist du? Natürlich, ich sage es, ich bin ein Mensch. Ich sage es, ich bin ein Christ. Aber ich habe ein christlicher Glaube. Aber Jesus sagt nicht, ich habe ein christlicher Glaube. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Immer noch, entweder hast du es nicht verstanden oder willst du es nicht verstanden. Das sind zwei Sachen. Nochmal. Jesus Christus, wenn er gesagt hätte, ich habe eine Religion und das ist Christentum, dann hätte er auch gefragt, gesagt, warum sagt er sowas? Das ist doch logisch, für meine Logik. Vielleicht bist du besser als sie, vielleicht hast du eine andere Logik. Aber wenn der Allah alle mächtig ist, alle wissend, der kann alles machen, hat Erde schaffen, hat Menschen, alles. Wozu braucht der eine Religion? Entschuldigung, ich habe mich erkältet ein bisschen. Ja, wozu? Nummer eins. Nummer zwei. Wenn der auch den Islam, sozusagen als Religion, wozu hat dann diese ganze Geschichte mit Jesus und mit Christen und mit alles, obwohl heute gibt es mehr Christen in der Welt als Muslime. Also das heißt, auch wenn es sowas wäre, dass Allah eine Religion von Islam hat, immer noch sind die überzahlte Christen. Also da stimmt sowas nicht. Okay, jetzt bist du dran. Du hast nicht geantwortet, was Islam bedeutet. Also wenn, wenn, Entschuldigung, bin ja geklärtet. Ja, also wenn du sagst, was Islam bedeutet, du weißt es schon, dass Islam... Ja? Unterwerfung... Was ist daran, was ist daran schlimm, dass die Religion bei Allah Islam ist? Islam bedeutet ergeben. Also, ich kann es verstehen, wenn du sagst, meine Religion ist Islam. Aber ich kann nicht verstehen, dass Allah hat eine Religion. Weißt du, wie oft mir Christen gesagt haben, ey Judy, geh auf die Knie. Also, geh auf die Knie, geh auf die Knie, geh auf die Knie, geh auf die Knie, ja. Und bittet zu Gott und er wird sich dir offenbaren. Er wird sich dir zeigen. Er wird dir schon ein Zeichen geben, was auch immer. Ja? Ja. Wenn du dich, wenn du dann auf die Knie gibst, ne, fühlst du dich her vor Gott nieder. Richtig? Also, also nochmal. Tust du das jetzt? Nein, beantworte doch. Tust du das oder nicht? Ja, wie beantworte? Ich antworte, wie ich will und nicht so, wie du dir willst. Jetzt warte. Bist du fertig? Wirfst du dich vor Gott nieder oder nicht? Ja, bist du jetzt fertig? Weil wenn du spielst, hör zu. Und bitte, wenn ich spiele, dann hörst du mir auch zu. Ist das okay? Und hier sind wir nicht, dass du fragst und das sind die Antworten, deine Wünsche. Okay, nochmal. Wenn der Jesus gesagt hätte, ich habe eine Religion, dann hätte er auch gefragt als Christ. Warum, sagt er. Aber dein Allah sagt, ich habe eine Religion und der ist Islam. Jetzt nochmal. Warum, wenn der Allah der Größte, Allermächtigste ist und hat eine Religion und diese Religion, wo der Allah hat, folgen nicht alle, sonst Mehrheit sind Christen. So, Nummer eins. Nummer zwei, wenn du mir fragst, sagst, ja, gehst du in die Knie? Also, jetzt. Ich gehe nicht auf die Knie beten, ich kann auch beten, so wie ich möchte. Wo ist das Problem? Warum muss ich nur auf die Knie gehen? Dann habe ich mich alle Christen verarscht. Nein, 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 die haben die nicht alle Christen verarscht. Natürlich haben die mich dann verarscht, weil du so sagst. Guck mal, ich war heute ein Kaufen. Ja, ganz lang. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte kurz. Es steht da, steht da, dass die Religion bei Allah, Islam ist richtig. Ich hatte gesagt, erst mal muss man verstehen, was das Wort Religion bedeutet und was Islam bedeutet richtig. Wirst du mir sagen, Jesus in der Bibel, ja, in der Bibel wird nicht geschrieben, wie du glauben sollst. Ja, und da wird dir auch nicht gesagt, wer Gott ist, ne, und wie du zu Gott beten sollst und wie du sein sollst. Und was Gott von dir möchte? Allah sagt, für ihn, für ihn, für ihn, für ihn ist die Religion. Aber dein Allah hat, also Allah, sorry, dass ich sage, dein Allah, der hat selber die Schahada ausgesprochen. Er ist doch Gott. Wieso, wieso bezeugt er sich selber? Was hat der Möglichkeit, sich selber zu bezeugen? Warum bezeugt sich Allah selber? Verstehe ich nicht. Surah 3, Vers 18, er bezeugt sich selber, verstehe ich nicht. Ja, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Das muss man den Vers nochmal lesen. Bitte, Bruder, mach mal groß, 3,19, bitte kurz, mach mal groß, dass wir alles sehen. Der von 3,18 ist am besten, weil da bezeugt er sich selber. Da spricht er die Schahada aus. Warum? Warum macht Allah das? Warte, warte. Ich muss wissen, er ist ja kein Muslim, ne? Das musst du ja. Ja, nein, nein, lass sie, lass sie, lass sie. Es geht nicht, ich kenne Judy schon seit langem. Ich weiß, ich weiß, jetzt kommt mir erinnern, wo ich damals... Nein, interessiert mich jetzt, interessiert mich. Ja, ist doch alles gut. Also Judy, wenn du nicht magst, ist alles okay. Also wir reden nicht. Nein, nein, aber ich will... Nein. Nein, guck mal, ich wollte mal was lernen, alles gut. Alles gut. Nein, nein. Huh? Guck mal, versteht nicht, versteht nicht, dass Allah selbst jetzt Muslim ist, sondern die Religion bei ihm. Hija, eh, Mohamed. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich wollte nur so die eine Sache, die er gerade erwähnt hat, wie hier eine... Moment, ist er Christ, ja? Wer jetzt? Mohammed. Ja, ja, die Suche 3, was hat er gesagt? Vers 18 oder 19. 19. Guck mal, da steht, inna al-Dina, inda Allahi al-Islam. Inda Allahi. Inda Allahi. Wer sagte, das ist Dini, Dini ist meine Religion, es man verstehen auf Arabisch auf Deutsch erstens. hoffnung hoffnung langsam langsam wir sind keine araber wenn du uns erklärt erklär mal bitte auf deutsch dass wir es verstehen und wenn du redest arabisch klar 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 verstehen wir kein wort du kannst mit dir selber reden tag und nacht und wir verstehen nichts für so mal in ruhe auf deutsch machen uns zu erklären alles gut ich mache ich möchte ich möchte mit mohammed auf hama es ist ja ich schon tariff inno anna bataht efte leifat und ich kenne die dj anheke anna jjit hon am na ksch eek arroa anna ma bachkischi dh l-islam oder ich jahre anna minande anna anna minande e isa hake tschi lalat la elek lai ta lai schu man kann anna bach tzar Ich bin ja ohne believer, sagen Sie ja nicht. Also ein solcher Führung war, habe ich mich genau gemacht. Ich bin ein altesuses Vater, in diesem Fall. Ich bin ein Fuss, das habe ich mir gesagt. Ich bin ein freient, ich linier zu wissen. Ja, ich bin ein Fuss. Ich bin ein Fuss, das ist Coben. Ich bin ein Fuss. Ich bin ein Fuss. Aber wenn jemand mit dem Hübschel mit dem Hübschel mit dem Hübschel dann mit dem Hübschel ist das eine große Herausforderung. Ich habe es eine Zeit, aber ich habe jetzt eine erste Zeit, ich habe es eine Zeit, ich habe eine Zeit, aber ich habe es mit ihm etwas zu sagen. Ich habe auch einen anderen einen anderen einen anderen Ich wollte nur was erklären, bitte, ich erkläre dir, was damit du dann nur, ich erkläre dir, alles gut, Bruder, kann ich in Ruhe? Ich will nur wissen, also ich weiß nicht über deine Religion und wollte nur wissen, ist kein Problem, ich erkläre dir das, ich habe nur zwei Sachen gehört, einmal wo Jiri was ausgesprochen hat und du, du hast was gesagt, ich erkläre dir erstmal, eine Sache muss jeder, der nicht Muslim ist, verstehen, dieses Wort Islam, Islam hat nicht, wenn du sagst, ein Muslim, das ist einer, der kein Schwein isst, dass ihre Frauen, die haben Kopfbedeckung, die Männer, sind beschnitten, nein, das muss erst mal passieren, dieses Wort Islam ist eine Hingabe, das heißt, du nimmst, wenn ich nehme einen Menschen, der nie einen Koran, ein Koran oder eine Bibel oder ein Psalmen oder Evangelium in der Hand gehabt hatte und der sagt, ich bin im Dschungel, der hat nie gehört von einer Schrift und der sagt, ich glaube, dass es nur ein Gott gibt, das heißt, dieser Mensch ist ein Muslim, ein Muslim. Hast du erst mal das Verstand, was ich gerade beschrieben habe? Hoffnung, also nochmal. Nein, nein, bitte, sag mir nur, ob du, nein, 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 warte, 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 diesen Beispiel, bitte, nur die. Jetzt, Jiri, lass mich mal bitte, 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 warte ganz kurz, ihr habt ihr zugehört und wenn ihr, ja, dann bitte, ihr hört zu, aber wenn ich spreche, dann hör ich mir auch zu, sollen wir so machen? Ja, ja, rede, rede, bitte. Alles gut, danke, ich gebe dir Zeit und alles gut, also nochmal. Was du jetzt gerade sagst, da steht nirgends, was du jetzt gerade gesagt hast, in keiner Sura. Ich habe eine Frage gestellt und nochmal. Du weißt ganz genau, dass im Koran, was steht, darfst du nicht interpretieren, wie du möchtest und wie du willst, sonst genau so, wie es dort hinsteht, oder? Okay, erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl. Ja, okay, dann lies mal bitte Sura 3, 19, wenn du ganz gelesen hast und dann erklärst mir. Okay, jetzt bist du dran. Ich lese dir nochmal da auf Deutsch. Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. So, wenn du gehst in dieses Wort Islam, die Ergebung in Allah, Wählen und Leitung, also wenn du dich hingegeben, ja, diese Ergebung zu einem, der Einzige, der alleinigen Schöpfer, dann bist du ein Muslim. Und deshalb der Vers heißt auf Arabisch, inna dina inda Allahil Islam. Also die Religion bei Allah, also nicht wie immer beschrieben, gerade vorhin, wo ich gehört habe, du sagst, die Religion von Allah. Ja, wie er sagt auf Arabisch, Dini, meine Religion. Der sagt nicht meine Religion. Natürlich, dass sie, warum? Weil Gott hat, Gott, der sagt in anderen Versen im Koran, Der kann dir übersetzen, der versteht Arabisch, der Gudi. Und ich habe nicht, und ich habe den Menschen und die Dämon, nur damit sie mich dienen. Und wenn wir in Surat al-Arab, wir lesen mal, wir lesen Surah 7, Moment, ich habe das im Kopf. Nicht springen, nicht springen, warte, warte, ich habe auch eine Frage. 70, 173, dann verstehst du, wie dies... Hoffnung, Hoffnung, bitte, 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 wir gehen zu dieser anderen Surah, wo du gerade gesagt hast. Ja, ja, ja. Bleiben wir, bitte, bleiben wir beim Thema. Alles easy, guck mal, draußen ist kalt, drinnen ist warm, alles schön in Ruhe. So können wir ganz normal reden miteinander. Nochmal, lest mal bitte vor, Surah 3, 19, alles in Ruhe. Dann gehen wir. Wenn ich hier dran kann, sagst du mir Bescheid, ja? Ja, Jari, Jari, ganz kurz, ganz kurz, warte, ganz kurz, bitte. Einen Moment, bitte. Jari, guck mal, da steht doch klar und deutlich, ja, man muss ehrlich sein, da steht bei. Nicht, dass Allah jetzt Muslim ist, ja, sondern die Religion bei Allah ist Islam. Wenn ich dran bin, dann sagt mir Bescheid. Aber warte, 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 wir haben genug gerettet, jetzt ist Jari dran, okay. Ich frage es, bei welchem Allah, bei dem Allah, der über den Thron ist oder bei dem Allah, der auf dem Thron sitzt? Wie bitte? Bei welchem Allah, der Allah, der über dem Thron ist oder dem Allah, der auf dem Thron sitzt? Moment, Moment, was hat jetzt mit diesem Vers zu tun, erst mal? Also, das verstehe ich jetzt auch nicht. Mehrere Götter. Was, äh, wie bitte? Es gibt's mehrere Götter bei euch. Wo steht das, wo steht das, wo steht das, bitte? Das steht bei euch in den Hadithen. Wo steht das? Mohammed ist Gott bei euch. Komm, wir lassen uns nicht jetzt zum Thema wechseln, bitte. Du machst nur ein Thema wechseln, aber du, ich bin 1000 Prozent, du liest überfallst. Wir sind jetzt auf ein Thema jetzt. Ja, echt, also. Lass uns doch jetzt nicht mehr wechseln, das ist blöd. Ja, ja, okay, wir bleiben bei diesem Thema, Suche 3 Vers 18, 19, das, das, du musst es im Kontext lesen. Ich lese euch das vor, ich lese euch das vor, okay, 18, 19, oder soll ich, oder will ich das sagen? Ja, ich wollte, dass es vorlesen. Ich lese euch das vor. Die 19. Vers 18 und 19, okay? 18 und 19. Du musst ja den, du musst diesen Kontext dabei. Und, äh, Islam heißt nicht ergeben, das heißt Unterwerfung. Also, versuch nicht irgendetwas zu erkunden, was nicht der Wahrheit entspricht. Okay, ja, okay, 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 okay. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahre, äh, der Wahre der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, der Allmächtigen und Allweisung. Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Doch diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneinig. Nach dem, was das Wissen zu ihnen gekommen war. Aus Missgunst untereinander. Doch wer Allahs Zeichen verleugnet, so ist Allah schnell im Abrechnen. So, also spricht, guck mal, das ist das, was einen Menschen irritiert. Allah selbst, der angebliche Gott, spricht selbst die Schade aus und bezeugt sich selber. Und danach bezeugen ihn die Engel. Danach kommt Vers 19. Sagt Allah, die Religion bei Allah, wie ihr das sagt, ist der Islam. Das heißt, bei Allah gibt es keine andere Religion außer dem Islam. Also hat sozusagen Allah selbst den Islam angenommen. Warte mal, warte mal, ess mal, ess mal. Erst mal, Allah, ich lache mich kaputt heute. Ja, ihr lacht, ihr lacht. Das Lustigste, hör zu, hör zu, hör zu. Hör mal, entweder, komm mal, wenn du jetzt richtig, du willst was lernen heute, lass mich ausreden. Oh, ich hab in Ruhe, Alter. Aber Hoffnung, in Ruhe, in Ruhe. Genau, komm mal. Jerry, Jerry, gib jedem Zeit bitte zwei Minuten, Mann. Ja, man kann auch in Ruhe reden. Nein, nein, wir können reden, ist hier kein Problem. Also Hoffnung, Hoffnung, dann machen wir es so. Aber nicht reden zu viel, alle. Wenn du redest, bitte, und nicht lange, mal kurz, und hör zu, wenn die anderen dran kommen, ist okay? Ja, ich hab noch nicht geredet, jetzt hör zu. Also, du bist dran, fang an. Erst mal, wenn einer sagt, Scheheda, bitte, wie lautet Scheheda in Islam? Erst mal, du verstehst dieses Wort Scheheda. Scheheda, Mebni Lil Mejhul auf Arabisch. Das könnt ihr, das ist viel, viel zu hoch für euch. Das ist genauso, wie ich sage, auf Deutsch, er wurde, er wurde, Scheheda, auf Arabisch. Das ist Mebni Lil Mejhul, er wurde. Das heißt, und hier, es gibt kein Scheheda. Ich hab Allah, was bezeugt Allah? Dass es keinen Gott gibt, außer ihm. Nein, hör zu, hör zu, das ist genauso, wie in deinem Bibel, in dem Alten Testament, wo steht, der Herr bestätigt, der Herr sagt, der Herr spricht über sich selbst, wenn der Herr über sich spricht. Und hier ist kein Scheheda, nur weil du gelesen hast, Scheheda, Scheheda, wer? Er hat von sich selbst, dass ich, wenn ich sage, guck mal, wenn ein König, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ein König sagt, ich bin der König, und das ist diese Scheheda. Es gibt keinen Gott, außer ihm, sie selbst. Das heißt nicht, ein Scheheda. So, und dieses, lesen wir mal in einem anderen Vers, wenn wir lesen, wenn wir lesen, weiter, in 20, der sagte, Moment, und wenn sie mit dir streiten wollen, dann sag, Allah spricht zu seinem Prophet, und er sagt, ich habe mein Gesicht Allahs ergeben. Ich habe mich ergeben, Gott spricht zu seinem Prophet, Frieden und Segen auf ihm, und er sagt, es lernt, und wie ihr das nicht verstehen, ich kann bis 100 Jahre, ihr kommt gegenwand, dann muss ich so verstehen, dass ich eure Probleme nicht meine. das Wort, das Wort Gesicht, was gemeint ist, erklären, ja, denn er, dass er sich, ja, an Gott sozusagen gerichtet hat, so, dass er ihm jetzt ergeben ist, weil so, dass er ihm ergeben ist, das ist mit Gesicht gemeint, oder? Habe ich falsch gesagt? Genau, das ist, das ist, das ist, in dieser, das ist, guck mal, ich kann zum Beispiel, ich sage mal, das heißt, nicht mein Gesicht von Allah, das ist, hier ist, in einem Gesicht Allah, wenn ich so übersetze, aber nicht Gesicht oder so, nicht, dass einer falsch versteht, ja, und, äh, Jerry, da wollte ich nur was dazu sagen, du hast vorhin gesagt, ich habe es schon sofort gemerkt, du hast falsch verstanden, du sagst zu Gudi, oder zu den anderen, du sagst zu ihm, warum hat Moses nicht gesagt, äh, äh, nicht gesagt, Schade, schade, genau, das heißt, guck mal, aber warte, lass mich, lass mich doch erst mal zum Wort kommen, ich war noch gar nicht dran, genau, ja, richtig, ich wurde unterbrochen, ja, ja, ich war noch gar nicht dran, wenn ich dran bin, dann kannst du mir antworten, geht das so? Ja, ja, komm, komm, mach mal. Also, ich, meine Frage ist jetzt, meine Frage, hier steht, wahrlich, die Religion von Allah ist Islam, okay, bei Allah, bei Allah, bitte, kann es wichtig sein? Warte, lass mich bitte, lass mich bitte reden, dann kannst du mich korrigieren, ja. Wahrlich, die Religion von Allah ist der Islam, okay, ich verstehe jetzt, was Gudi sagt, Islam, Unterwerfung vor Gott, okay, wir unterwerfen uns alle vor Gott, das stimmt. Glauben an einen Gott, genauso die Bedeutung, wir glauben an einen Gott. Ja, ja, okay, und jetzt gehen wir weiter, und die, den in das Buch gegeben wird, also, es geht um welches Buch, um Koran? Doch, du willst jetzt, dann wirst du es noch weiter erklärt haben, Ja, 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 okay, jetzt, jetzt, jetzt ist die Frage, und die, den das Buch gegeben wird, ja, ich vermute jetzt, ich weiß es ja nicht, da muss ich das hier gucken, wurden uneins, genau, uneins, erst nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus gegenseitigem Neid, und wer die Zeichen Allahs leugnet, dann wahrlich ist Allah schnell im Abrechen. Richtig, dieses Vers ist ganz eindeutig, genau. Wohin wir den Wissen zu denen gekommen, so, Wer sind die Leute der Schrift, wie sind das bitte, deine Meinung? Ja, aber, also, ist das Buch gemeint jetzt, guck mal, hier steht Buch, ja? Ja, ja, aber ich weiß es nicht. Leute der Schrift, also, ich lese jetzt, Was hast du verstanden? In meinem Übersetzung steht Buch, ich muss jetzt mehrere Übersetzungen schauen. Ist ein Buch, ich sag dir, guck mal, Utul Kitaba, merkt ihr das. Utul Kitaba, das sind die Bücher von Allah. Diejenigen, die Schrift gekriegt haben, vorher, ja? Genau, genau. Also, Moses, die Tora, Jesus, das Injil, und Mohammed, der Koran. Ich kann dir ganz genau sagen, warum? Richtig? Weil, damals waren in den Schriften Zeichen, die Hinweise, die Hinweise, bevor die die Verfassung geändert haben, und trotzdem sind Zeichen immer noch drin. So, wo die Zeichen kirchlich, dass ein Prophet wird irgendwann gekommen, dann waren es, und genauso bei den Juden, du kannst die gleichen Vers, wenn wir in Sorat al-Bahina, gehst du in Sorat al-Bahina, du liest genauso die Bedeutung und sogar noch deutlicher, dieser Vers, was du gesagt hast. Moment, ich gehe al-Bahina, al-Bahina, nimm bitte Surah 98, Surah 98, dann verstehst du... Mohammed. ja ich kenne das bei tabari dass sie das problem und wenn eine der beste riva der nie die für sich und das finde ich immer traurig ja deswegen frage ich ja nehmen aber alles guck mal ich komme gleich zu diesem werk nehmen bitte so 98 98 und diesmal von anfang hast du hast du bei dir so 98 das sind kleine bruder bruder warum gehen wir von thema gleiche thema gleich nein 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 du hast sowieso nicht erklärt warte mal bitte natürlich aber dass das mal drei mann sind fertig marokkos oder wie heißt du wieder marokkos wie es maglos maglos ja ja ich heiße marokko bitte lasst uns da die sachen interpretieren wenig dass du interpretierst wie du willst die ungläubig sind unter dem volk der schrift und den gützendiener konnten von ihrem irrtum nicht er befreit werden als bist du so 98 ja ich ließe ich habe sie doch nicht zu ihnen kam ja also welcher beweis kam zu ihnen so kommen kommen diejenigen von den leuten der schrift die leute der schrift du weißt wer ist das her und bin und dem gützendiener die jetzt zum musikin geworden gützendiener die ungläubig sind werden sich nicht eher von ihnen und glauben lösen bis dass der klare beweis zu ihnen kommt jetzt konnte wir geht es weiter ein gesandeter von allah der der gereinigte blätter verliest in denen rechte schriften sind und diejenigen jetzt kommt und diejenigen denen die schrift gegeben wurde haben sich nicht eher gespalten alles bis der klare beweis zu ihnen gekommen ist und diesen vers ist und wenn du liest weiter guck mal was 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 wo du ihm vor und kommt was lief und nicht was anders wurde ihnen befohlen als nur allah zu denen nur allah der islam also nur allah denen und da war ich wollte dir nur die sagen die leute die unglaublich warum wann haben sich gespaltet wo die jetzt wo der islam kam auf einmal wollten sie alles leugnen warum und da stehen die hinweise bei den bis sowieso beiden juden alte testament und so weiter die mussten genau wie der profit mit hinweise wäre aussieht und von wo er stand und bla bla und so weiter ja so kommen wir hierzu wer es wieder 319 so aber ich weiß nicht was ist dabei marco los darf es nicht schwer zu verstehen die wir selber eigene werfen die auf arbeit ich bin selber da darf jetzt hoffnungen genau jetzt reden also dankeschön endlich endlich alles in ruhe noch mal ich habe es verstanden dass allah ist alle mächtig alle größteste allah kann alles machen alle ist alle wissen alle ist der größte hat er der schaffen menschen jetzt jetzt wozu braucht einer eine religion ich erkläre noch mal du hast gefragt okay hast du gefragt jetzt nicht okay aber kurz bitte nicht nicht so große roman und so ich bin auch müde mal mal kurz ich habe vorhin ein vers versteht im koran steht und wofür hat gott uns erschaffen nur damit wir ihnen das heißt nein richtig damit du allah und mohammed dienst entweder schmeißt du raus weil ich habe das steht nicht bei uns im koran das steht bei uns im koran steht man den gesandten aus aus mit noch ein prägen ist aus wie er eben wir auch mit haus nicht jetzt schmeißt ihm raus wofür ich habe ich zeige dir direkt die surah und da wirst du dich entschuldigen hast verstanden nein bitte hört auf jetzt damit lasst du jetzt in hoffnung der ist alles in ruhe jetzt alles in ruhe lassen doch leben so guck mal guck mal gott hat die ganze menschheit warum damit du im dienst du glaubst an ihm das ist a und o an ihm glauben sogar die seelen steht steht im window in so 7 vers 172 173 dass die seelen geschwört jeder wenn wir stehen am jüngsten tag jede muss dass das ist wie so ein vereinbarung dass ein die seelen die haben geschwört dass jede glaubt an ein gott und der lesen mir bin ihr wollt suche sieben die zwei versen dann verstehst du das ganze kontext von die ganze religion sei gott menschen auf der erde erschaffen hat ja so gehen sie aber auch sagt selber folge mohammed was heißt an das 86 leute meine brüder und geschwister im christentum ich bin vor zwei monaten konvertiert vom islam in christentum amen und ich kann ich kann den gedanken eines moslems nachvollziehen weil ich selber genauso war wie hoffnung ich kann den namen jetzt nicht lesen zu ende ist hier nur den halben namen ich kann euch nur eine sache sagen ihr seid so konzipiert also mit den gedanken eure augen sind blind solange ihr jesus nicht neuer herz lässt werdet ihr die wahrheit nicht erkennen wert euch nicht gegen die wahrheit ich bin selber als moslem geboren und ich kenne den koran ich kenne jedes suche ich habe selber fünfmal am tag gebetet und eine sache sage ich dir weißt du wann die erlösung kam als ich konvertiert bin und ich bitte dich hoffnung auf den wahren weg lasst jesus in dein herz wir sind nicht deine feinde sondern wir sind daran interessiert dass du die wahrheit findest moment moment guck mal diese aussagen die interessieren mich überhaupt nicht ich bin ein monotheist und das ist ein ganz großer großer unterschied wenn ein mensch welche götter noch bei gesellt da wenn du ihn wie ihr geführt bist das ist ein problem du musst am jüngsten tag seine sekunde und du kannst ihm erzählen ob jesus die helft eine sekunde ich bin nicht mehr und so lahm das ist gut im koran den islam im koran ist es wurde es wurde 24 für 52 habe ich was sagen eine sekunde bitte ich möchte auf etwas zu tun du hast gesagt du bist hier geführt die kann ich was dazu sagen ob ich damit ich kann ich nicht leiten aber wenn du er geführt tut mir leid ich habe ich dachte du kommst du machst du machst du hast du hast du willst aber das interessiert mich okay nein 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 ich will du bist ein beigeseller für mich das ist vorbeifärtig dass von der sekunde hoffnung bitte du du bist drei glatt mich bitte ausreden das 990 24 götter an jungen sagen dann auch schon was ich bitte ausreden als dem reden reden eine sekunde ja mit der rede rede sagt im koran wer nicht daran glaubt dass die ursprüngliche form der bibel das wort gottes ist so wird er ewig in der hölle landen sagt das heißt der islam gibt selber zu dass die bibel das wort gottes ist wo steht das ist der sohn gottes und wer den ist er nicht als gottes richtig akzeptieren wer ist im koran bitte hast du hast was geredet wer ist kontrollieren jerry bitte bitte macht ordnung warte mal kurz warte mal kurz hoffnung bitte jetzt alle in ruhe nein 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 sonst gehst raus warte du redest ganze zeit warte warte du hörst du zu warte du bekommst das wort wir wollen jetzt alle in ordnung ok eins nach dem anderen so jetzt hoffnung du sprichst hast zeit zwei minuten dann kommt der andere aber bitte nicht dazwischen weil wir verstehen kein wort alles ok jetzt hast deine zeit fangen hoffnung du bist dran ok hoffnung ist in pause dann wir hören noch mal denn sehr sehr live bruder du bist dran jetzt also jetzt sind alles still jetzt redet marco los also normal wir waren beim surat 3 19 ich habe gefragt warum allah braucht ein religion einfach jetzt brauchen nicht vom thema weg liss mal zu an 90 liss mal das ist mal das und hoffnung hat angefangen auf arabisch weil sein recht ist ihr habt nicht verstanden da hat gesagt ja der übersetzt hat auch nicht übersetzt wir haben in die koran gelesen wie es dorthin steht steht dass allah eine religion hat also thema wozu braucht alle eine religion eben gefragt worden oder anders gesagt ich habe mich selbst gefragt hat jesus eine religion antwort ist es nein dann die frage hat allah eine religion ja ist islam wieder habe ich habe ein bisschen brot gegessen und so hast du okay und bist du satt geworden ja eigentlich nicht das ist jetzt ja aber brot gemacht mit dem bieten mit eine konfitur der süße hast du wenig sich kaffee getragen wenn ein kaffee liegt muss jetzt dann schlafen ok wollen muss jemand abholen und jetzt sind es um zum wort gekommen ja dann über was habt ihr geredet jerry also verlassen die islam rette teure selle die islam ist ja nun der christliche religion die islam ist nicht der wahl der religion die bibel steht sie sagen dass sie kommen von uns aber sie sind nicht von uns wäre sie von uns gewesen wäre sie bei uns geblieben darum tut der islam nur von uns glauben und behaupten es sie wäre eine der der religion aber sie haben nichts mit uns zu tun so jetzt bin ich ja dran schön so erstmal hoffnung an dich bitte nicht lügen hör auf damit wir kennen eure tatschia wir wissen wie ihr das alles macht sag uns einfach wieso dein allah sich selbst anbetet also selbst eine religion hat wie den islam da kannst du sagen und tun was du möchtest er hat den islam angenommen das heißt die religion bei allah ist der islam und selbst der mohamed hat die töchter allahs angebetet da gibt es sogar eine hadith dazu die es bestätigt dass der götzen angebetet hat während er die offenbarung von den angeblichen gabriel oder keine ahnung wer das war der ihn erwürgt hat bekommen hat und bleibt bei der wahrheit wir kennen eure tatschia hört auf zu lügen nicht umsonst gibt es genug ex muslime die arabisch können und das alles bestätigen was wir hier sagen das reicht mir auch schon und quellen weil hier fragen leute nach quellen ich gehe jetzt gleich und hol diese quelle wo mohamed eure drei götzen allahs oder wie die alle heißen die drei töchter allahs angebetet hat bringe ich euch gleich alle und die antworten von hoffnung haben wollen natürlich muss er auch immer wieder dazwischen reden weil wenn es nur ein gespräch zwischen zwei leuten ist dann wenn man dazwischen redet das ist natürlich nicht in ordnung ihr kennt mich alle selbst wo ich selbst gemacht habe und bei mir muslim auch oben waren ja wenn ein christ was behauptet hat habe ich die quellen nebenbei selber nachgeschaut und wenn was falsch gesagt worden ist habe ich auch gesagt dass es falsch steht er so und so ja und in diesem vers steht auch auf arabisch heißt ein da heißt bei allah ja und das habe ich auch versucht ein makolos zu erklären und das wort der religion und islam sollte man erst mal verstehen kommen also wie ich auch von euch verstanden habe ich hoffe ich habe es nicht falsch verstanden falls ich falsch verstanden aber kannst du noch sagen wenn du kannst das einzige der gerade mit mir reden kann weil jesus selbst sagt auch wer an mich glaubt hat das ewige leben er zeigt ja den weg ja ich kann dich verstehen nur halt wir haben bei uns keine religion bei uns wir haben ein glaube das ist jesus christus das ist das war ja markus nicht das ist das was markus nicht versteht das ist unter der religion es gibt ja verschiedene religion religion buddhismus oder orthodox oder katholik oder es gibt verschiedene religion und jetzt ist eine frage warum hat allah eine religion von einer seite verstehe ich höre ich aber bezeugt dass es nur eine religion gibt und das ist also ihr habt wirklich probleme also wirklich er merkt das gar nicht mal die religion sei gott die menschen auf der erde also adam und sein nachkommen schafft sollt ihr sollten nur ein gott ein gott anbeten und den und das kapitel ähnlich und dass ich der islam es gibt keine religion sei irgendwie da sind so bücher die offenwart wurde jedes mal hat gott hat eine prophet geschickt zu ein bestimmter volk warum damit ihr nur sagt dient gott der einzige der alleinigen gott und das ist der islam hat nicht mit islam was er versteht und ibrahim selber sagt im koran steht steht und das ist derjenige der euch muslime genannt hat so und das steht in anderen was wenn ihr jetzt über ibrahim betrachten dass ich von diese pfeil von ismail und da kommt diesem prophet ob ihr wollt oder nicht steht in eure bücher die stämme die sind fünf stämme von ismail und so weiter steht ma kana ibrahim yahudien wala nasranien walakin kana hanifan musliman wala kana minan muslikin inna awlan nasi awlan nasi bi ibrahim lila dinata hua hae den nabi jetzt gehen wir zur suche 3 vers 67 sie ganz wichtig für euch merkt ihr euch diesen vers ja ibrahim war wieder ein jude noch eine christ sondern er war anhänger des rechten glaubens hany also islam eine der sich allah ergeben hat muslim und er gehörte nicht zu den götzendiener merkt ihr euch auch und dann kommt der vers die menschen die ibrahim am nächsten stehen sind wahl ich wollte nur sagen wegen dem argument vorhin über welchen gott redest du denn denn im islam gibt es zwei götter einmal der der über den thron ist und einmal den der da auf dem thron sitzt einmal muhammad der auf dem thron sitzt und einmal allah subhanahu ta'ala der über den thron ist und wegen dem argument vorhin dass du auch deinen propheten dienen sollst zude 2 vers 25 zu 54 24 vers 52 gehorcht allah und seinem gesandten in was für einem gehorchen in dienen in denen sollst du ihn gehorchen und den allah und den gesunden habibi masha allah jetzt aber steht da jetzt irgendwo welchen gesandten ja das muss ja irgendwo stehen dass es moment ist keine ahnung ja das ist ja die frage ich weiß ich jetzt genau so neusten mit dem allgemein gesandten gemeint ist gesandten könnten jesus sein die meinten schon im kontext ist schon mohammed ja das ist ja die frage als gesandte kann im kontext ist schon mohammed auch im tefaside schon jetzt noch der der kollege sagte der bruder kommt noch dran danach hier mache ich die zeit aus keiner sagt keiner redet über gesandten es ist in der plurale nicht im singular nicht im plural schon woche also dieser jahr gibt und du komm mal hoch das mal darüber reden dass dann deinen schätern propheten auf dem thron sitzt da bitte jetzt hier nicht beleidigen der hoffnung ist laut sein sein glauben aus dem islam ausgetreten und ich sage euch auch warum also er hat sich gerade selber ein bein gestellt er sagte wo steht es im koran dass die bibel das wort ist in der surah im koran surah 5 vers 46 sagt allah im koran und wir ließen isa den sohn maria folgen das zu bestätigen was von den von der torah vor ihm offenbart war also dass er nach der torah von gott geschickt wurde und wir gaben ihm das evangelium in dem recht leitung und nicht sind das heißt gott sagt der sein allah sagt dass in der surah 5 vers 46 dass allah den sohn von maria auf die welt geschickt hat um das evangelium zu verteilen das wort gottes laut dem urteil von seiner religion ist er ungläubig geworden man müsste normalerweise steinigen so es gibt keine stein nehmen und ist deswegen ist leider nicht ich weiß nicht wie lange du bist bei uns im stream drinnen also wir haben das war ein surah vom koran dass der bibel das wort haben wir haben über eine andere surah gesprochen es ging ganz um was anderes jetzt als seine leute sind blind solange sie ihr herzen jesus nicht das ist jetzt könnt werden sie niemals sie weiter kennen wir jetzt alle hier rausschmeißen und was auch immer so wie ich verstanden habe hier geht es um die religion ja und dazu würde ich einfach hier schon zitieren also jesus christus er hat mal so gesagt das vater also gott gott sucht anbeter die ihn im geist und in der wahrheit anbeten und ich habe mein lieben nicht so viele muslime getroffen die wirklich im geiste sind was heißt das richtige motive haben barmherzigkeit wahrheit weisheit und die suchen das und suchen auch die wahrheit nein sie sind geprägt durch die religion und das kann ich auch über die christen sagen viele christen sind auch geprägt durch die religion und deswegen gibt es viel hass streit daran und auch juden ich bin auch selber wieder auch viele religion weil ich bin auch selber nicht einverstanden mit vielen religionen aber wie auch jesus mal gesagt hat das vater gott wenn es wirklich euch um gott geht gott sucht die menschen die im geist also nicht dass wir gott suchen sondern gott selbst sucht solche menschen die ihm im geist und in der wahrheit anbeten das sucht gott und ich finde hier gibt es auch gedanken zu überlegen ob wir das auch sind ja wie die so was suchen nicht die religion sondern eine beziehung mit dem ich merke schon ich will kurz sagen warte mal möchte kurz sagen nur ein wort nur ein wort und sage ich wirklich ich habe wirklich hier habe ich gemerkt ich habe mit ihnen wie welche jahre aussage jetzt jetzt ist nicht drin aber diejenigen die irgendwie was aus der richtige richtig die keine ahnung haben die sind gar nicht mal in meine stufe überhaupt zu reden man merkt die ich bin gar nicht mit christentum angefangen sonst hätte ich richtig blamiert dass er wieder ist jesus der sohn gottes ja oder nein hoch auf du bist ein sehr hildo du bist sowieso jetzt ja oder wenn es ist der sohn gottes jahren hat als bringt mich einfach lieber nicht auf ballmann lieber war ich hab satan du bist ihr gefühlt habe ich schon wandert im finsteren teil lass mich einfach richtig kein unglück denn du bist bei mir noch weiß man war dann lass mich ausreden jetzt so verbreitest hier die teufelischen worte du bist ein ehrgeführter jetzt du warst will euch erbarmt und du ein gott gedient hat jetzt sag ich mal du bietest drei götter du bist irgendwie einer wenn du da sind vater sohn heiliger geist du verstoß gegen erstes geburt und frage hast du eine seele was sagst hast du einen körper ja antwort antwort was sagt es das geburt du jetzt zwei menschen oder ein menschen kennst du dich in christentum so frage jetzt was sagt es der geburt antworte bitte was sagt es der geburt antworte ich habe geantwortet jetzt du warst dann erst im satan zu geschrieben in dem du sagst war es der geburt sei ein mann sei ein mann was sagt bei euch ist der geburt bitte bitte du sollst du sollst kein götter neben gott nehmen stimmt richtig richtig ich sage dir jesus richtig sohn gottes gut sohn und es gibt den heiligen geist moment 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 du hast gesagt die die sohn richtig das heißt er hat ein gott richtig wer hat ein vater stimmt stimmt stimmst du mit so den holten wir müssen bei wasser da muss ich nicht stemmt ist mit weiwasser stimmt mir zu warum antwort so nicht hallo ich hab satan ich stimmt also du bist nicht ein du bist kein christ bist du kein christ bist du ein christ jesus ist die wahrheit punkt aus ende okay was was ich jesus für dich bitte was ich jesus für dich jesus ist der sohn gottes und jesus ich habe in jesus die leute habe gehört der sagte die erlösung ist der sohn das heißt gott hat ein sohn also laut dein geburt erste geburt du hast kein guter neben gott du hast verstößen gegen mosais geburt also du bist ein bei gisar ein guter und je den da und gender und luther Sterien so glaubt ist der표ze śama ist 4 warden ich hab nie was sagt was außerziehen was SBS nicht noch mal dessen wie jesus selber sagt so, aber antworte, das erste Bibot, nein, guck mal, Luca, Luca, das heißt auf Deutsch, damit die Leute verstehen, das erste Bibot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unsere Gott, ist der Herr allein, ist der Herr allein, stimmst du mir zu? Wir haben nur ein Gott. Nein, wo denn? Du hast Gott, der Heilige Geist. Nein. Wo? Wir haben ein Gott. Unser Gott ist Vater, der Heilige Geist. Nein, du hast ein Gott, was einen Sohn hat, und sogar der Sohn ist mit dir Gott, das heißt zum Heilige Geist, ein Gott. Wollt ihr mich provozieren? Nein, nicht mit Mohammed, nicht mit Mohammed. Nein, nein, nicht mit Mohammed. Hey, hör zu, Mohammed, ich habe, hör zu, hör zu, hör zu, wie kann einen Stein deiner Sünde vergeben? Auf noch. Wie kann einen Stein für, bitte, für dich erheben am Ende der Tage? Grüss zusammen. Warte, schnell, bitte, ich möchte von Mohammed hören. Mohammed, wie kann einen Stein für, bitte, für dich machen am Ende der Tage? Ich habe gesagt, Vater, Sohn, Heiliger Geist, du sagst, ich habe drei Götter. Wie kann es sein, dass ein Stein für dich macht? Okay, Luca, Luca. Er hofft, du darfst mal kurz mal. Wie kann es sein, wir erklären mir das. Haben wir eine Witte an dich. Lass mich mit Luca, lass mich mit Luca. Lass mich mit Luca, wenn du den Teufel aus ihm austreiben kannst. Dann fang an an zu rezipieren, mein Bruder. Geri, 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 bitte sei ein Mann, schmeiß ihn raus, weil der hat keine Ahnung, der schreit, der will nur beleidig. Schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus. Oder gehe ich runter. Schmeiß ihn raus oder gehe runter. Oder ich mache Zeit. Geri, Geri, nein, nein, schmeiß ihn raus. Geh runter. Schmeiß raus. Haben die Angst? Haben die Angst? Luca, antworte. Luca, antworte. Ich habe gesagt, schmeiß Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Rat. Warum sagst du, sag auf Deutsch, damit die Deutschen verstehen hier in diesem Klinik. Du hast ja wiederholt, zweimal. Du hast es selber wiederholt. Ja, das heißt, du hast Gott beigesellt oder nicht? Nein, ich habe kein Gott beigesellt. Wieso? Gott hat einen Sohn. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist ein Gott. Und nicht nur das Lukas. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist ein Gott. Wie kann ein Stein für die Fürspracheheber erklären? Soll ich Stein zeigen bei dir im Bibel? Stell mir ein Stein, die für die Zeit sage mir, warum kann ein Stein, warum bekommt ein Stein bei dir im Islam ein Mund und ein Gesicht und wird bezeugen? Nein, nein, wo steht das? Wo steht das? Das steht im Haddise. Bei dir steht im Haddise. Das steht im Haddise, dass dieser Steinmecke für Sprache für die Gehebeln wird. Jetzt zeig dir, wo schwarzes Stein steht. Ich habe zu dir gesagt. Hallo, du verrückte. Hallo, du verrückte. Nein, komm, lass. Hallo. Wallah, ihr seid Heuchler hier. Du bist ein Heuchler. Du flüchtest die ganze Zeit vom Gespräch. Du flüchtest die ganze Zeit. Du bist hier der Heuchler. Warum lenkst du ab? Wie der Luca Buddha. Also, nur einmal. Du hast gesagt, ich habe drei Götter. Du hast drei Götter. Und ich habe gesagt, ich glaube, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott. Das ist die Botschaft der Bibel. Aber wie kann es sein, dass bei dir ein Stein hängt? Also 325 St. Christus. Und bezeuge, ich habe die, warum gehst du vor der Frage weg? Warum rennst du vor der Frage weg? Bleib bei meiner Frage. Bleib bei meiner Frage. Hör zu. Willst du hören, wie es in der Bibel ist? Ich habe gesagt, bleib bei meiner Frage. Warum bist du nicht zu der Bibel flüchten jetzt? Warum bist du nicht ein Mann? Du musst nicht flüchten. Du bist kein Mann. Du hast mir gesagt, wegen Trinität habe ich gesagt, ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott. Bei mir, die Bibel, dann war ich meine Ideologie. Ich habe jetzt gesagt, dass du bei dir ein Stein, Auge und Mund bekommst. Und Fürsprache erhebt wird für dich am Ende der Tage. Ich werde gestimmt. Ich werde gestimmt. Was soll das? Was soll das? Wer stummt mich? Keiner stummt dich auf. Hast du nicht gestimmt? Ach, ich hoffe nun. Ach, ich war trotzdem. Du wurdest nicht gestimmt. Das waren die Dämonen, die deinen Mund halten ständig. Ja, hab einfach die Klappe. Du bist ein Unwissen dabei gesehen. Du bist ein Beigeseler. Ich schenke euch. Keine Antworten, ne? So, Luca. Hey, Hoffnung. Luca, guck mal hier den schwarzen Strand bei dir in der Bibel. Oh mein Gott, du bist so peinlicher, Mohammed. Du bist so peinlicher. Aber du bist so peinlicher. Luca, nicht schmuck mit dir. Du, das ist wirklich peinlich. Das ist wirklich peinlich. Hör zu. Du betest uns Schimbe an. Du betest uns Fliege der Schimbe an. Ja? Du wirst schon Fliege Schimbe an. Wo steht das? Wo steht das? Allah hat Adam erschaffen nach seinen Bildern. Wo steht das? Allah suratihi. Warum? Allah hat Adam nach seinen Bildern erschaffen. Ja. Ja, dein Allah hat zwei rechte Hände. Nein. Wissen Sie, schau mal. Doch, doch. Dein Allah hat zwei linke. Zwei linke. Zwei linke. Zwei linke Hände. Zwei linke Hände. Gudi, gudi. Gudi, guck mal, guck mal, nein, 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 ich erklär euch, ich erklär euch, macht euch keine Sorgen. Gudi, wenn ich dir sage, je, 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 ich lache mich kaputt, du, Luca, du, blamisch dich das ganze Jahr, du. Das ganze Jahr, du. Also, komm los. Auf Arabisch, wenn Al-Hadid steht, guck mal, hör zu, steht, wakilta yadayhi yamin, kilta in Arabisch, das ist metnan mutenna, das heißt, beide Händen sind gesegnet, heißt jetzt lese ich dir von Jesaja, jetzt lese ich dir von Jesaja, weil du. Hey, hör zu, hör zu. Guck mal. Die Gelehrte sind sie einig, dass Allah zwei rechte Hände haben, oder zwei linke Hände. Ja oder nein? Nein, nein, nein. Soll ich die Videos laufen lassen? Bruder, Jerry, lass die Videos laufen von Abu Bara, du hast letztes Morgen gezeigt. Lass mich laufen, lass die Videos laufen, damit wir sehen können. Dann sei ein Mann einfach, bitte. Aber wieder locker, könnt ihr mir bitte den gefangen, lass mal kurz einfach mal ein bisschen aussprechen, bitte. Die reden alle gleichzeitig. Er spricht genug, er spricht genug. Guck mal, auf Arabisch, in diesem Hadid, Schuh Gudi, der versteht Arabisch, guck mal, steht, wakilta yadei hiyamin. Das heißt, kilta is mutenna, die beiden Hände, beide Hände, yamin, baraka, baraka, ein Segen, wakilta yadei hiyamin. Ich verstehe falsch, dann bleibt ihr so. Ja, du erzählst, jege deine Blabla. Moment, ich hör zu, du machst nur Blabla. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, du sprichst, dass beide Hände sind dein Segen. Ich habe gesagt, Allah hat zwei rechte Hände. Mein Hand hat die Fundamente der Erde gelegt. Meine Rechte hat dem Himmel ausgespannt. Was sagst du dazu? Was sage ich dazu? Ich sage, in der Bibel steht, in der Bibel steht, das Wort wurde Fleisch. In der Bibel steht, das Wort wurde Fleisch. Im Anfang war das Wort, kann das Wort von allein sich produzieren? Frage für dich, wie hat sich das Wort in der Bibel steht, ey, hör zu, wenn danke ihm, das nicht erfassen kann, das weiß ich. Das ist dein Kopf, das nicht erfassen kann. Ist verfälscht. Nein, nicht verfälscht. Dein Kopf, zeige mir in Koranen einen Ort, wo steht, dass die Bibel verfälscht ist. Ist verfälscht. Zeige mir, wo steht die Bibel verfälscht. Ich habe die elf Stellen. Zeige mir in Koranen, wo steht, dass die Bibel verfälscht. Komm, komm, Jesus. Giri, Giri. Lachen kann jeder hier, wie ein Computer. Das bringt nichts, Leute, das bringt nichts. Nein, nein, komm, lass ich schlafen, wie ein Computer. Such hinter ihm, also mein Bruder. Jesus, der wahre Weg, das bringt nichts. Hoffnung, ich bitte dich, erkenne die Wahrheit, und lass Jesus in dein Herz. Gestern, vorgestern habe ich schon, haben wir die Aufnahme, wie wir die Hoffnung zerstört haben, bestreffend Koranmanuskripte. Du kannst gut schlafen, wir haben, wir werden das Video veröffentlichen. Wie Hoffnung zerstört wurde. Ich habe keine Lust, mit solchen Unwissenden zu reden. Unwissende wie du. Geh Schlafe, komm, alles. Ja, 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 ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Das war's, man will mal, er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Aber er ist jetzt weg mit denen nicht. Was gegen ihn sagen, er ist jetzt nicht mehr da. Ah, das ist nicht mehr da. Ja, das ist nicht mehr da. Das war das für ein Gespräch. Yes, darf ich mal unter zwischen euch heute was was sagen dazu? Ähm, könnt ihr das, äh, der neue Testament Matthäus 7.1 aufmachen? was willst du denn so ein thema was möchtest du ich wollte mir sagen ich hätte es drauf hier nicht jeder der zu mir sagt herr er betrieb das himmelreich sondern der den willen meines vater im himmel tut sagen es heißt die in ein person spricht dass ein person das heißt jesus christus der sprich das ein person wenn du das jetzt nicht verstehst was soll ich dir machen nein du sollst mir das ist mir eine logische menschenlogisches gedanken darüber definition sagen okay ich sag dir weißt du denn jetzt mit wer mit dir spricht woher weißt du dass ich bin doch hier zu hause ich erwarte ich doch dass du hier bist woher weißt du das sind du hast du nur dein händler bei dir man spricht doch mit dir nicht die sprechen mit dir das ist ja jetzt auch weil das steht drauf jerry oder nicht genau aber ich bin doch hier mich sieht doch keiner deine stimme du hast doch stimme ja genau die stimme ja auch oder ja aber ich kann das sagen wie kann das sein dass ich bei dir bin und mit dir rede und gleichzeitig auch eben immer ich will gerade mit jerry mit seiner stimme schon drauf haust und der stimme kommt wenn du sprich aber wie kann das sein dass jerry jerry zu hause ist in seinem zimmer und du hast ihn gleichzeitig wie geht das ja das ist das technologie ist das ganze mit dieser logik erklären ja technologie das ist der wissen ja genau richtig das ist der wissen das hast du jetzt gute danke jetzt habe ich erklärt der nächste bitte was das erklärt wir dürfen die logische erklärt das ist jedoch gerade selber erklärt eine person hin dieses anteil ok und accounts ist ein account ist immer noch das ist jerry sein personen handy sein anteil und account sein teil das sind drei aber trotzdem ist es nur jerry oder ich bin trotzdem mir zu hause ja es ist nur jerry aber warte mal ohne deine stimme wird das von der handy funktionieren ja du kannst mich gar nicht hören wenn du dein handy nicht hättest ja aber wenn du wenn du als nehmen wir als beispiel du bist der gott jedem handy ist das der jesus ok und der stimme ohne gott wird das jesus funktionieren leute ich lege auf ich muss früh aufstehen ich wünsche euch eine gute nach jesus ist gott jesus ist gott gesagt so ein gottes ist sein titel und ich freue mich hier unter was warst du hast du nie oder scherie ist so nie aber das ist alles jetzt vergangenheit so sobald ich hier ist um ein herzen gelassen habe und wahrhaftig zu ihm gebetet habe habe ich die erlösung gefunden meine brüder und geschwister im glauben im christentum hier ist es ist der wahre weg ich danke euch dass ihr da seid ich wünsche euch viel gesundheit viel kraft möge jesus der herr euch stärken am ende ich auch gute nach dankeschön leute den button tv jannis dankeschön gute nachbruder gute nach meinem bruder also hast du eine antwort für mich jerry ich habe dir gerade gesagt das ist es steht zum beispiel es johannes 1 steht am anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott und johannes 1 4 steht und das wort wurde fleisch und das wort wurde gekreuzigt jetzt meine frage ohne gott wäre das jesus funktionieren also noch mal mein freund leon gott der allmächtige hat sich im herrn jesus christus offenbart was heißt es für dich dein aller hat sich im feuer offenbart somit ist er das feuer wurde er mit mose gesprochen hat dann aber du hast du hast du hast immer noch nicht verstanden jesus ist das wort verstehst du das ist das ist auch nicht gesagt jesus ist fleisch geworden sogar jesus ist fleisch geworden logos ist und jerry und das fleisch tab oder darf ich dich was fragen hat jesus die menschen erschaffen ja durch jesus christus sind erschaffen worden und davor alles durch jesus christus wieder alles was auf dieser welt ist alles mit bäumen alles alles drum und dran ist durch den herrn hier alles ist durch das logos entstanden jesus war nicht gott sprach verstehst du nicht sprach es werde licht was war jesus oder der vater jahwe jetzt jahwe ist der gott der sich in vater im sohn und alle geist auf dem vater der suchende jetzt der suchende erkläre mir bitte allas wort erklären erstens was war zuerst all das wort oder all das wort oder aller ist nicht es war wort aber nicht gemeint wie wörtlich aber es ist gemeint er wurde war schon mal zuerst sagt mir bitte jetzt du wolltest mich jetzt veräppeln jetzt frage ich dich was war zuerst allas wort oder aller aber jerry ganz kurz war ganz gut wie war das noch mal der kapitel am anfang war das wort und das wort war bei gott das heißt am anfang war nicht zuerst da oder genau das wort das wort ist gott ja also dann gab dann gab es aber das wort das wort gab es das wort war gott er steht geschrieben im anfang war das wort und das wort war bei gott also das bedeutet dass du wort und gott alles des vaters son heilige geist von ewigkeit da ist gott gott ich liebe und liebe braucht ein gegenüber die das wort bedeutet ja so wenn es heute in so oder hier doch noch so��st fragst ja ja hoffnung schreibt auch wir kann das wort als anfang ein beschwert zusammen frage menschen zeigen wirklich aber hat kein anfang und das wort war nicht das erste was aber auch kein anfang gott gott hat sie uns offenbart wo meine herzen offenbart als vater sonn heilige ist euer und das bild der allein ist und alles zerstören wird und dann schreit der wer ist gott die bin gott über ist also mir das gene wie nicht bei uns ist gott liebe bei uns ist gott liebe von ewigkeiten vater sonn heilige geist ein gott schema israel das ist unsere gottes konzept akzeptiert ihr das oder sei der leise geht der weiter okay weil ihr bei euch ist gett dienst was heißt das ist erklär ihm wo ist er fälsch ich erklär ihm okay jerry jerry kannst du bitte so dass 27 vers 8 und 9 bleiben für diese muslime hier ein computer zu sein ich mache das welcher ist das wort ist und 20 wir gehen erst mal 9 genau so was steht da drin tue schubbesätze bitte ja 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 Musa inn'ho ann'allahul'azizeha kiemu al qa asa ka flammar a hat tehtezu ka ann'ha janon wala mudbiran wala jaqb ya Musa. La takab inni la ya khafu ladehi ladehi l'murselu. Berenna, Tumwa hey Daayin. Also, tue was ich besitze? Warte, dann kommst du wieder loka? Lieblend, able, lieblend, ma abdurikam inn'n finn'n naarihe wiek'si muptoho. Moment Moment, welche verse, welche vers, yeso? Welche zuhri, ich hab gar nie mitgekrih, ich volto ainklicky irberdisiä. 8 und 9 moment wo an welchen nennen ein nimmel 88 das 27 27 zu mir gucken erstmal lesen da ich kenne das kennen das das ist einfach ich will wissen was er ließ doch einfach habe ich doch habe ich doch dann hör zu habe ich doch aber es ist ja mit sagen okay dann hört schon wo besetze es auf deutsch habe ich ja auch besetze 8 war das der dd der suche der solcher schon besetzt nachher kannst du besitze so acht da warte hof nur warte der suchende besetze für uns bitte nenne so sagt mir leise jetzt leise ich spreche mit dem mit der suchende was ich schluss und welche so dass du durch vorlesen genau durch vorlesen als er dort ankommt wurde ihm so gesegnet ist wer der immer im hauen feuer und berlin dessen umgeben ist und bereits sei allah der herr der beiden bewohner okay also okay wer ist im feuer und spricht mit mit muss und behauptet allah zu sein da wurde keiner wird keine person erwähnt zum feuer und behauptet allah zu sein und diesmal dann wäre es richtig in feuer gesegnet werden feuer ist werde ich im feuer dring die ich nicht das feuer werde ich nicht vorjahr wenn ich im feuer dring wäre ich im feuer dring und behauptet allah zu sein sein dein heiliger geist was du selber das ist von der riesen feuer dringend aufmachen oder so was versteht ihr aus dem koran immer seit irgendwie ein bisschen wirklich hat euch der satan allah euch so kommt ich muss der nummer sechs dazu lesen auch was das das komplette geschichte also wäre ich habe meine frage neue ich werde ich im feuer und behauptet allah zu sein wie sind wir nicht also ich da steht da steht keine person kann jemand ist hier gehen und das steht keine person die sie im feuer und die sie im und sagte die jahre ja aber aber dass da die die das die glätten sagen ist die erleuchtung gemeint die bin ein paar es wird kurz ich lese mal die erleuchtung ein licht das bricht er ist alle also ein licht ich lese vor ich lese von 6 bis 9 ok du behauptet allah zu sein moment moment stop 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 weißt du was da steht ihr seid ihr seid so mann nicht ihr seid unwissend ja sowas steht weil er nur die an boden kaffee mal alles muss er zu sein eingehörigen sagte ich habe ein feuer erst mal lesen am besten ab 8 ab 8 als er dort ankam wer wer da kam antworten ein krisen antworten auf nur genau wo man wurde ihm zugerufen gesegnet ist wer im feuer und wer in diesen umgebung ist also was der drum ist ist gesegnet ist im feuer weissen feuer du hast gerade selber gesagt ist keine in feuer wer ist im feuer doch du sagst ja gesehen ich werde in die feuer regeln guck mal wenn ich lese guck mal wenn ich lese auf arad ich nicht ich habe das verstanden was kann ich dafür dass die umgebung ist gesegnet die umgebung meine frage ich werde ich in feuer und sie sagen in umgebung in umgebung in umgebung im feuer was steht bei dir in bibel über die ereignisse von feuer und moser was steht bei dir er ist im feuer habe ich es voll ist ja oder nein da steht dass er dazu bekam wurde gerufen zähle ist wer ist im feuer ist und warum es hier ist das aber ist im feuer ist gesegnet weil ein feuer ist ein feuer wo du verstehst nur sie oder wollte dass es genau verstehen wie sie wohnen hier ist eben sagen dass ihre grüße ist vor man sich immer wieder so verstehe mal kommt man leute das macht mich los bitte macht mich los machen ich muss noch mal sie machen mich los machen mich los damals sagte moses zu sein angehörigen ich nahm eine feuer war ich will euch vom dort kunde bringen macht mich los und russliß oder ich war trotz ich bin aber ich kann ich kann ich bin interessiert ich bin interessiert ich kann ich bin aber das mit feuer das mit feuer ist nur gemeint im licht im licht sind die engel die sind gesegnet oder wenn ich das nur gemeint die engel sagen sie singe ist wieder locker es ist gemein ich bin aber es war meistens hier zu philosophieren so viel so viel habe ich habe gesagt wenn man sagt die waren nicht ein feuer sonst war die ein licht was ich liebte werde ich im licht und behauptet das zu sein das war kein feuer die engel behauptet aber behauptet da steht es war kein feuer es war ein licht sondern ein leuchtet und nicht wird das sagt ich bin aber im koran steht dann vorher ihr habt selber vorgelesen koran steht ein feuer ich akzeptiere das was im koran ist ja ja ich sind die gelernte über der koran was hat das mit sie die gelernte über der koran auf einmal stehen die gelernte über sie haben aber bin im koran steht ein feuer und du sagst nein war ein licht die bin aber sagen dass man fast in welchen feuer oder welchen dieser licht diese haben aber zu sein ich sage ich erkläre dir noch mal versteht im koran auf arabisch die nahe nur die hat nur eine war um die aber feuer also ein feuer und kein gelieb zu reden schwere ich im feuer hat einfach den rand wenn du das erklären willst lassen auch noch nicht erklären dieses vorjahr die hat moses angezogen damit ihr zum ort geht und da wo das ort war war die ganze umgebung gesegnet und dieses ein licht laut er verändert einfach den koran wir lesen was im koran steht und er verändert einfach mit dem mit der aussage von eben abba so ein käfer so ein käfer im koran steht ein feuer ich habe gefragt wer ist im feuer ich habe gesagt du bist ein dummer krieg du bist ein dummer kärr und ich bin ein dummer kärr ich bin aber sagte sie schon liegt und das hat ja die mohammed hat ein feuer gesegnet hat ein feuer gesegnet oder durch den kampf war ein licht wo steht das so was für ein käfer damals der nummer sie damals sagte moses zu seinen angehörigen ich nahm eine feuer war ich will euch von dort kunde bringen oder ich will zu euch ein brände gut herbeischaffen auf dass ihr euch wärmen mögt möge und als er zu ihm kam wurde gerufen gesegnet soll der sein der in dem feuerbereich ist und der der sich in ihren nähe befindet und er gepriesen sei das ist einfach zu verstehen die schwere in feuer ist wo über die eine darin steht das muss ist ein feuer war genommen hat nein und er ging dorthin und aus dem feuer wurde gerufen gesegnet ist wer im feuer ist das heißt dass diese wesen dieser feuer in allah diese wesen behauptet allah zu sein wer ist das so viele sachen aufmachen wir wollen oder oder bruder 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 lasst mich eine sache ausklären einmal klären und wenn die dann nicht verstehen dass ihren sachen nicht unsere sachen so steht jetzt pass mal auf fällen also ich mache jeden wort warte mal für den menschen wer alles er gekommen ist also hier spricht man über gott über moses wenn man nur die an borika der foto aufgerufen das ist gesegnet was da hier spricht der segel um den vorher und nicht das ist gesegnet was feuer und was schon wieder vorher hatte richtig gelesen und jetzt blöde ich ob die sondera drinstehen wie diese leute ihre eigene koran verenden nach lust und laune verändern sie du veränderst den koran jerry kannst du bitte dieser aufnahme mir schicken ich mache daraus so ein gut so ein schönes video ist er verändert der koran verschließt er mehrfach im feuer alle mehrfach haben gelesen im feuer und jetzt blöde ich was kann sagen dieses was ist so wohl ich habe das wurde gesegnet war auch gesegnet was um den feuer herum so steht im koran auf zu helfen ja gott bietet ein guter jahr um doch gewonnen so egal in ihren eigenen koran wieder locker da steht das ist die fall um ergeben also umgeben nicht in feuer umgeben das heißt dass man ihnen und dem habe ist ein richtig arabisch ich könnte jemand anderes verraschen ich rede nicht nur mit die habe nicht nur mit judy gesprochen die arabisch kann ich habe mit anderen mit hier darüber gesprochen alle arabisch sprechende menschen und alles sagen im feuer im feuer umgeben ich bin ehrlich ich warte ganz kurz was sei er der suche und leon du kannst auch habe ich ich bin da ich bin da jetzt ja was bedeutet ihn warte manche klär das was bedeutet damit gemeintes das sind ein feuer fertig und wie gesagt die ist aber wieder locker erklärt dass das feuer nur gemeint ist ja das nicht genau du musst ja versorgen dass die tab sie erklärte sagen interessiert kein mensch in koran steht ganz freundlich geht dort in vielleicht kann ein gut nehmen ein gut das licht der licht und was im licht und drumherum gemeint verstehst du ja du musst dich das ich habe ich kenne doch ich habe schon fast alle gelehrten sind dass sie gelesen oder ich habe mich beschäftigen mich letzte zeit extrem ich bin auch nicht mehr so oft bleibt ich wollte eigentlich nur sagen die sind mit zur drei fest 19 oder so gekommen ich war vorhin stumm ich habe wollte die das fragen wer ist denn das licht und spricht ich bin aller kummer der musste der der versor 7 8 zusammen lesen dann versteht ihr das genau das ist da wieder ist damit gemeint er wieder hat auch gesagt liest so zu 7 847 und 8 trotzdem darauf dass vorher gesegnet der der im feuer ist ja aber ich möchte euch geben vorher zu machen deswegen passt zu euch suche 206 ihr könnt den koran so verfälschen wie ihr es gerne habt du kannst dich von meiner geschichte eine wort nehmen und das wort übersetzen das geht doch gar nichts du musst es um die geschichte lesen ja wir haben das doch gelesen hast du doch gelesen ich habe gerade gesagt eine berlinende blut was heißt das herrschaft noch mal ich bin nur eine berlinende blut herbeischaffen ist doch ein nusses und dann ist der feste 7 und als er zu ihm kam verstehe ihr ihr wollt gibt es eine wort und ihr wollt der komplette geschichte ganz das licht das licht wer spricht wer spricht aus das licht es ist nicht vor kurz warte ganz gut da steht da steht gesegnet sei also nicht immer steht da genauso gesegnet seien die im feuer oder richtig so schwer übersetzungen ja also ich meine die taxin nein warte kurz die das sind das sind lehrt haben gesagt feuer ist hier gemeint das licht und die im licht gesegnet sind sind die engel gemeint so habe ich das einmal gelesen rechte lecker das ist weiter das ist er sagt und wer auch immer in der nähe ist meint von den engeln wer ich im feuer um behauptet allah zu sein und konnte nicht so schwer sein und wort zu geben sagen die engel wieder locker da steht gesegnet seien die im feuer ich bin aller von dem wer behauptet allah zu sein von dem verspricht zum wem von wem von dem das licht das feuer wäre jetzt von warte kurz warte kurz und wo hat allah dann gesprochen ist also wenn ich mit dem feuer sind habe ich doch gesagt glaubt die das die lehrten sagen die dass es die engel sind nicht engel also sein nein segnet seien die wer sagt denn das wer sagt da steht doch allah ich ich bin moses ich bin es allah steht doch dann ja aber von redete davon nicht also vom feuer aus dieses licht behauptet allah zu sein jetzt auf der welt aus licht gekommen und sprich dann ist danach ein fest danach okay wer kann niemand das aufmachen bitte davon ja dann musste ich auch gleich raus ja ich auch ich muss eigentlich in der arbeit sein kurz mit der groß machen der soll vernünftig zeigende zeigt nur die hälfte zwischendurch bezeichnen muss ich bin gewiss ich bin allah ein mächtiger der allmächtige unterweise ich bin allah der mächtigen zu all das hat ihm dass ihm diejenigen der zu ihm sprach sein herr und aber weiter lesen weiter 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 also ist allah aber der allmächtige denn alles unter und unter und unterworfen hat der weise der in allem seine worten und taten weise ist dass sie das dann befehl er in den stock den in seiner hand war und weg zu werfen damit er in einem kleinen beweis zeige dass derjenige ist das alles tun was alles tun kann was er will als muss er stück weg war von dann verwandt es sich dann war verwandelte er sich in die gestalt eines riesigen und fürchteinflussigen schlange die sich dort trotz ihre große schnelle bewegte allahs hat aber als er sagt dass sie sich bewegte als wäre sie ein jan ein ganz lange dann besieht sich auf die schlangen art die sich am schnellsten bewegen und wendigt als ist als muss er dann mit eigenen augen sein aber wo auf welcher seite ließ aber diese diese feier zur vers 9 und 8 habe nicht nichts zu tun damit zu tun eigentlich das ist aber eigentlich der tante vers aber warum eine frage woher liest du ist es eine pdf datei die auch auf alle mod es wird sich auf aber ich bin ich kapiert ok gehen wir einfach auf ganz normal gibt du einfach im internet ein suche ich glaube war da sieben wieder locker so dass sie uns an 8 und 9 aber nicht nicht auf euren komischen seiten da wer ist dort und behauptet das ist meine frage ich kann doch nicht so lassen dass man das mal ab da wie der luker der luker vers 8 und 9 habe die sinn von nicht sind wir nicht enthältischen fahrt sind die gleiche verse oder ließen so dass du jetzt auch einfach immer er auf jetzt die kommen dieser fassure 27 west hoch tut nur ich habe mir das haben einfach so rechtlich da und sagte ich aber wer würde mir was was zu sagen schreibt man einfach bei google zu 27 dann können wir die verse untereinander gelesen was ich habe einfach nur suche sie 27 27 und da steht ja dann suchen wir suchen da steht irgendwo islam.de nach islam.de naja jetzt gehen wir auf den 6 6 6 6 8 oder was er wird koran werde ich von seiten eines allweißen und als wissende zum empfangen gebracht als muss es einem angehörigen seite ich habe ein feuer bewahrgenommen ich werde euch davon eine nachricht bringen oder ich bringe euch ein leuchtkörper ein brenn des stocks also steckt holz auf dass ihr euch daran wärmen könnt als er dort ankommt wurde ihn zu gerufen bis jetzt gesegnet ist wer im feuer und wer in diesem geben ist und preis sei allah dem herr der albert wohne und muss ich bin gewiss ich bin ich bin es gewiss ich bin allah der allmächtig der allweiße das war es also alle ist im feuer so geil den anderen vers wasser du liest da kommen allein sagte da oben wo war das noch mal mit dem busch oder so etwas war da da steht in surah 20 mit busch surah 20 fest auch glaube ich 8 oder 9 da steht 20 und dann musst du gucken ich weiß nicht genau er muss ich ja da kannst du genau glauben deutlich sehen wurde also von wo aus aber wie muss es spricht also nicht hier steht da sagt allah ist im busch spricht aber wie zum busch erst feuer dann licht man dort und es könnte sein dass diese fährt mit dieser fährt einigen eigentlich jetzt musst du genau das jetzt übersetzen was da wieder locker du warst der erste der geflüchtet ist er steht doch im koran 1 zu 1 im feuer leugne es soviel du möchtest es steht er hat mich durch feuer gesprochen er wieder locker sehr ehrlich hand aufs herz hat allah durchs feuer gesprochen hand aufs herz die müsste mir sagen aber wer wer daraus spricht wird das ist eure islamische takia die ihr macht nein 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 das ist christlich das ist richtig und jetzt ist es ist alles oder wo ist jetzt alle oder die feuer und gesprochen gesprochen durch zu 29 30 wart ich schon mach ich noch so dass 29 vers 30 der suchende der suchende bischen oder mach bitte so dass sie benutzen 29 30 20 29 30 29 30 mal schnell auf nachher gehe wieder ganz gerne aufmachen wenn wir das bitte wie gehen er hätte darauf wie gehen nachher auf deine frage ein ja du hast 45 themen aufgemacht ich habe ein thema aufgemacht mein einziges thema mit ihr war da jetzt das ist mein einziges thema gewesen wieder locker auch immer du hast du viele fragen gestehen von gestehen man ja sehr so dass sie 29 30 vorlesen gehen wir auf die bibel gerne konnte ihr habt schnell aufgemacht habe wie schnell durch oder wieder locker das ist typisch bei dem bruder ihr takia islamisch jesus ist doch gott oder armen wie kann ein menschen geben wie bitte ich kann ein mensch ihm eine schelle geben ein mensch in eine schelle geben der der menschlichen mensch und jetzt wo ist das problem ja aber wie kann ein mensch ein gott ein schelle geben siehst du doch in dem wurde mensch in mensch gestalt er niedrigte sich selbst und wurde gehorsam er ist der wahre der wahre könig ein könig die unterkommt mit uns spricht und verbringt euer gott er ist gekommen um abgeschlachtet zu werden aber das versteht ihr einfach nicht das hafte er ist gekommen um abgeschlachtet zu werden das ist von anfang an sein wille bevor er wollte dass er bespuckt wird er hat das alles auf sich genommen er wollte dass wir den schlagen er wollte dass wir den bn die die regie dass wir den anpissen das alles hat er für uns getan aber das raffte nicht das wollte einfach nicht bei ihr wollt es nicht verstehen dass er uns gerettet hat dadurch dass alles was wir eigentlich hätten verdienen müssen und die hat dafür natürlich hat das ein gesetz auch nicht aufgehoben natürlich nicht denn dieses gesetz gilt dann für die die sie seine nicht annehmen wollen die werden gerichtet aber 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 er kriegt eine schelle und fragt warum er geschlagen wurde als weil er seine herrlichkeit abgelegt hat er hat all seine macht alles aufgegeben und der letzte knasch zu sein auf erden er ist nicht gekommen die dienstung ist gekommen ganz kurz bitte warte ganz kurz er ist doch gott er ist doch allwissender auch oder auch jetzt wenn das an der taxe ich mich doch kommen lass mich doch meine frage stellen ich stelle doch mit respekt erstellt er ist doch gott er ist doch gott oder er ist 100 prozent gott und 100 prozent ja okay wenn er gott ist dann ist er doch allwissend oder ja ist er ja und wenn er eine schelle bekommt warum fragt er warum er die schelle bekommen hat er muss doch wissen warum er die bekommen hat wenn ich da musst du die menschlichkeit von ihm verstehen in diesem moment wo er gerade da auf dem weg zum kreuz war war er mensch und als mensch wie schon der bruder sein da war da war noch nicht im kreuz er war auf dem weg zum kreuz oder liege ich da falsch davor davor noch davor ja er war auf dem weg zum kreuz er hat sein kreuz am rücken getragen und er wurde bespuckt geschlagen von anderen rollten und dann sagt er wir haben davor davor noch davon waren denn genau davor sag mal sag mal die färste als ich habe den ich im kopf ich habe keine ahnung wo das steht jetzt war da ehrlich ehrlich aber ich habe das mal gelesen ich glaube das steht in johannes glaube ich geht das wenn ich mich nicht und noch mal ja aber dann lass mir antworten wenn du an berechtigte frage ganz wort das auch gestellte dann lasse man darauf eingehen wie gesagt der gott wurde fleisch lebte unter uns er niedrigte sich selbst ja er hat das bekommen was wir alle verdient hätte jeder einzelne von uns bis sind wir sind grausame menschen menschen eigentlich und ja er ist gekommen hat die ganze schuld auf sich genommen das sagte ich über mich und für mich ist er mehr wert gefolgt zu werden als ein mohammed die menschen augenlicht genommen haben menschen getötet haben mutter auf diese welt gebracht hat sechs mit kinder auf diese welt gebracht hat und 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 jesus ein heiliger mann ein heiliger mensch okay er ist wirklich gefolgt zu werden kann man sagen was man will okay die bibel beendet mit jesus also ob er gott ist oder prophet egal egal solange ich bei der bibel bleibe und anerkennen dass die islam einfach nur deine lüge die sante christ ist die nirgendwo locker wieder locker mein bruder warte ganz kurz versuchende bitte ich bin gleich raus dann könnte so lange wieder locker mein bruder bei allem respekt okay meine frage war für mich ich persönlich studie ja ich liebe ich liebe jesus ja du weißt ich habe ich habe gar keine religion gerade ja ich bin auf der suche ich möchte es von dir verstehen jetzt er ist 100 prozent kommt er ist 100 prozent mensch nehme ich an wirklich mit herzen nehme ich an dass gott ja seinen sohn oder als mensch auf die welt kommt und sich für unsere sünden erniedrigt ja und sich für unsere sünden ja er gibt ja gekreuzigt wird nämlich an akzeptiere ich meine frage war er hat eine schelle bekommen dann habt ihr gesagt er ist 100 prozent mensch und er weiß auch 100 prozent gott warum hat er gefragt warum hat er denjenigen befragte ihm eine schelle gegen ihn hat das ihm eine schelle gegen ihn hat er musste doch wissen er ist doch allwissender oder nicht einfach 100 prozent gott schlägst du mich und das ist die zwei naturen das ist die zwei nature die wir in der bibel lesen und 100 prozent mensch 100 prozent gott er aber als hundertprozentige gott musst du doch wissen warum er ihn geschlagen hat er wurde er wusste auch wer verraten hat trotzdem hat er es durchgezogen aber mein wort hat er dann und er war gefragt wo seid ihr das ist so aber schlussendlich er hatte das gefragt und das hat ein botschaft von uns und wir lese diese botschaft in der bibel warum er das gemacht hat warum er das gesagt hat was bedeutet wenn ich eins links bekommen und um die er sagt gibt die rechte aber nachher dort bei der hohen priester sagte warum schlägst du mich oder sagt er ich schlage beschlage wir haben genug gehört belast für mich man hat gemerkt erstellt er sagt er ist derjenige die mit der wolke kommt und die jude habe genau gecheckt dass es für gott ausgibt dass er sagt er ist der messias der mit der wolke kommt wie der profe der neid vorausgesagt hat also hat alles mit prophetie und geistliche verständnis zu tun oder aber wie gesagt ich folge 1000 moment ein gott die fleisch wurde okay die die für meine sünde ihre so sein lebe gegeben hat der ist der person die ich sterbe will bescheidst du für so ein könig will ich will ich sterben das ist selbst er konnte alles für nicht er hat nicht gemacht er hat gesagt wenn du mich glaubst hast du ewiges leben und dahin gehe ich sehr gerne okay bevor ich jäge die mond umbringen auge ausreiße seine frauen nehmen sein besitz nehmen oder was soll ich sterbe lieber für diese mensch die ich nicht immer werte bin wirklich die schule immer zu berühren so heilig ist der erste ist war jesus christus auf dieser welt und wurde jetzt armen hast du schon gesagt so ist das war ein wahrer märziger also das schöne ist du siehst ja gerade selber gut was unser gott unser herr er hat die gestalt eines menschen angenommen hat sich als mensch offenbart was er aus liebe für uns euch okay du glaubst jetzt an nichts aber da bin ich mir nicht so ganz so sicher was was tut ich glaube ich glaube an gott aber kommen mein lieber ich sagte noch einmal ja wieder locker die können mich alle ja ich bin kein hasser oder so ich trage nur für mich selber jetzt gerade ich habe ich kenne die videos ich kenne viele sachen wie du mit leuten debattiert dass ich weiß dass du kein hasser bist ich frage dich ja ganz normal was hat allah für den islam getan warum sagt selbst mohamed der angebliche siegel der propheten warum sagt mohamed ich weiß nicht was passiert wenn ich tot bin warum weiß er es nicht warum konnte ihn allah nie ein versprechen geben dass der islam wenn die an allah und an alles und seinen gesandten glauben dass sie im himmelreich kommen warum konnte allah den das nie versprechen warum das ist eine berechtigte frage wir schaffen diese worte über seinen mund zu bringen er hat ja im und er hat ja auch augen er hat ja an der hat ja alle 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 körperteile was auch menschen warum konnte allah nicht sagen zu mohamed ich habe ich habe jetzt gerade nicht mein zweites handys dabei dabei ja ich könnte die felser dazu geben so gestellig hier aber ja noch kauf gegeben leute hat alle zu ja das ist christliche takia was sie gerade machen werden nein nein das ist gerade mein handy nicht dabei ich hatte die felser zu deine frage wirklich alle ich hätte die antworten aus dem vorangegeben ja ich habe alle kno kalt gegeben schon wieder locker wieder locker du hast meine frage nicht beantwortet welche frage ich habe dir gesagt er ist 100 prozent gott er ist ja in ich hätte bekommen warum hast du mich geschlagen ich habe konto worte aber ich habe schon konto worte habe zu dir gesagt schon hundertprozentig menschen hundertprozentig fleisch und es hat so warte ich nicht und er hat so gefragt und so wir haben so aufgeschrieben und das ist gut das so das hat das ist gut dabei so ja wenn er wenn er frage warum schlägst du mir aus will aus welcher grund und er gibt dann unter wort er macht schnell mag dieser text auf aber dann macht diese texte auf und lisa mal vor was genau da drin steht damit am ende wenn er tot ist bei jesus damit durchkommen du stellst die gott gleich und das bestätigt was ich sage dass er die gott ist wenn ihr so bis bringt egal wer muslim oder wer immer so bis bringt und mir widerlegen wie es ist genug kalt für euch bei ich möchte ich mich nicht mit dir debattieren ok das war die frage was war die frage ich möchte ich bin gerade wieder zurück Du hörst du mich zu, Judy? Vatikan, bitte einen Moment. Leon, Jezus ein Schaakam. Ja, ja. Hallo? Ja, ja. Ja, Vatikan. Ja, okay. Jezus ist ein Schaakam und ein Schaakam. Ja, ja. Das ist ein Schaakam. 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 Jetzt mal eine kurze Frage. Warum konnte Gott seine Sohn nicht beschützen? Nein, nein. Das ist keine Frage. Warte, Judy, Judy. Ich habe vorhin mit dem Suchenden gesprochen. Die Frage. Über die Sohn 3,55. Steht da in 3,55, dass Gott Issa sterben ließ? Ja oder nein? Was steht da? Ich muss es vorlesen. Warte kurz. Judy, ein Feier an dich. Das Wort Motografika hat doch mehrere Bedeutungen, oder? Das Wort Motografika. Die Gelehrten sagen selber. Ich sag dir ehrlich. Guck mal. Die werden heute nicht mehr schlafen. Wieder, wieder. Ich habe eine Frage. Verlasse den Islam. Rettet eure Seele. Ey, ganz kurz an die Christen. Ich habe eine Frage an euch. Könnt ihr bitte... Warum hab ich das nicht fragen? Nein, den Ding jetzt zu dir. Weil, den Ding jetzt. Ich habe einen sehr guten Kollegen vor mir. Der ist auch Chris, weißt du. Der ist richtig korrekt und so. Wir reden über diese Sachen. Ich habe ihn gefragt und er konnte das nicht beantworten. Vierte Mose Kapitel 31. Warte. Ey, jetzt kommt der neue Team. Komm, komm. Ja, habibi. Die Antwort ist in Surah 3,55. Ist er gestorben? Was steht da? Nein, nein. Also bei uns im Koran der Jesus Christus ist nicht gestorben, aber sah an den... Die haben so gesehen, dass er gestorben ist. Aber er ist nicht gestorben. Er ist gestorben, auferstanden. Wir reden jetzt hier. Vierte Mose Kapitel 31, Vers 17 und 18. Okay, Leute. Schön, Antosch noch. Die Tötungswerte. Wir reden jetzt da drüben. Wir reden jetzt da drüben. Er hat Knockout, Judi. Er weiß, er hat... Mit der Locker. Wenn ich heute die Zeit habe, ich bin gescheit. Glaub mir. Ich bin du alleine nicht liegen. Judi, der Suchende, der wollte das wissen. Judi, bitte. Antworte ihm das. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich kann jetzt gerade nicht. Ja. Guck mal. Doch, du kannst es sagen, was man... Warte ganz kurz, bitte. Warte kurz. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten von den Gelehrten, ja. Ich bin ehrlich. Ich sagte, ich bin ehrlich. Mies egal, wer was über mich denkt. Ich bin ehrlich. Guck mal, wenn du von dem Kassier liest. Ja. Ich sag jetzt, was ich auch so im Kopf weiß. Kassier sagt in einer Stelle, bei ihm wird gesagt, ja, das ist wie drei Stunden. Der Tod war, dann mal für drei Tage und keine Ahnung was. Und dann steht bei den anderen, zum Beispiel mit Orpheek heißt, das ist nicht der echte Tod, sondern schlafen. Schlafende, keine Ahnung, wie ich jetzt erklären soll. Das ist der kleine. Was ist denn der Tod? Weil du Tod? Wie sowas steht das da, ja. Da muss man sich alle klären. Komm her auf zu philosophieren. Das ist der Knock out. Was ist der Knock out? Ich habe die Welt gesprochen. Was ist der Knock out? Ich habe die Welt gesprochen. Nein, der Suche, der wollte das wissen, Judy. Nicht du. Jaja, ich hab ihm doch gerade gesagt. Ey, Bruder, kann jetzt bitte jemand die Frage beantworten? Hast du gehört, der Suche? Samuel, das Wort hat kurz gehört. Er meint die Tötungswerte, du. Ja, ich hab ihm doch gerade gesagt. Hacker, Hacker, hat hast du Knock out gehört? Was denn? Tschüss, ja, ich bin raus. Guten Tag, Judy. Guten Tag, Hacker, ist bei euch der Samuel vorhanden? Bruder, du kannst jetzt nicht eine Frage über deine Gegenfrage. Ist bei euch Samuel vorhanden? Ist die Tora vorhanden bei euch? Ich hab dich doch was gefragt. Willst du und wir selber Knock out geben hier? Warte mal, wieso verdrehst du das nicht? Ich kann es erklären. Nein, nein, ganz kurz. Moment, Moment, Moment. Ich hab komplett falsch verstanden. Warte doch mal. Du fragst, wir sind Christen und jetzt gehst du auf die Tora. Die Tora-Gesetze, nämlich, wir erhalten nicht diese Gesetze. Warte mal, Bruder, warte doch mal, warte doch mal. Ja, was willst du jetzt mit diesen Gesetzen jetzt? Warte mal, da steht doch, was steht denn da? Lies mal bitte. Lies. Lies. Ich hab keine Bibel. Lies. Du hast keine Bibel bei dir? Nein. Ich hab jetzt nur mein Handy. Du hast keine Bibel bei dir und debattest irgendwas. Was willst du? Was willst du? Ich mach aber überlaufen. Was willst du? Vierte Moses, was hast du gesagt? Vierte Moses? Nein, ich hab keine Zeit. Was? Vierte Moses, was? Das ist weg, lass. Was ist jetzt? Vierte Moses, was? Was will er? Vierte Moses, was hat er gesagt? Vierte Moses, was? Vierte Moses, was hat er gesagt? Vierte Moses, was hat er gesagt? und er will kommen jetzt warum werden die mädchen die nicht die jungfraulich waren nicht töten und für sich behalten das wird er kommen mit 16 17 18 das ist ja das ist der banner vollzogen was der herz spricht über die reinigung wo wir gestern gesprochen oder letztes mal wieder wir sollen den bahn in unsere herzen vollziehen weißt du wie ich meine unsere götzen in unsere herzen und dann ist im alttestament sichtbar aber die könnte es nicht verstehen und er wird kommen hier warum diese mädchen jetzt wo jungfräulich ist behalten und alle andere töten jetzt holen mein hoch und er wird ihr diese frage stellen ja aber der suchende hat das heute schon jetzt wird das frage ich wollte fragen von wo sollten die soldaten damals wissen ob die frauen jungfrauen sind oder nicht die leute da oder sowas nicht er ist doch irgendwo angegeben ist irgendwo fester also da steht einfach immer so sowohl wofür die lesen kinder bedeutet wenn wir das alte testament sind mit das bedeutete kinder die 112 jahre alt waren die waren das geht nicht gebunden also wenn du dich erinnerst und du siehst in israel wenn ein als kind bezeugt wird dann heißt er war nicht älter damals in israel war normal dass diese kinder diese junge mädchen alle jungfrauen waren es ist wie in eure glauben dass die mit sechs oder neun oder mit zehn schon ein mann waren das waren schon für tennen alle jungfrauen aus diese bezug heraus aber du willst mir sagen das waren kann israeliten das waren ungläubige von die andere völkern aber deine frage wird es dann heißen wo wo haben sie sich im film daraus was ich bin nicht deinem bruder erstens du hast eigenen film daraus erstens ich hab nicht mal meine frage gestellt trotzdem laberst irgendwas und ich habe eine frage gestellt trotzdem gehst du dich auf die frage ein du gehst bin ich deine junge kleiner deswegen gestern nach hause wo du gekommen bist eine sagst du mir jungen sagt zu deinem vater und nicht zu mir ich versuche dir das zu erklären aber diese hochmutige stolze typico und diese angebärische art kannst du mit deinem vater reden nicht mit mir in alle liebe danke das ist richtig richtig so wenn er wird der will was herrn oder der will wie ein kind sein eins von beiden muss er aussuchen das ganze kapitel der ganze kontext versuche ich dir in liebe zu erklären was bedeutet im banner wird das war und du sagst mir junge und junge und junge ist das problem ist ich bin älter als deine vater junge 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 mit 21 jahre kommt sie von typico von spieltec hat zugemacht kommt sie in typico und wirst du mit mir reden geste schlafen junge mann danke hier leon al kurdi das ist ein vernünftiger und wie der zusammenhang ist und wie das alles das muss man alles der ganze kapitel lesen und dann haben wir den kapitel 28 vorher wie die bahn und warum der herr diese bahn vollstreckt über die völker die rumherum von israel waren kann man jetzt nicht eine bibel versagen warum die spagetti makaroni ist und fertig muss man den ganze alles betrachten aber warum soll jetzt mit ihr versuchen wir in alle liebe zu erklären und versuchst du die andere von oben herab junge 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 ja das ist nicht gut gerne janes wenn ein mensch nicht an kommt hoch und will nicht mehr hören was andere reden und selber redet etwas rein jetzt macht man das auf und erklärt mir das auf verstehst du wie wie stellt man sich vor die andere menschen diskutieren über etwas und er kommt doch und will etwas das man erklärt das geht das muss ich abwarten und dann lese ich das und dann sagt er nein ich wollte fragen wie wussten die andere dass diese kinder jungfrauen sind diese muslimische denkweise wieder diese horrerische unreine denkweise in seine gedanken hat er wieder der finger irgendwo in eine loch in seine gedanken das ist diese ist diese unrein vor wo wissen die soldaten dass die jung mädchen waren schau was für eine frage hat er hat keine probleme in seinem leben er hat gefragt jetzt vor wo wussten sie dass die jungfrauen sind er will uns auf deutsch sagen wollte haben sie sich getestet stürme ausgesagt über jüdische stürme und hinter gedanken sagen haben sie vielleicht finger rein gemacht in tik tok sportlich in diese richtung wird er gehen diese unreine gedanken merkst du sofort kannst du nicht mit solchen leuten reden so lesen wir dann lesen wir tötet jetzt alle kinder männliche geschlecht und alle frauen schau jetzt und alle frauen die schon mit einem mann geschlafen haben alle mädchen die noch nicht mit einem mann verkehrt hatten eine andere übersetzung dürft ihr für euch am leben lassen und die andere übersetzung sagt die kinder und hier sagt alle mädchen die noch nicht mit einem mann verkehrt haben jetzt wird er fragen wo soll die wissen ob eine mädchen in die vier wände schon unzug getrieben hat jetzt wird er so fragen und dann wirst du ihn versuchen mit dem kontext zu antworten dann wird er sagen warst du dabei in ihrem zimmer vielleicht da wo ihre eltern geschlafen hat ist sie irgendwie mit jemand um die ecke in den stall ins bett gegangen und solche sachen das ist das es ist einfach fleischlich menschlich nix mehr nix weniger ja ich glaube ich werde jetzt bänden ich muss ja auch schlafen noch zwei stunden dann muss ich aufstehen nein du bleibst da jetzt ich muss um 10 euro nein du bleibst hier noch du hast hier heute bisschen wenig gegeben wieder warum ich nächstes mal ein bisschen mehr gas geben aber ja das hat heute richtig das reicht schon und wir hatten sogar lobkreis werden alles heute es gibt nichts was wir nicht hatten bist du mit jerry naja ich muss bis sie noch schlafen und dann muss ich noch arbeiten muss ich nicht aber ich muss nachher was ich muss bis zehn worte warum ist das vier stunden machst du dich bisher in die ruhe bist du dann konzentriert besser für deine arbeit später das ist also gegen islam oder oder zum weise was mir gerade darüber spricht warum viele menschen trotzdem konvertiert in islam rein jeden tag tausende leute befinden jeden tag 1000 verlassen ganz einfach weil da steht geschrieben der feinde der gott dieser welt verfinstert der verstand von die menschen und die können nicht die herrlichkeit des evangeliums erkennen warum jetzt alle leute zum beispiel zu zu atheisten werden warum sie zu satanisten werden warum sie yoga betreiben und anfangen mit geister zu reden warum sie die zauberei und die dunklen mächte sich hingeben ja das sind verführungen lässt gott einfach zu die menschen nach ihre wege zu gehen weil der herr wird niemanden jetzt zwingen und sagen wo ich packe dich jetzt von die hände und ich lasse dich nicht den weg gehen hatte zu moses gesagt ich gebe dir zwei wege den weg der segen und des fluch dann musst du dir selber entscheiden aber der herr hatte nicht gesagt ich zwinge dich den weg der segen hat gesagt nimmt den weg des segens besser für dich auf deutsch gesagt wenn wir das lesen und deswegen die entscheidung liegt immer an uns um ein mensch jetzt gebunden ist und probleme und ich weiß es weiß die geier was was der mensch im hintergrund alles hat dann fängt dann auf einmal bäume zu glauben dann sehe ich auch in indien menschen fallen von die kühe und beten die kühe an dann sehe ich die menschen betten affen an die sind götter elefanten und da steht alles geschrieben in römer die menschen werden anfangen die schöpfung zu preisen und zu loben und anzubeten stand den wahren gott dann sind menschen dann in himalaya oben die betten die steine an und so weiter und so fort und dann kann man nicht so pro schall sagen jetzt hier in tik tok warum das hat alles mit geistlichen hintergrund zu tun meine gedanken danke also ich würde mich gerade trotzdem viele menschen die gegen diese religion gekämpft haben oder gleich mal anderes gedanken haben trotzdem also sind auch vor prominenten und sowas sind wieder in den islam konvertiert geworden also da sind so viele menschen jeden tag sind tausende menschen die konvertieren ist ja so was ich erlebe ist dass viele menschen verlassen der islam und ich sehe wie die gelehrten sagen dass es eine wähle der apostasie über die islam ist und du bist lang kommt und dass viele viele menschen ist noch verlassen frauen kinder männer alles mögliche menschen träumen von jesus in arabischen ländern verlassen in masse der islam wenn ich meine hier in europa nehme viele der islam durch die junge leute die generation ist deswegen die liebe ist das viele verlassen aber nach gewissen jahre der islam wieder zum beispiel wir haben hier der christ christian ding der hat zehn jahre war im islam wie war vierer halbjahr fast fünf jahre im islam andere waren ein jahr andere waren paar monate andere weiß nicht was aber wir sehen einfach so viele menschen meine frage ist es aber wenn die leute diese islam nehmen sind das auch wie beim christen diese 08 15 bekehrungen die einfach islam haben innerhalb von paar minuten das ausgesprochen und die leben ihre leben weiterhin haben keine gemeint haben keine gemeinschaft die huren weiter mit ihre lebenslose wie gelebt haben die leben eine unreines gottloses leben aber hauptsache haben ihre leben eines tages allah gegeben und dieses gebet gebetete übergangs gebet ist das in wirklichkeit dann muslimen sind das wirklich hingegeben menschen gottes oder sind es nur 08 15 und haben das aus welchen gründen auch immer ich kann das nicht sagen aber ich sehe auch bei eure glauben viele 08 15 bekehrungen keine wahre bekehrungen danke also viele hat durch meine erfahrung viele europäer diesen islam konvertiert gewonnen wegen der sura mariam also das ist der mal ist das denn der mariam 19 19 19 die haben der koran 19 gelesen und die haben vergleiche vergleiche in bibel und da meistens deswegen sind in islam konvertiert geworden weil so 19 ist ganz deutlich geschrieben ganz schön geschrieben vom gott also das meisten sind durch diese suche in islam konvertiert geworden dann könnt ihr wieder locker und jerry antworten über diese sura ich enthalte mich habe ich nicht da viele leute wegen dieser schule und mit der bibel und geprüft hat dann wäre sie gar nie muslim geworden aber ja ich weiß also das woran man hat schon mal gelesen eigentlich hatte ich mal gelesen ja nicht wirklich habe ich schon gelesen hier haben wir schon so mit rauch und heilige geist und dies und jenes die gebrauchte seit zwei jahren sprechen wir das öfters hier in tik tok ja ja und diese versuche 19 das ist das eigentlich negative da drin ist das oder was du das siehst ist nicht schön nicht in ordnung ist machen kannst du wenn du willst und uns zeigen welche dich so berührt welche versicht es ja klar kann ja sagen die auferstehung kommt erst für sie wenn der jude komplett tot ist das ist deren aufgabe verschießt weil ich meine also für die ganzen dschihadisten da wissen die wissen die der auferstehung passiert erst wenn der jude erst komplett weg ist das ist das die kämpfe gegen das wort gottes und dann müsst ihr verstehen wenn der jude wirklich tot ist weil ich meine dann kann das wort ja nicht ein genannt verstehe aber das wort wird eingehen das ist das und darum wird jetzt bald auch der großzuh hat auch bald losgehen nach der entrückung der christen dann wird das richtig abgehen auf dieser erde die muslime werden israel komplett überrennen komplett und einige wenige werden überleben sie werden dann erkennen in der drangsaal ja wenn die die letzte stadt die letzte stadt halten dann wird der herr von himmel kommen und dann seine füße werden auf den ich sehe das nicht so das ist alles jetzt irgendwie so von hier heraus oder ich weiß es nicht ich sage eins das geschieht alles so wie der herr bestimmt hat in das wort gottes wir können plappern machen warum der krieg in israel warum dann der nächste krieg ein beispiel jürgen gegen sepp oder dies und jenes warum lässt der allmächtige gott christliche krieg orthodoxen gegen orthodoxen russen gegen ukraine bekämpfen warum lässt gott dies jenes das kann ich nicht beantworten aber alles geschieht nach dem plan gottes alles wird geschehen was das wort gottes sagt von dann wir brauchen als christen uns nicht so viel gedanken machen meine meinung das stimmt auch die christin warum lässt der herr dann zu orthodoxen gegen orthodoxen was wir uns hier gott zu uns sagen weil wir sprechen immer krieg juden gegen muslimen dies jenes wir sehen jetzt auf einmal hat der herr zu gelassen christin gegen christen auf einmal die orthodoxische russische kirche gegen die orthodoxische ukrainische kirche warum lässt gott jetzt zwei orthodoxische religionen bekämpfen und christens sich bekämpfen ein beispiel kann auch jedem muslim fragen jetzt was bezweckt gott damit warum lässt gott das zu weil wir hören die kriege lässt der herr zu wir lesen in alten testament auch der herr ist der könig über die kriege der ist der chef er kann nämlich das ohne sein okay geschieht nichts aber warum lässt das gott zu es muss einen plan haben eines tages erfahren wir wenn wir sterben wenn wir nach hause sind und dann wissen wir das warum gottes das zulässt aus welcher gründe die sünde spielt mit dem spiel warum lässt gott dann zu kinder sterben dann kann ich fragen die muslimen warum lässt allah dann für kinder sterben dann in gaza wenn die uns fragen wo ist allah da in diese gedanken bei euch ein beispiel und so weiter das ist dann zu viel für unsere kopf wie als menschen muss in demütig sein und sagen gott macht keine fehler wenn er diese sachen zulässt sind wir auch wir menschen schuld weil die sünde hat die bergand genommen dann muss die sünde seinen preis verlangen und 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 das kann man mit bibel versen alles lesen der preis ist auf jeden fall wer das gott auf jeden fall das mensch der an ihn glaubt dass der eine gott ist wird das bestimmte schon gegeben ist das mein schon etwas proben ihr als muslimen jetzt mit eure gedanken und eure hintergrund habt ihr bestimmt dieses denken auch in ihre moscheen eure gebetzeit in ihre gemeinschaft warum lässt allah diese krieg und es geschehen was in zur zeit unten in israel passiert was denkt ihr von eurer seite und wo ist in dieser situation eure gott warum schieft eure gott nicht warum lässt gott zu kannst du deine islamische sicht sagt über die führung ein jahres wasser wenn der gott seine eigene sonne nicht über die kreuz schützen könnte was könnte denn das machen nicht und was macht er in ihrer in eurer situation weil er ruft allah ist große allah ist es jenes und ihr seht was geschieht jetzt zum beispiel in dieser krieg was macht allah in dieser situation aus islamischer sicht ja pass mal dass gott hat menschen das gehirn und das herz gegeben um sich zu entscheiden selber zu entscheiden okay was das mit dem juden das also was die israelin das gemacht haben klar das hat auch mit jesus gemacht haben der mache den jesus angekreuzt oder nicht unsere sünden haben jesus gekreuzigt ich tue wieder locker jerry und wir allen vielen juden haben das vollstreckt die juden haben mit die römer aber unsere sünden haben jesus genagelt ich habe jesus gekreuzigt janis morikowitis die realität und die wahrheit und wir alle haben jesus gekreuzigt danke und unsere beantwortung liegt es ihnen jetzt seine anzunehmen weißt du das ist unser bruder das er ist genau so gesagt richtig ja aber die juden haben die die jesus angekreuzt war nicht die werkzeuge von unsere sünden damals aber in wirklichkeit wir haben jesus gekreuzigt unsere sünden unsere verfehlungen wir sind die die das gemacht haben die haben das vollzogen so musst du das verstehen in geist er gab es damals noch nicht als sie angekreuzt geworden du verstehst nicht ich war damit noch janis also ihr wir gaben damals nicht als jesus angekreuzt geworden das weiß ich meine freund uns hat es nicht gegeben aber unsere sünden haben jesus gekreuzigt verstehst du diese satz wird man die frage wenn ich jetzt eine sünde mache ich kann es eine sünde machen ich kann es nicht machen oder wir glauben daran dass wir wieder zurück müssen meine freunde denkst du hast eine freiwillige im moment wo du ohne jesus lebst du bist der sklave der sünde du denkst du kannst machen und tun was du willst in wirklichkeit bist du der sklave der sünde weil es steht geschrieben welcher herr du dienst deren sklave bist du und du bist der sklave der sünde weil du ein abgefallener mensch bist weil du in der sünde geboren worden bist und in die sünde empfangen von deine fahrt und deine munter du kannst dir nicht aussuchen in deine gedanken kommt eine gedanken dann wirst du das sofort vollbringen weil du hast die kraft nicht die sünde zu widerstehen wir menschen ohne jesus ich auch wo ich früher war war ich eine schachfigur der sünde und des teufels fertig und ohne jesus lebt ist ein schachfigur der sünde danke wir nehmen jetzt als beispiel ich glaube ich glaube ich glaube also ich glaube an jesus christus also das ist der prophet ist und ich glaube auch an der moses das auch ein prophet ist jetzt wenn wir da im himmel sind okay wenn jesus der weg ist dann würde ich auch das in himmel kommen das preis auch werde ich auch erhalten und wenn die juden in der himmel gehen gehe ich auch in der himmel rein weil ich glaube an moses aber was wäre wenn jetzt mohammed der weg ist richtig ist und ihr glaubt nicht an mohammed was wird es dann passieren bei uns christen nicht weil wir bitte jerry du glaubst nicht an die bibel darum wenn die das paradies nein egal du glaubst nicht an der wahl jesus du kennst muss es nicht ja du hast da und die juden sollen auch eine bekehrung die mussten auch jesus annehmen steht in wort geschrieben wenn die moses und die bücher reicht heute nicht weil auch steht geschrieben eines tages auf einmal werden die ganze juden und das wird der einzige land dass sie in einen tag sich alle bekehren aber die juden mussten auch jesus erkennen meine freund so einfach mit moses und prophet joel und jesai und jeremia zu glauben wirst du nicht errettet bruder auch als jude auch für alle juden wenn die hier drin zu hören die brauchen jesus auch danke aber und was ist mit dem juden die da vor des christus die haben es gesehen gemäß ihr wissen und die gesetze die einhaltung da steht auch in römer geschrieben weil wir mussten die damals gemäß der mosaisches gesetz bevor jesus gekreuzigt worden ist die mussten das gesetz halten ja ja weil ich weiß was ist mit dem juden vor des christus was mit dem sönden die menschen davor wie werden das werden auch nicht nur das passelang das war da das war für die sind ja mit dem gewissen wie denn also da gab es der jesus gab es noch nicht wie wir werden die sünden der torah und darum ging jesus auch in kreol und predigte dort das evangelium also wegen torah das heißt dass die juden die gehen auch in den himmel rein oder die preis erhalten weil die in torah glauben richtig ja eben in der torah steht geschrieben hätte schon meine kaputte wirst du leben hält hält schon ein kaputte nicht bis zu sterben und dann nicht unter der flucht des gesetzes der trennung von gott also das und alle menschen schlafen laute bibel und bei rückkehr von jesus werde die in christus gestorben sind auferstehen für das paradies und die andere werde dann auferstehen für das gericht ok das heißt dass die die werden trotzdem in paradies gehen auch dort die haben in news nicht geglaubt weil es gab es nicht vor jesus christus vor jesus christus war bis andere das städte ich sagte jetzt gemäß römer 2 vers 12 alle nämlich die ohne gesetz gesündigt haben werden auch ohne gesetz verloren gehen und alle die unter dem gesetz gesündigt haben werden durch das gesetz verurteilt werden denn vor gott sind nicht die gerecht welche das gesetz hören sondern die welche das gesetz befolgen sollen gerechtfertigt werden wenn nämlich heiden die das gesetz nicht haben doch vom natur aus tun was das gesetz verlangt so sind sie die das gesetz nicht haben sich selbst ein gesetz gemacht dass sie ja beweisen dass sie mit das werk des gesetzes in ihre herzen geschrieben ist was auch ihre gewissen bezeugt uns hat gott ein gewissen gegeben auch die menschen damals und das gesetz wurde auch in ihre herzen weil ein mensch der das gesetz nicht kennt und trotzdem nicht lügt und nicht klaut aber seine nachbar klaut dann bezeugt diese eine person dass er das gesetz hält obwohl er das gesetz nicht kennt weil er trotzdem nicht klaut also er macht was dem gesetz danach ist und lässt sich weiter sich selbst ein gesetz dass sie ja beweisen dass das werk des gesetzes in ihre herzen geschrieben ist was auch ihre gewissen bezeugt dazu ihre überlegungen die sich untereinander verklagen auch deine gedanken und ein gewissen verklagt dich wenn du etwas tust obwohl du zum beispiel oder die leute damals wo du sagst ohne jesus die haben und wir menschen hat gott und sein gewissen gegeben und die tafel der gesetze wo moses im berg gehabt hat sind heute in unsere herzen geschrieben diese tafel diese gesetze und wir verklagen und entschuldigen etwa verurteilt uns unsere gesetz wenn wir etwas gutes tun wird er uns loben oder du hast den menschen geholfen hast du gutes gefühl und fühlst du dich wohl oder wenn jemand sich versündigt dann kriegte gewissens frage heißt es auf deutsch und dann lesen wir auf 16 an den tag da gott das verborgene der menschen durch jesus christus richten wird an diesem tag nach meinem evangelium dann wird eines tages das alles sichtbar so ist das beantwortet zum beispiel jemand hat auch gefragt in den amazon ja sind menschen wie werden sie jetzt sterben und wir werden die haben ein beispiel niemals das evangelium gehört und die bibel gibt uns antwort gemäß ihre gewissen und die gesetze in ihre herzen weil wie ich erwähnt habe sind zum beispiel jetzt zehn oder sag mal 30 leute in amazonas in diese stamm diese ein sag mal diese stamm tik tok stamm und der eine nachbar hat den rind von den anderen geklaut der andere nachbar aber bezeugt mit seinem lebensverhalten und mit seinem leben genau das gegenteil er klaut nicht er beschimpft und macht nicht das was ein nachbar macht also der eine nachbar mit seinem leben wird den anderen zeigen dass er gegen das gesetz gebrochen hat der eine hält das obwohl alle zwei haben das gesetz nicht und nicht das evangelium gehört der andere ist ein räuber der klaut viel der lügt der macht hinter die rücken der menschen verkauft und sagt man betreibt etwas wildes in den dschungel und der andere macht das nicht und dann merken wir obwohl alle zwei das evangelium nicht haben der eine bezeugt mit den anderen das gesetz in unsere herzen geschrieben sind und der eine hat das gewissen der andere auch der andere wo klaut und beraubt wird sagen in seine wohnung wenn er geht in seine hütte wird seine frau sagen oh ich habe das geklaut gewissensfrage habe und der andere der nachbar wird ein gutes gewissen und der andere ein schlechtes und so werden eines tages wenn die menschen sterben gemäß ihre gewissen dann und ihre verhalten und ihre handeln bestraft werden so hat es haben wir gelesen danke also das hat aber keine keine hält sich eine gesetze oder nicht alle hätten sich ein gesetz janes keine mensch hat das gesetz gehalten oder das steht geschrieben meine freunde ja wenn du zum beispiel oder ich haben wir 20 sachen im gesetz gehalten und eine haben wir eine übertretung gehabt steht geschrieben es ist ob wir die ganze gesetz übertreten haben das ist einfach so ein domino effekt du kannst zum beispiel nicht lügen nicht betrügen nicht geldgierig sein nicht habsüchtig nicht betrüger sein nicht verleumderisch nicht irgendwie neidisch aber gleichzeitig hast du andere sachen hast du eine andere sünde und andere gesetz wurde durchbrochen hast oder nicht eingehalten dann heißt es du bist auf die ganze gesetz dann sündhaft geworden das ist es bei dieser gesetzhaltung zum beispiel durch hals 20 sachen aber eine hast du übertreten in alle 20 sachen bist du schuldig das ist domino das ist ein kettenreaktion und das ist glieder das ist das problem wo viele nicht merken der andere sagt ja ich habe niemand getötet ich habe niemand geschlagen ich bin ein guter mensch ich habe meine kinder in universität geschickt ich habe meine gut kinder gut erzogen ich war eine gute bürger in meinem dorf sagen auch viele von meinen nachbarn und ich habe nie etwas gemacht und gottes heißt ich trotzdem aber gestern nicht in schimmel ohne jesus weil deine werke können dich nicht retten meine freund weil irgendwo hat er irgendwie weil er merkte nicht der mensch wenn er sündigt auch wenn er zum beispiel habgierige gedanken hinterliste gedanken begierliche gedanken verleumderische einfach den anderen irgendwie hat gesehen und hat gesagt ich hätte gern diese traktor von mein nachbarn warum hat er jetzt zehn ak mehr als ich warum seine kuh gibt mehr milch als meine kuh das ist auch eine sünde vor gott verstehst du das begehren das neidisch sein den anderen nicht verwünschungen den anderen im herzen fluchen ohne zu merken aber gleichzeitig er hat nicht betrogen hat nicht geklaut hat nicht getötet hat nicht hurerei getrieben er war ein koscher mann trotzdem ist eine eine sünde in das ganze gesetz und das ist das problem mit dieser gesetzlichkeit danke hallo er würde würde ich ja jerry ist hängt geschlafen ja der ist jetzt weg ja mal gut ist auch heilig weißt du wird kann keine sind zulassen das ist das gott ist absolut heilig wird jetzt weg ja ja vielleicht können ich bin da aber mein tochter sagt ich muss ich muss das war ich muss wieder im bett bringen okay schlaf gut bis nächstes mal habe ich gefolgt ja bitte ich habe hier gefolgt jungs hat mich gefreut euch zu sprechen ja ich mich auch immer gut zu hören dass wir uns austauschen viel spaß ich habe öfters ein kleines kind gehört oder wem war dieses kleines kind das war von mann ok vielleicht jerry bis 9 geknickt kann man mit gästerechten chat beenden und und oder lassen das einfach so einstellungen zum live status trennen der ganze chat trennen hier nein gäste verwalten trennen mich selber trennen na jerry bist du da jetzt habe ich aufgestellte bitte ich habe den chat aufgestellte okay gut was mache ich es haben auch schon live auf oder wenn wir kam ein bisschen reden bis da bleiben auch da weil ich hier sind die leute auch hier gleich wie du willst bleiben ein bisschen wenn man ja sonst bleibt wieder einstellen machen wir uns ja allerdings viele fragen einmal gerettet oder immer gerettet und diese uhrzeit ich nehme diese gespräche nicht an es ist mir zu spät jetzt oder zu früh lassen dass ich rede jetzt nicht um diese uhrzeit über diese sache wenn wir wieder locker will dann können sie mit locker mit wieder darüber so ein bisschen austauschen alles gut danke was ist deine herzenshaltung meine freund was meinst jetzt genau ja deine herzenshaltung was denkst du ist das diese fragestellung diese amerikanische einmal errettet ihm errettet diese art zu fragen oder soll man lieber wie paulus gesagt hat keiner so langsam verloren zu gehen wenn er jesus liebt in seine wille durch seine gnade bleibt und dem herrn nachfolgt was ist besser diese 08 15 einmal errettet ihm errettet amerika oder ist das so wie die bibel das sagt was klingt besser ich glaube so wie die bibel sagt dass man einmal gerettet immer gerettet ist ok gut und das auch immer eine vergebung gibt also dass du immer wieder zurückkommen kannst das also das glaube ich mannst du mal errettet ihm errettet diese bist du kennst wie kaukum wie wo man auch so was man in tik tok diese noch test oder meinst du test so wie die bibel das meint genau so wie die bibel sagt also und auch man kann auch immer also man kriegt immer die vergebung also es ist ja auch oft so dass auch viele sagen oder behaupten dass das man abgefallen ist dann keine vergebung mehr kriegt und das ist das was die bibel aber nicht sagt man so dass es die vergebung gibt gefallen oder gefallen weil auf griechisch sind zwei worte da steht gefallen und abgefallen sieben mal am stellen wieder auf ja immer vergebung immer kann immer wieder zurückkommt zu immer weil das ist ja auch eine art wie nimmt man das sünde so richtig mit erkennt sich da besser aus wie heißt du eigentlich sami sami und fragen hast du geistliche geschwister hast du eine geistliche zu hause ich habe eine gemeinde dort und ja die sehr gut da fahr ich hier auch wenn ich eine stunde brauche immer fahr da gerne hin was ist eine stunde nichts in afrika gehen unsere geschwister drei stunden durch den dschungel mit barfuß am in die gemeinde genau perfekt ist dann muss es auch spaß denkst du auch in die gemeinde oder bist du nur da als ich bin er auch da so ich bin so daher mit die predigt dort an ich bleibe auch danach noch ein bisschen dann mit den leuten anbieten habt ihr essen gemeinschaft abend mal oder da kommen auch oft viele dazu die auch was lernen wollen also die ja wie groß ist die gemeinde meine ich von von personen aus ist ja recht klein 30 50 leute ja das ist okay gut in deutschland 50 leute ist große gemeinde wenn wir sehen wie viel 0,01 prozent sind bekennende christen von 80 millionen dann kann man sagen große gemeinde mit 50 leute jetzt metaphorisch aber das magst du die klein ist wieder bist du da geht ihr auch gemeinde oder so oder macht ihr auch etwas ich bin seit viele jahren in colgut der ministries das ist gemeinde mit zwölf leute 13 leute war einmal kommen leute und dann es kommt die menschen haben auch viele kämpfen auch mit die predigt wenn die person angesprochen wird haben dann probleme ja und dann nach der corona hat die gemeinde den raum dann gelassen mit diese ganze und jetzt ist der ministeri dienst und zurzeit sind die pastoren dienen in griechenland und wir haben jede zweite woche die gemeinschaft und das abend mal und ja aber in die papiere im geistlichen bereich auch unter die unterordnung und unter die geistliche autorität ja ich bin und eine gemeinde weil ich habe meine pastoren noch ja schon immer christ oder gottesdienst haben wird es wenn sie wieder nach deutschland aber wenn es in griechenland dienen dann machen wir das online ich bin grieche ja aus florina ich lebe jetzt seit 1981 in bayern wir haben wenn ich mit zehn jahren gekommen 1981 haben meine eltern mich nach deutschland gebracht mit zehn jahren ich bin 71 geboren und meine eltern sind seit 1968 in deutschland als gastarbeiter damals und ich bin bei meinem opa um aufgewachsen und dann mit zehn jahren haben die gesagt wir holen jetzt den jungen nach deutschland ja bei wieder locker ausweichen weiß ich muss ein wieder locker möchte gern nicht privater sprechen weil er ist in andere bereiche mit andere feinde zu kämpfen allgemein dass er möchte nicht viel preis geben von sich selber aber ich habe diese feinde nicht und deswegen kann ich das auch reden machen und verstehst du weil der es in einem andere bereich der woanders und dann muss der vorsichtig sein sagt die bibel auch wir müssen klug sein ja gerade in dem gerade in dem bereich gerade in dem wo ich jetzt wohl vergisst schon wir sollen auch versuchen und die starke ich bin ja und ich bin das gott mit mir und angeben und wichtig machen und dann kommt der schuss nach hinten und dann noch gott warum hast du mich nicht beschützt und gemacht und dies auf die wort oder fünf wichtige jenen da und haben sich angegeben wichtig gemacht und ist stolz und dann der herr hat zugelassen dass in ihrem leben etwas passiert ist und dann haben sie dann geweint und gesagt so herr wie konnte dass du zulassen ich habe dich gedient ja das muss man aufpassen gott soll man nicht versuchen und sich wichtig machen und große ich bin sehr gläubig gott wird mich beschützen und machen muss man aufpassen und das sage ich gut machen die geschwister dass sie das klug machen und nicht viel preis geben von sich selber weil das kann auch der schutz nach hinten gehen und das habe ich auch paar leute hier gesehen in tiktok weil die vielleicht einmal zweimal entkommen sind von einem anschlag und das das ist zu ihrer stolz geworden und die rümen sicher gott hat mich bewahrt ich hätte beinahe getötet aber gott hat mich gelassen und das ist zu ihrer götzen und zu ihrer stolz geworden und das muss man auch sehr viel aufpassen dann ja also wie gesagt das stimmt schon dass du es draußen sind sehr sehr viele hier in die warten auf einen kleinen fehler oder deswegen gott ist groß deswegen immer in dem 30 jahren eine bald die bildung studio sein und dies und jenes heutzutage eine 14 jährige um die ecke ein baseballschläger und älter person kriegt es im kopf oder durch mineralwasser man muss heute zu tage nicht ein muskelpaket sein um angst zu haben und machen heute kann dir jede um die ecke etwas geschehen und deswegen sagen wir dass der herr uns bewahrt beschützt aber wir sollen auch selber unseren mund halten und vorsichtig sein und richtig umgehen mit unserer situation und mit unserem dienst was wir machen und die geschwister die in diesem dienst sind wo kämpfen und jeden tag beschimpft bespuckt und in ihre herzen getötet werden von die leute hier in die talk du hörst wie wieder locker du bist du bist du bist a s f u was für worte bekommt wir wie angegriffen wird und dies und jenes da musste bruder jede wieder locker aufpassen das ist dann klug heißt es für mich und klug bedeutet einsichtig und einfach demütig sein und wie sagt man das den feind stiche geben aber selber am boden bleiben und den feind thema die hiebe die stiche geben der herr ist sehr gut wir wissen dass er macht gute sachen nicht hilft das beschützt uns macht uns aber gleichzeitig sagt uns ich habe euch einsicht verstand gegeben ihr seid klug zeit nicht dumm vorsichtig auch mit eure auch wenn eure emotionen hochkommen und wir wollen auch zeigen wir haben auch von dem herrn kraft bekommen wir sehen das auch des jenes aber sagt der herr bleibt demütig bescheiden und in untergrund und alles was in untergrund geschieht das wird der herr belohnen was bedeutet in demütige haltung wir sehen alle unsere geschwister die in verfolgung waren im hintergrund in katakomben verfolgt worden sind damals in rom in griecheland und die haben die gemeinde getragen und bis heute haben das wort gottes die haben das kreuz ja gesagt und das kreuz getragen und die haben weitergegangen und waren bereit für dem herrn ihre leben zu geben und viele unserer geschwister haben ihre leben verloren wo sie in den weg waren mit anderen geschwister sich zu treffen in die hausgemeinden in die verborgene katakomben im untergrund öfters wurden die geschwister weil sie eine verlangen hatten andere geschwister zu treffen und gemeinschaft zu haben wurden in diese weg gefasst das ist gemeinde das ist leib jesu christi und dass der herr wird das machen auch wenn das jetzt alles ausschaut in unserer zeit dass das leib jesu christi gespaltet getrennt ist und 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 aber der herr heißt es in seinem wort sein zweiter haus wird herrlicher sein als seine erste haus die gemeinde wird herrlicher sein diese gemeinde was der herr baut und vorbereitet als die erste weil das steht geschrieben und der herr hält wort und es wird eine erweckung kommen seine letzte kinder wird der herr noch sammeln und dann auch wieder noch eine erweckung warten wir und der herr wird das machen weil es ein großer gott und er wird das so machen wie die erste gemeinde ein geist eine seele ein herz ja auch wenn wir das heute nicht sehen und jeder ist selbstsüchtig selbst bezogen ich bezogen jeder sieht seine eigene kleine hinterteil jeder ist mit sich beschäftigt ich ich und meine vier wände meine familie ist meine gemeinde meine frauen meine drei kinder der herr wird das alles brechen und wie machte das daher durch verfolgung wie du gesagt was ohne verfolgung wenn der herr nicht zulässt da finden die menschen nicht miteinander aber wenn erst kannst du vorstellen wie die ukrainische gemeinde war wer weiß was für anfechtungen an kämpfe und was der geier viel lehrer gekämpft habe jetzt aber die brauchen sich gegenseitig die geschwister jetzt eine bruder den anderen bruder zu finden wird beten und sagen herr bitte gib mir eine bruder ein schwester dass ich mit denen zusammen bete austausche dass ich meine geschwister umarme das ist es aber muss nicht so weit kommen dass wir uns gegenseitig durch dem herrn und in jesus uns liebe musste herr nicht ein krieg zulassen dass die gemeinde 1 wird was für eine traurige zeugnis aber das sehen wir aber war eine tomaten meine eier meine einkäufe mein geld mein auto da muss der herr etwas zulassen dass die gemeinde sagt uns unsere sachen sind das das ist es was der herr machen wird er wird die gemeinde 1 machen und dann nur wenn die gemeinde 1 ist weil da steht geschrieben werden wir rufen komm herr komm jesus nur dann weil wenn das leib nicht 1 ist dann sagt der herr muss ich noch viel in euch arbeiten und der herr wird sachen zu lassen und der herr lässt in unserem leben viele sachen zu bei meinem leben hat er geldmangel krankheiten familie habe ich keine haben mich verlassen freunde haben mich verlassen dies jenes sage ich ja ich sage ja zum kreuz ich sage ja was vom jesus ist und ich sage danke herr für alles was du in unserem leben tust weil du machst keine fehler unser verstand versteht das heute nicht aber der herr macht keine fehler es geht alles um die rettung unserer seele und wenn der herr das für richtig hält das was in meinem leben zulässt wer bin ich dass ich dann sage wo kann sein gott dass du da falsch machst warum er hörst du meine gebet und das sind diese kämpfe was wir mit gott haben aber wenn ein person mehr und mehr wächst im christus und das kreuz mehr und mehr in ihnen arbeitet was bedeutet das kreuz in uns arbeitet mein freund wenn das fleisch gezüchtigt wird wenn der herr sachen situationen lässt was alles gegen unsere verstand ist dann merken wir die behandlung des kreuzes heißt es hat paulus gesagt dann werden wir mehr und mehr im geist wandeln und um zum meer werden wir uns gott beugen und uns unterwerfen und wie heißt es auf deutsch wir kapitulieren vor gott und sagen ja herr nicht meine teiner wille geschieht nicht nur mit zitieren meines mundes sondern auch mit meinem verhalten und mit meinem handeln und mit meinem lebensstil und mit meinem leben und so wird der mensch mehr und mehr nebenbild jesus und so kann der herr uns mehr und mehr gebrauchen unsere worte unsere personen und besser gesagt kann gott uns mehr und mehr sachen anvertrauen und durch uns fließen und andere menschen berühren weil der herr möchte die menschen berühren das ist es weil der herr liebt die menschen das ist es ja warum lässt es alles zu in unserem leben dass wir mitfühlen sind weil wir weißt du was wenn wir nicht etwas wenn wir nicht etwas durchmachen und wenn wir erfahrungen nicht haben auch geistlich auch von unserem leben wie können wir den anderen der kaputt zum jesus kommt jetzt in zwei drei jahren wenn draußen jetzt die börse wieder kracht oder probleme dann müssen wir diese person annehmen und sagen vertrau auf gott aber wer kann das sagen vertraut gott schau auf dem herrn und von ganzem herzen hingegeben brennend im geist wenn jemand selber nicht zerbrochen und vorbereitet ist wenn jemand nur worte hat dann der andere wird das merken mit der erste strom wird anfangen angst zu haben noch in meine sparkasse mein geld ist diese monat nicht gekommen und krieg der schwitzen und es meine lohn hat drei tage verzögerung gehabt zehnmal anrufen in die bank dreimal den chef anrufen wo ist es und dann nicht vertrauen auf gott poster kuchen das muss alles zerbrochen werden da muss der herr in uns arbeiten dann sagen wir ja herr arbeit in uns und wir sollen den herrn zulassen dass er in uns arbeitet durch den heiligen geist und das ist wunderbar dann ein gesegnetes leben ja und dankbarkeit kommt von zenten zerbruch ohne zerbruch ohne kreuz keine sieg weil das fleisch wird immer rebellieren wird immer sagen ich ich was ist mit mir was ist ich ich leide so viel ich habe so viel für jesus gelitten was hast du für jesus gelitten hast du vielleicht drei stunden keine heizung gehabt oder hat die stromrechnung oder strom hat er vielleicht eine stunde gekommen und haben alles abgeschaltet was haben wir so sehr für jesus gelitten in deutschland dann sage ich herr bitte ich hilf uns dass wir nicht so angeberisch und so 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 tun sind dass wir für dich so sehr verlassen und gelitten haben und dies und jenes weil ab und zu mal wir menschen neigen auch zu rühmen was wir alles für gott gelassen habe was wir alles für gott geopfert haben puster kuchen gerade weil uns es so gut geht umso mehr glade brauchen wir auch dann auch oder weißt du was ich sage die geschwister in china und in andere verfolgte länder woher gekommen sind haben gesagt dass hier was wir in deutschland sehen das ist so eine flucht für uns geworden hatte eine bruder gesagt und hatten gefragt warum hat gesagt seit ich in deutschland gekommen bin ich bin laut geworden ich habe alles ich brauche nicht mehr beten ich habe mein auto meine warme zu hause und ich habe gemerkt ich habe mich von jesus distanziert in china in die verfolgung war ich ganz nah bei jesus hier in europa angeblich diese wohlstand und diese segen hat mich von jesus distanziert sag ich was für worte und viele sagen diese reichtum und diese wohlstand was wir in europa haben das ist zu unsere hindernis und zu unsere in wirklichkeit fall geworden wir merken das nicht mal und viele sagen ich fühle mich wohl wunderbar und danke und das ist alles dann im fleisch diese wohlstand und selber der mensch merkte ob mein beziehung mit jesus ist nicht so wie es sein soll und diese geschwister aus die china wo hier gekommen sind haben das bemerkt und verstanden nach paar monate nach ein zwei jahren haben die gemerkt ob mein beziehung zum jesus ist nicht so wie ich im china war im china habe ich gebrannt gemacht getan mein geschwister sehnsucht gehabt meine erste liebe zu meine geschwister und eingeladen und zusammen gegessen und hier lautet alles alles ist selbstverständlich gastfreundschaft wird nicht so hoch gerechnet am sonntag jeder geht in seine eigene zu hause kocht wenige geschwister sind wo die andere geschwister wo die sehen haben keine frau keine mann leben allein des eingeladen zu hause und dies und jenes ja das ist sagt man so auf deutsch der herr muss noch viel in uns arbeiten fertig die ganze zeit bei mir muss jetzt erst richtig viel aber ja weil das ist sehr sehr wichtig dass ich jetzt gerade jetzt war so jetzt gelernt habe ist umso besser es einem geht jetzt umso mehr muss man vorsichtig sein oder bitte ich hab dich jetzt nicht akustisch verstanden also so umso besser es einem geht also wenn man das brot hat man hat geld so erfolgt meine ich auch so umso vorsichtiger sollte man sein oder sagen würde mehr in sondern eine person der nicht vorbereitet ist vom gott dann kann diese sachen in vom gott distanzieren und verhalten der wohlstand der finanzielle segen weil es steht auch in sprüche der frühere segen wenn er konnte wird zu fluch und viele viele sachen wenn wir nicht befreit sind von habsucht kann uns gott nicht mehr anvertrauen in finanzen weil unsere herz hängt noch in diese sache ja ganz genau und der herr kennt unsere schwäche wir können auch in tik tok hier die starken freigeber ich bin eine gute gebe ich habe kein problem mit geld ist die person selber merkt nicht wie tiefe gebunden ist mit finanzen vor allem mit sex und mit ich bezogenheit sind sachen wo kannst tief in unsere fleisch sind und da brauchen jahre viele jahren dass diese sachen dass jemand befreit wird dass er wirklich in diese sachen der herr sagen kann ob er hat die prüfung bestanden verstehst du wie ich meine wir werden immer geprüft in diese sachen und wenn jemand jetzt nicht da frei ist von diese sachen und er hat jetzt ein erfolgreiches leben meine ich jetzt finanziell hat eine gute arbeit durch seine intellektuelles das eine hat ein guter verstand hat studiert gemacht und er ist dann zum jesus gekommen diese personen vertrauen auch sehr viel auf ihre eigene verstand ich habe es gemacht ich diese haben dann probleme richtig jesus nachzufolgen und die interpretieren alle irdische segnungen finanzen frauen was ich will die kinder dies jenes alles vom gott aber wir sollen nie vergessen auch der fein kann jemand segnen in zweideutige sache um den personen die versuchung und reinzulegen wenn er beim jesus versucht hat hat er gesagt ich gebe dir die ganze reichtümer haben wir bei die könige gesehen von könig salomo schießt hier mannasse und alle könige in welche fallen die geraten sind mit den reichtümern mit die siege von die andere völker und 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 das ist alles ja das sind wunderbare sachen das ist mit jesus zu leben ist eine schule und solange wir mit dem herrn leben werden wir immer schüler sein und auf griechisch schüler bedeutet junger sein mathetes bedeutet eine junge jesu christi das ist es der herr hat gesagt machetet junger wir sollen junger jesu christi werden alle mathetes auf griechisch ich mache das noch kleiner schüler wir sollen immer vom jesus lernen und das ist wunderbar ja wir sind alle junger jesu christi und das wird der herr und wenn jemand ein junger jesu wird und wenn der herr dann bestimmt hat dass eine person finanziell gesegnet wird für diese und jene sache in seinem reich der andere wird in dieser position in dieser stelle geistlich dass der herr kann große sachen machen der herr braucht nicht hunderttausende von menschen hier sehen wir mit zwölf leute bis heute evangelisierte herr bis heute spricht paulus bis heute spricht die frau wo diese kleine münze geschmissen hat von das was sie nicht hatte sie predigt bis heute noch und wir sehen in bibel bis heute predigt stefanus eine zeugnis hat gegeben und wurde gesteinigt bis heute predigen die die geschwister verstehst du wie ich meine und gott braucht leute hin gegeben wenn jemand von ganzem herzen jesus hin gegeben ist oder herr kann mit einer person ganze schweiz evangelisieren mit einer person kann der herr kannste deutschland evangelisieren der herr mit einer person der herr hatte ganze england erweckung geschenkt mit einer person hat ganze griechenland erweckte herr mit einer person ja das ist es unser gott hat kraft hat macht unsere gottes lebendig nur noch zulassen schenke geben mein freund öffnet deine herz gibt dem herrn gehen herr ich kann das nicht ablegen du siehst das ja ich liebe meine arbeit mehr als dich ich vernachlässig dich herr wegen meine kinder ich liebe meine frau herr mehr als dich das ist es wenn jesus nicht die nummer 1 in unsere herzen ist da müssen wir uns hinterfragen ob was mache ich falsch warum vernachlässigend ich meine beziehung zum jesus was sind die hindernisse was sind die steine sind das andere menschen in meinem leben aber im meisten fällen ist unsere eigene ich und der herr hilft uns weil er uns liebt und dann zeigt uns sachen offenbart uns langsam langsam bringt das ans licht und dann wie du gesagt dass wir tun buße kehren um sagen ja herr verändere mich zu deinem herr herr und der herr arbeitet 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 in uns und wir sagen danke herr du bist ein fleißiger gott und danke herr dass du in uns arbeitest danke herr dass du dich nicht von uns auf deutsch gesagt dich geäkelt hast das sind unreine leute nein jesus hat uns angenommen wo wir ihn noch nicht gekannt haben hat uns angenommen hat uns nicht von uns geäkelt und jetzt arbeitet in uns der herr und dann sage ich das ist unsere jesus das ist unser gott ist wunderbarer vater ja er ist ein großmeister ich sage immer herr du bist ein großmeister er kennt die herzen er hat das herz gemacht er hat den verstand gemacht er hat die seele gemacht er kennt unsere gefühle er ist ein guter gott und er wissen er wird nie etwas mehr zulassen was wir nicht vertragen können er sieht der herr bis dahin kann die jahne ertragen und dann wieder gebe ich ein bisschen oase ein bisschen pause und dann wieder in die wüste die wüste ist für uns das kreuz heute früher in die israeliten war das die wüste 40 jahre für uns ist das kreuz und was ist das kreuz meine freund alles was erhalte ich das fleisch begehrt dass wir es nicht in geben das ist das kreuz was unsere seelen leben bekehrt dass wir nicht geben das ist kreuz einfach unsere alte ich unsere sündhaftigkeit unsere fleisch unsere seelen leben nicht das vollbringt was die menschen draußen in die welt auch vollbringen und so lebe dass wir ein unterschied sind mit den menschen in der welt ganz einfach das ist das kreuz ja nur am kreuz gibt den sieg weil der herr hat es uns gezeigt den weg hat er mit seinem blut uns die spuren gezeigt golgotha das ist der weg für jeden christ am kreuz wirst du deine fleisch kennenlernen deine eigene ich dein herz deine gedanken wirst unterscheiden erkennen verstehen wer du wirklich bist am kreuz wirst du den teufel und seine dämonen und alle dunklen mächte kennenlernen und am kreuz wirst du jesus kennenlernen ohne tod keine auferstehung das ist es wunderbar das evangelium hat so viel kraft so so wunderbar ist das war ja so ist das viele leute wollen sofort auferstehung die kraft der auferstehung die wollen predigen und leute berührt werden alle sich hören wunder geschehen und es nein bruder du musst das kreuz muss ans ans kreuz weil der herr hat uns gesehen vor 2000 jahren da steht geschrieben wir waren mit gekreuzigt mit ihnen alle seine kinder waren vor 2000 jahren mit ihnen ans kreuz die wirklich seine wahre kinder echte gläubige sind das ist der schmale weg und wenige werden es finden wir sehen hier es ist nicht ein selbstverständlichkeit sondern finden die breite masse geht durch den großen weg der breite ist nur ganz genau das heißt dass für uns christ nicht für die welt draußen spricht das evangelium sondern spricht für die christin ja der wohlstandsevangelium die gehypte gnade die gehypte glaube und die andere lehren der wie sagt man die die gehypte charismatische und die so alles was somit hype und mit extreme und text mit mit ja wie sagt man das mit die ränder zu tun hat dann muss man da aufpassen ja die goldene mitte steht in sprüche auch das ist jesus die goldene mitte ja aber wir haben dem herrn ich sage öfters her ich habe stress ich habe probleme heute bin ich aufgewacht irgendwie mit einer dunklen wolke was ist los ich bin mit freude ins bett nächste tag man steht als christ auf denkt man irgendwie die ganze welt ist gegen uns ein traurigkeit ein betrübt hat irgendwie so eine komische angriffe sorgen kommen an greifen den glauben an und dann gehen wir ins gebet und dann sage ich auch her danke dass wir dich haben und mit ihr die sachen besprechen und unsere herz öffnen die menschen draußen in die welt haben jesus nicht wo gehen die hin gehen wir eine kiffen gehen wir ein paar nasen machen gehen wir bei vodka jackie trinken gehen wir vielleicht in eine puff für 100 150 euro dann gehen wir da da die seele und die sorgen und die probleme zu befriedigen aber die sorgen sind noch da morgen sind doppelt so viel übermorgen noch mehr noch mehr und die leute haben jesus nicht das ist die unterschied zwischen uns und die menschen die jesus nicht haben die muslimen können ins gebet gehen und ihre kopf nach rechts nach links ihre ohren packen ihre jucken machen test die steht und das gebet auf sind die gleiche personen keine veränderung gebunden die gleiche sünde die gleiche vorgehensweise in typik und spielsucht im casino in betrugen in die schilderei in die klauen in ihre fabrik machen und da war machen gleichzeitig egal das ist der unterschied zwischen eine toten und ein lebendiger gott das ist ein toter götse ein toter gott die haben keinen gott weil sie bleiben immer die gleiche aber bei uns wir verändern uns lassen uns verändern wenn wir ja sagen zum kreuz ja zum herrn unsere leben ist nicht der gleiche dann siehst du wie wir uns von herrlichkeit zu herrlichkeit uns ändern und immer ähnlicher jesus werden das ist der unterschied ein christ hat eine veränderung ein christ hat eine hoffnung ein christ lebt durch jesus ja wir reden vom bekennen der christin von echte gläubige geschwister wirklich die brennen die dem herrn jesus christus lieben die verliebt sind die wirklich dem herrn suchen weil sie ihn lieben und nicht seine hand auch gib mir gott herr macht es gott macht dies herr macht es macht dies jenes dies alles wirklich um seine selbst wille verliebt mit jesus zu sein das ist so wunderbar dass man mit dem herrn liebes wort erzählt dass man wunderbar dass man erkennt wenn man ins gebet geht ich gehe und ich begegne den allmächtigen gott der auf mich wartet erwartet um vier uhr früh um sechs uhr früh um acht uhr früh der jesus hat immer zeit sage ich herr bei dir muss man keine termin machen das ist so wunderbar und der herr guckt und schaut oder ist eine kind in augsburg da ist eine schwester in nürnberg und die wollen mit mir gemeinschaft haben und der herr freut sich das ist das essen für jesus mit uns gemeinschaft zu haben und das sehen wir auch mit die samariter in den brunnen haben die junge essen gebracht und der herr hat gesagt ich habe schon gegessen wenn der herr uns etwas gutes tut wenn der herr mit uns eine gemeinschaft hat das ist was jesus das ist das essen was der herr ist und wir essen von ihm wenn wir zu ihm gehen und wir wie kleine kinder und sein mein unser herz öffnen das ist eine wahre beziehung keine hindernis keine aber und wenn keine kämpfe ins gebet gehen und sofort jesus begegnen das wird der herr machen bei alle seine kinder die ja sagen zum kreuz und ja sagen zum jesus danke oder man sollte also man so bin ich mir oft schlecht geht dann wenn man dann also wenn ich mal was falsch mache oder so dann geht dann richtig auf schlecht oder wenn sie das gefühl kennst du das klagt und der teufel dann haben wir gewissens frage da haben wir verklagerei dann versuchte unsere heilgewissheit dann greift er unsere verstand unsere gefühle das ist der teufel der verkläger weil er sieht es dann und dann greift uns an wie sagt man in griechenland in die offenen wunden schmeißt der salz ganz einfach das ist der charakter des teufels ja das war ja letztes jahr sucht da habe ich auf jeden fall das stimmt schon da habe ich auch was falsches gemacht so kann ich so sagen so eine also jetzt nichts übertrieben kann aber schon dumm halten also sollte man einfach nicht machen solche sachen auf jeden fall fall dann da fühlte ich mich richtig mega schlecht darum darum so man konnte auch nicht beten weil ich mich da voll geschämt hat ja das gefühl kennst du hatte ich das war das war letztlich ich glaube dadurch war das weh getan hat so ich also man schämt sich richtig und dann überlegt was soll ich jetzt sagen sondern ich hab das war du und das konnte ich hat erst wieder so für mich dachte ich ich konnte erst wieder vor ort stehen den ich erst mal zu ihm hingegangen bin und das erst mal gerade gerückt haben das ist jesus ja muss man gerade rücken die hindernis auf seite und dann haben wir wieder zugang hat als heiliger gott mein freund das ist ja so eine richtig heftige situation weil ich weiß der hat mich richtig verflucht deswegen und er hat auch verständlich auch so und ich wusste okay jetzt ich konnte aber ich wollte ja wieder vor dem herrn treten aber ich musste das erst mal gerade ich musste auch wenn ich da jetzt klingel dass die zuhörer muss im achten und das bekennen machen ja aber am ende hat er mir da vergeben weil ich auch mir echt mühe gegeben habe mir zeit gegeben hat das ist auch erst mal explodieren konnte weil er den jährigen herrschwein ja oder die es hat ja dann hat er sich erst ein paar wochen lässt mich noch vergangen und so dann hat er sich auch wieder gemeldet so und dann noch danke danke ich auch wieder fünftig wieder beten würde ich mich wenigstens besser weil ich das dann selber erst mal gerade so ist das richtig weil wenn unsere gewissen uns verklagt und wir anklagerei haben und uns kann man nicht von gott mit mit sünden von gott treten gott ist heiliger gott sünde trennt von gott deswegen wie du sagst muss man zuerst die sache bereinigen und dann haben wir wieder zugang zum herrn verstehst das ist der unterschied zwischen wir die eine lebendige glaube haben und gegenüber die anderen die in die welt leben und die eine tote glaube haben auch wie die alle heißen will ich hier nicht nennen und machen die gehen so weit ist und wir haben wir sind ein erkenntnis die haben keine sünden die merken nicht in ihrem leben was nicht gut läuft die sind nicht sensibel die werde nicht überführt von die sünde das ist ja sind tot im geist ganz einfach ja weil wenn man ja wirklich an ihn glaubt so und man weiß der ist jetzt für dich da hat das für dich alles getan dann ist das so ein gerechter gott weißt du der seinen eigenen sohn bereit ist für uns hinzugeben so meinst du was der macht so und stelle meine da hat man ein bisschen so schon sorge und so ein bisschen paras weil man das ist weiß man ja auch von der keine sünde der wird keine sünde zu sprechen weil der extrem gerecht ist er hat so seinen eigenen sohn dahin gegeben weil ich meine deswegen was wird mit der mir antwort heißt deshalb konnte ich nicht erst bieten mit ihm bevor ich das gerade gerückt habe ich meine das ist ja ich verstehe dich so ist es so ist das und so müssen wir leben und das spricht der herr letzte zeit hier in tik tok sehr massiv an und ich merke auch der bruder wieder locker letzte zeit spricht der herr durch ihn immer mit buße bußfertiges herz spricht der herr von alte testament von dem herr und der herr wird das hier was viele kaputt gemacht haben wo du vorher gesagt hast mit buße mit tür zu haben haben wir eine junge mädchen hier gehabt ist hochgekommen und hatten wieder locker angesprochen und hat ihn auch angeschrieben und die hat wieder eingeladen ist hochgekommen und war depressiv traurig niedergeschlagen und sagte und ich kann keine buße machen meine buße ist vorbei gemäß hebräer 6 4 ich kann nicht mehr zurückkommen und dann merken wir viel viel ist kaputt gegangen und das ist traurig der herr für diese geistliche zustand von seine kinder dass andere leute sich das recht nehmen und die tür zuzuhalten und sagen buße gibt es nicht mehr und die bußfertigkeit und das bekennen und das herz und und seine vermischtheit wo ich merke letzte zeit der herr spricht diese thema mit umkehren bekennen weißt du warum gemäß erste johannes 1 9 sollen wir unsere schuld bekennen unsere sünden nicht weil gott kennt sie nicht sondern sondern wir selber sollen die sünde bei namen nennen dass wir das was im verborgen ist ans licht kommt wenn ich sage herr vergib mir für meine lüge rein her ich merke ich bin gebunden oder mit mit irgendwie angebereien oder mit sag mal jetzt paar sünden sag mal so mit auch übertreibungen sind auch lügen und wenn die person dann das bekennt herr vergib mir ich habe heute wieder übertrieben und gelogen in diese situation in tik tok das war nicht so herr und ich bespreche diese sachen und ich nenne die sünde bei name weißt du warum weil das was uns wichtig an dunkel kommt ans licht und er ist nicht mehr finster verstehst du wird aufgedeckt und der person kriegt selber dann die offenbarung ob ich habe ein problem mit übertreibungen oder habe ein problem mit lüge und deswegen nicht weil gott es braucht wir brauchen diese erkenntnis sünden erkenntnis und dass das verborgene ans licht kommt also wenn ich jetzt die sünde bei namen nennen dann ist es ob ich diese in den verborgenen in eine dunkle ecke das licht auf mache nehme diese sache und ich bringe das im wohnzimmer und ich bekenne das und dann ist nicht mehr verborgen verstehst du das ist gut für uns weil wir wissen dann mit was wir gebunden sind wo unsere probleme liegen und so merken wird es oder vielleicht in eine verhaltensmuster um mann war ich wieder geizig hoch her wenn das um eine person geht für 900 iphone kann ich sofort einen vertrag machen aber da habe ich probleme gehabt her oder ich habe gehört hier tik tok braucht ein bruder schwester hilfe finanziell oder das oder data da habe ich gezögert und ich habe gedacht kann das von gott sein warum geht der person nicht arbeiten oder warum das da muss ich beten wenn es umgeben geht dann christen wir beten auf einmal und dann frage ich mich selber her wenn das um mich geht um sachen zu kaufen um meine seele zu befriedigen brauche ich nicht so viele gebete ich mache das einfach aber wenn es um andere menschen beizustehen zu geben zu helfen finanziell oder oder da habe ich kämpfe her warum jesus bitte hilf mir ich merke mit mir selber bin ich freigiebig aber mit ein reich und mit andere situation bin ich geizig und so lernen wir und wachsen wie im jesus und werden wir sensibel für den geist gottes und der herr kann in uns arbeiten mehr und mehr und uns mehr sachen anvertrauen mehr segen geistliche mehr und mehr und mehr und dann wird das wort noch lebendiger dann kann der herr muss mehr menschen anvertrauen dann können wir mit geschwister auch ein segen sein auch wenn wir überhaupt nicht reden nur unsere anwesenheit nur eine umarmung nur eines wort sind geschwister berührt weil gott berührt sich dann durch uns um zu wir gereinigt und geheiligter werden bruder um zu mehr kann gott durch uns fließen durch ein rohr verstehst du das ist es wunderbar das geht nur um die menschen für die herr schieft die gemeinde ja der herr ist gekommen für seine gemeinde für sein leib der herr liebt seine gemeinde und seine gemeinde ist die braut sind wir ja eine habe ich eines tages habe ich von jemand hier in tiktok gehört ich bin die gemeinde sag ich wie die bibel sagt der eine ist der ohr der ohr der andere ist der auge der andere ist der zeh der andere ist der fuß der andere ist der hand jedes ein teil von dem leib wie kann es sein eine person ist der ganze leib habe ich verstanden er weiß nicht was er spricht weil er selber in ein gemeinde 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 loses denken gefangen ist und selber hat gehört wir sind die gemeinde und dann denkt er eine person ist die ganze fülle der gemeinde gott bewahre petrus hat in erster petrus gesagt wir sind lebendige steine jeder einzelne wird gebaut und so machen wir den geistlichen haus aber denken viele die selber ein person ist selber die ganze gemeinde test der ort ist der augen der ist die zahnte ist der fuß das alles sind die fülle wo dann muss der sehr gesalbte person sein da muss den wasser laufen diese person geistlich ja die predigen auch das dann die missverstehen diese worte wir sind die gemeinde und nicht die gebäude nun test und falsch und gebrauchen das gegen die landes tierchen und 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 dann ist viel misch masch und die missverständnisse weil das geht alles mit die ohren und mit dem mund wir sehen uns nicht wir können uns nicht in die augen und wir haben keine weißt du kontakt und mit dem körper wenn man den hand bewegt und macht diese körper bewegungen kann man den anderen auch nicht den körper lesen und ja das ist schwer hier in tik tokia falsche lehre noch viel oft nur in den kirchen noch mal schön haben wir gesehen bruder wenn ohne kreuz da kommt die falsche lehre wenn das fleisch nicht gezüchtigt wird dann wird der person sagen gott muss mir alle selber lernen das ist auch eine immer wenn leute das sprechen dann muss man immer die ohren hoch gott muss mir alles selber sagen gott muss mir alles test und gott mir mir ich ich und mir allein dann sage ich warum braucht der herr dann die gemeinde warum braucht andere geschwister warum braucht es wenn der herr für david ratgeber gebraucht hat wir brauchen geschwister dass wir uns unterordnen dass die geschwister sagen bruder janis ich sehe in dein leben geistliche hochmut pass auf bruder der herr hat dich gesegnet aber pass auf diese segen nicht dass der teufel gegen dich verwendet muss aufpassen bruder weil wissen kann stolz machen weil paulus hat gesagt erkenntnis und wissen blitt auf pass auf geschwister von diese geistliche hoch und der teufel ist raffiniert er kann alles was gott in uns gutes getan hat zum 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 schlechten wenden pass auf bruder pass auf schwester ich habe von dir ein traum gehabt kommt die andere schwester ja bruder sagt mir den traum ja ich habe geträumt es und es von dir und dann sage ich oh mann so ist mein zustand genau in mein herzen ja schwester hast recht so war das vorgestern und so habe ich gedacht und diese verjahr bruder ich hab dich in diese verhalten hast du gehabt in den traum ich sage ich danke herr du bist ein lebendiger gott und so leben wir weißt und diese gemeinde leben mit die predigt der herr bringt das ans licht mit geschwister und 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 situationen umstände wenn jemand sagt gott muss mir alles selber offenbaren und mir selber alles zeigen dann sage ich jungen mann was muss gott noch bei dieser person zu lassen dass er aus dieser stolz rauskommt dass er zerbrochen wird dass er kennt und versteht durch gnade durch sein geist geschieht alles und das ist eine hochmut und das ist überheblichkeit ja das sind wir sagen auf deutsch anzeichen der hochmut und geistliche hochmut ist sehr gefährlich und wenige können diese geistliche hochmut erkennen die so so verborgen in uns drin so verstrickt sehr schwer das zu unterscheiden ja sehr sehr schwer manchmal ist das auch so bei mir zum beispiel ich merke oft wenn gott auch 100 tut aber man vergisst es immer wieder und dann durch seine wunder denkt man wieder neu an ihn oder einfach so weiß es ja das ist immer nicht genug würde gehen dann haben wir da auch einmal wie krass wahnsinn ja die geschichte mensch ist ja den könig ja sprichst du bitte mit geschichte die geschichte wenn du dich erinnerst den könig wo er geweint hat und hat jesse geschichte geschichte zurück wenn wir das lesen in verschiedene kapitel chronika könig und jesaja wo dann der herr ihn geheilt hat wo er gesagt hat zu ist ja geht zurück und sagen dass er soll eine feige passte machen und mit seinen füßen hat die heilung bekommen und schau was der history gemacht hat für ein fehler geht und sagt was wird der zeichen sein da gott mich heilt und dann war der herr nicht zufrieden mit ihn mit seiner aussage und dann lesen wir im könig genau den bibelvers wenn wir lesen dann werden wir die augen öffnen bitte herr nicht zufrieden war mit hieske haltung und dann sagte der jesaja was soll man machen sagst du ja soll die sonne drei schritte oder zehn schritte nach vorne dann nach hinten gehst du diese begebenheit mit die sonne mit den sonnen nur wo der herrte wunder gemacht dass er mich geheilt er hat schon die heilung bekommen warum hat er dann zeichen gefragt um die heilung sicher zu sein und dann steht das im könig muss ich dann schauen aber jetzt wo ist dann ist ein bibelvers wo mich so berührt hat wo ich gesehen habe wo gott nicht zufrieden war mit hieske den könig ja und dann ist und dann der herr hat zugelassen dass der babyloner gesandter gekommen ist und haben gehört von die heilung was gott ihm geschenkt hat und er hat alles seine reichtümer gezeigt alles in den tempel in seinem haus alles und jesaja hat ihn gefragt was ist mit ihr los warum hast du denn gesandter von babylon alles gezeigt und dann sehen wir seine übermut wieder von hieske und und viele sachen können wir verstehen es ist so wunderbar die alte testament das war sichtbare sachen weißt du und kann man viel lernen von von die könige von von die fehler was die gemacht haben weil das steht geschrieben auch die bibel ist dazu dienen dass wir daraus lernen weißt du das ist wie die könig verhalten haben der herr hat siege gegeben und die wurden übermütig und stolz das ist auch öfters im geistlichen bereich für uns wenn jemand sehr gesegnet vom herrn ist hat träume visionen der herr spricht durch sein wort der herr hatte wunderbare gebets zeit mit jesus erlebt sachen mit dem herrn und er ist geistlich stark erlebt nicht in bewussten sünden und er liebt dem herrn ist hingegeben ist eins mit jesus das kann auch ganz ganz nach hinten der schuss gehen weil diese sachen alles können ihn zu einer stolz und hochmut führenden ohne dass ihr das merkt wenn man sich selbst erbaut ganz genau in selbstgerechtigkeit selbstsicherheit selbstzufriedenheit selbstdarstellung und da wo überall diese selbst ist dann ist nicht weit das vor